Oh oh, gerade noch pünktlich. 18 Uhr liebe Freunde, Zeit für Mario Time. Aber die Kamera kann man ein bisschen weiter runter machen. Okay, so was geht ab? Hier ist der Chat mitten auf meinem Handy. Ihr wisst Bescheid. Es ist Zeit für Paper Mario. Ich bin Dr. Mario und wir zocken das Spiel. Nebenbei, ab Mittwoch sollen in Mario Kartour Dr. Mario und Dr. Luigi als Charaktere vorkommen. Wer hätte das gedacht, dass das so lange dauern wird. Aber ja, das wird passieren. So, jetzt sind wir hier. Kapitel 4.4. Mario und Co. gelangen über die Raumumgehung in die Boa-Zone. Das heißt, wer sie einmal betritt, kann sie niemals wieder verlassen. Nur ein kleines Stück. Wir sind bald da, sagt der Clips. Mit funkelnden Augen drängt der Clips weiter. Würden Mario und seine Freunde endlich das reine Herz finden? Okay, meine Freunde. Wir sind da. Der mysteriöse Meister... Hallo. Hallo, Erich. Wir sind da. Clips ist endlich da. Clips ist da. Clips kann nicht warten. Clips geht voraus. Folgen Clips, wenn ihr könnt. Aber denkt dran, Kadetten, das ist ein super vertraktetes Labyrinth. Und hier hat man sich ein 0,X-Verlauf. Also gebt 8. Wir sehen uns später beim reinen Herzen. Bip, bup, bup, bup. Mario Kart 2 ist etwas viel mit Mikro-Tranks-Aktion. Ist das. Kann ich nicht abstreiten. Ich kann es nicht glauben, dass er uns jetzt einfach so alleine lässt. Aber ich kann das reine Herz tatsächlich spüren. Es muss ja irgendwo sein. So, das ist... Wir sind in einer Weltraum-Zone. Ähm, natürlich. Ja, aber das stimmt mit Mario Kart 2 auf jeden Fall. Es ist ein Spiel voller Mikro-Tranks-Actions. Und ich spiele es. Ich spiele es sogar sehr aktiv. Ich habe noch nicht ein einziges Mal Geld für dieses Spiel auszugeben. Hab es auch nicht vor. So, wir können ja auf diesen Dingern stehen, aber es hat keinen Mehrwert. Ähm. Ja, und man denkt so Charaktere wie Dr. Mario. Man hat... Jeder denkt, die Form von Mario schon immer gehabt. Man hat Mario... Keine Ahnung. Nicht nur Baby-Mario, sondern Mario in klassischer Kleidung. Mario als... Alle... Eigentlich alle Sachen, die es Mario Odyssey hat anzugeben. Ist nur mal ein separater Charakter in diesem Spiel. Mario als... Was weiß ich? Als japanischer Kleidungstyp. Mario als Pilot. Mario als Rennfahrer. Mario als... Was weiß ich was? Alles mögliche. Mario als 16-Bit-Figur wie ein super Mario Kart. Du findest es aber besser als Mario Run. Sonst würde ich es nicht spielen. Also ja, es ist an sich ein cooles Spiel. Ähm. Werden auch diese Mikro-Transactions nicht. Aber ja. So an sich ist das als... Für das, was es ist, eigentlich ganz gut, finde ich. Für Mario Kart, für Handy, finde ich es gut. So, und da wundere ich mich, dass so ein Charakter wie Dr. Mario... Mario, der eigentlich schon sehr ikonischer ist als, was weiß ich, Mario... Äh... Mario... Ähm... Weiß ich nicht. Jetzt, wo wir drüber nachdenken, fallen einem keine Mario-Figuren mehr ein. Und es wird alles langsam. Denkt man sich nicht, dass ein Dr. Mario erst so spät davor kommt? Oh, hier würde ich wahrscheinlich Peach benutzen. Hi, Bastian. Gehen wir... Boah. Die Sound-Effekte. Okay. Es gibt erstmal Dickpunkte hier. Plus Geld. Ja. Und Dr. Luigi halt auch. Ja. Und es sind ja nicht nur Figuren von Mario. Es sind ja, was weiß ich... Es gibt Yoshi. Dann gibt es grüner Yoshi. Dann gibt es gelber Yoshi. Dann gibt es roter Yoshi. Dann gibt es schwarzer Yoshi. Dann gibt es weißer Yoshi. So, alle möglichen Sachen. Das gleiche auch für Shy Guys. Das gleiche auch für Birdos. In allen möglichen Farben. Also es gibt hunderte Charaktere in diesem Spiel. Wahrscheinlich nicht wirklich ein hunderte. Aber an die hundert Grenze ist bestimmt schon... Wer bist du denn? Warte mal. Der macht hier so eine Zone. Okay. Wir haben einen Schlüssel erhalten. Das ist gut. Ich bin jetzt drin in deinem Kreis. Kann mich an diesen Gegner null erinnern übrigens. So. Auf jeden Fall ist das hier... Der Klirps hatte schon recht. Es ist ja wirklich ein Labyrinth. Schon krass. So. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir diese Schlüsse mal benutzen können. Ihr seht schon, es sind Türen an der Decke und sonst wo überall. Okay. Gehen wir da hin. Und ihr wisst ja, jedes Level 4 erwartet ihr einen Bosskampf. Die erinnern mich an diesen einen Boss aus Super Mario Land 2. Diese Schweineviecher da. Wenn ihr euch an hier noch erinnern könnt. So. Auf jeden Fall. Wir haben diese Surfplattform Pixel hier. Der ist super. Wir bewegen uns viel schneller damit. Und wir haben auch eine größere Trefferrate, glaube ich, auf Gegner. Guck mal, allein durch ist er auf so einer Plattform stehen, habe ich den Eindruck. Wir treffen Gegner viel besser. Okay. Best mit springen. In der Mori-Zone. Ja, genau. Nur, das wird jetzt so lange gemacht, bis ich ihn treffe. So. Schütteln nach oben und unten. Haha. Ich habe einen Knopf dafür. Wow. Das hat sich ja völlig gelohnt. Okay, scheiß drauf. Das hätte ich nicht tun brauchen. Aber ganz ehrlich, so Items wie Donner-Zone oder so, gerade in diesem Spiel, man benutzt die ja sonst nie. Ja, guck mal, jetzt sind wir hier. Logisch. Na gut, dann war es vielleicht nicht komplett umsonst. Oh Gott, jetzt ist das Ganze noch auf dem Kopf. Warum bin ich auf dem Kopf? Oh, jetzt geht es ja los. Ach nein, okay, ich verstehe. Was hat es jetzt geändert? Das ist jetzt der Unten-Knopf. Also, der Link-Knopf ist jetzt der Unten-Knopf. Wir bewegen uns jetzt so. Okay. Okay, ich sehe sehr viel. Das ist ja eigentlich gar nichts. Boah, das ist schon echt... So zu gucken. Boah, vor allem... Ich sehe mich von unten einfach. Das ist das Verrückte, wenn ich in 3D wechsle. Okay, ich könnte jetzt in die Tür rein. Oh, da. Ich fliege da rüber. Boah, Zone ist das beste Level der Weltraumwelt. Ja, vielleicht schon, weil die anderen Level bis auf 1 vielleicht noch ja wirklich ausschließlich draußen stattfinden, wo man rumfliegt. Es gibt ja nur dieses eine Level, wo der Typ aufs Klo musste im letzten Stream. Da sind ja ganz schön viele Gegner hier. Ist hier sonst noch irgendwas? Nur Gegner? Ich kann mir das nicht vorstellen. Warte mal. Kann ich das hier scannen? Nein, ich glaube nicht. Okay, ich töte mal diese Viecher hier alle. Und vielleicht macht das Spiel jetzt ein... Oh, du hast was gefunden. Äh, du hältst Fleisch. Wie cool. Wir sind doch echt wild. Wir essen uns einfach roh. Aber hier ist echt nichts, oder? Oder 3D? Achso, wir können hier runter. Oh, okay. Jetzt habe ich es auch verstanden. Das ist eine Lücke in der Treppe. Achso, ja. Danke. Okay, ich kriege ja ein bisschen aufs Maul von diesen Gegnern. Ich muss mal kurz hier aufräumen, okay? Sonst wird das ja nichts. So, guck. So sieht es mit Bau... So, aus. Wo bin ich hier? Oh Gott. Aber auch, dass die Steuerung sich vertauscht. Jetzt ist natürlich Feuerspucken auf dem Obenknopf. So, und in die Tür gehen auf dem Untenknopf. Es ist verwirrend. Aber ja. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Level. Ich hätte da reingemusst, oder? Moment. Noch mal auf Peach wechseln. Diese Schweineviecher, die geben gut Geld auf jeden Fall. Boah, hier ist die Musik auch echt wild. Soll ich gebe Bip-Bup-Musik. Bip-Buba? Hm, ich frage mich, was da unten nur ist. Moment, komme ich überhaupt dahin? Okay, schon mal der Schlüssel. Das ist gut. Kann ich von hier da reinspringen? Ich glaube sogar nicht. Ich glaube, das Spiel lässt mich das nicht machen. Oh. Okay. Ist der jetzt nicht so schlimm? Ist denn Sparschweine? Ja, vielleicht. Warte mal. Wie komme ich hier wieder raus? Hier. Okay. Vielleicht muss ich die... Gehen wir da rein, bitte. Wie mache ich, dass der da reingeht? Ach so, von der Seite natürlich. Ähm. Okay. Ich wollte gerade sagen, ähm... Kann dir nicht so schwer sein, dass es ein Spiel für Kinder. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich die Story für ein Spiel anguckt... Ist das ein bisschen mehr als das? Auch wenn Altersfreigabe, glaube ich, ab 0 oder ab 6 ist, das Spiel. So, wir drehen die Gravitation nochmal. Okay, ja. Ah! Oder auch nicht, ja. Ich weiß noch nicht. Moment. Ähm... Wie war ich denn eben? Ich war so hier, ne? Moment. Vielleicht sollte ich die Gravitation nochmal andersrum machen. Und dann... Hochgehen. Gut, dann komme ich hier nicht weiter. Oder? Ich kann ja nicht in diese Tür rein. Moment. Moment, was? Wie komme ich aus diesem Raum wieder raus? Einen Augenblick. So? Ich verstehe nicht. Wie komme ich hier wieder raus? Was habe ich denn hier gerade... In was für eine blöde Situation habe ich mir denn hier gerade gegeben? Ich muss doch irgendwas übersehen, oder? Ich habe mich doch jetzt nicht hier gesoftlockt in diesem Raum. Das wäre ja doof. Moment. Nein, 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 nein. Ich glaube nicht, dass Nintendo so ein Jahr gemacht hat. Aber ich weiß gerade ohne Spaß nicht, wie ich hier raus... Auf dem Block stehen dann wieder hochspringen. Ne, es hat irgendwie so funktioniert, wie ich es gerade gemacht habe. Auch wenn ich es mir selber nicht erklären kann. Warte mal. Lass mich trotzdem nochmal zurückgehen. Ich bin hier jetzt ein Schlüssel reicher hier. Aber das war trotzdem. Fand ich es nicht sehr offensichtlich, wie ich hier wieder rauskomme. Also wenn ich gerade echt so ein Kuckuckucka-Kind wäre, aber ist den Controller, dann wäre ich hier vielleicht echt festgesteckt. Okay, war ich schon da drin? War ich schon hier? Ich glaube, ich bin hier noch gar nicht gewesen, einen Augenblick. Damit komme ich da raus. Tja, man sollte meinen, dadurch, dass ich das Spiel kenne, komme ich hier bestens zurecht. Aber irgendwie ist das gar nicht der Fall. So, ich denke, dass ich hier noch nicht gewesen bin. Ja, sehr gut. Hier ist die Röhre. Hier ist der Raum, wo ich nicht rein konnte. Jetzt habe ich aber den Schlüssel. Und gucken wir uns, was wir hier drin haben. Das ist ja eigentlich ein sehr offensichtlicher Raum. Okay, es ist einfach nur Bonus... Geld. Mehr nicht. Okay. Einfach ein bisschen Geldraum. Aber ist ja nicht schlecht. Wir sammeln ja eh ein bisschen Geld. So. Ränder. Cool, dass ich auf den Brett-Tüten drauf bleibe. So. Ist das hier richtig? So, zack. Machen. Okay, das sehe ich sogar. Türe. Rein da. So. Ich glaube, ich mache mich doch ganz gut, oder? Für das Postgame brauchst du einiges Geld, damit du das Ding kaufen kannst, als Ersatz für das Ding, das du da nicht mehr hast, soweit ich mich erinnere. Ja, das stimmt. Ist eine optionale Sache. Muss man nicht machen, aber kann man machen. Kostet 999 Münzen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber darauf sollten wir vielleicht eingehen, wenn es dann soweit ist. Also es ist generell nicht falsch, hier Geld zu sammeln im Spiel. Man braucht das jetzt nicht so dringend, vielleicht. Aber es ist trotzdem immer nice to have. Vor allem, das Blöde ist auch hier in dem Spiel, man kann halt nur 999 Münzen sammeln. Am Stück. Das heißt, wir müssen dieses Geld entweder vorher ausgeben oder halt Goldbarren dafür kaufen. Kann man vielleicht auch für das Real Life gut empfehlen. Ich habe den Schlüssel noch nicht, ne? Ich glaube, der Schlüssel fehlt mir hier noch. Okay. Kannst du ja Geld mit Goldbarren sparen. Ja, genau. Genau wie im echten Leben. Einfach Goldbarren kaufen. Achso, wir können hier nochmal drehen. Stimmt. Okay. Hallo. Ich habe nicht mehr viel Leben übrigens. Ich weiß, ich habe Items zu mich heilen. KP ist ja niedrig. Zustand ist kritisch. Wow. Das erste Mal, dass ich unter 5 KP falle. Ne, nicht mal unter 5. Trotzdem. Aber zumindest, dass dieses P-Bub kommt. Na gut. Komm, essen wir Pils. Aber ihr seht, ich kriege ganz schön aus dem Maul hier von den Gegnern. Deswegen, denke ich, bin ich für dieses 100 Raum Superspaßding echt noch unterlevelt. Die Musik macht mich verrückt. Wirklich? Bip, 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 bip. Na, wenigstens könnt ihr sie gut hören. Was? Mir fehlt das räumliche Denken, um zu verstehen, was da gerade passiert. Okay. Aha. Jetzt sind wir hier. Jetzt kann ich mich auch drehen und es verstehen. Aber hier gibt es nichts zu drehen. Wow. Gut, dass ich mich nochmal geheilt habe. Mit dem Item, weil... Naja. Okay. Es war völlig umsonst. Egal. Egal, ich habe eh mal zu viele Items bei mir. Man weiß nie, wohin damit. Hier wird der Schlüssel sein, richtig? Also immer dieses Heilen, beziehungsweise wenn es zu viele Items da gibt, steht das immer so ein bisschen für, gleich passiert hier was Großes, wo du diese KP auch brauchen wirst. So. Moment, äh... Da. Ich will nicht auszusehen, wie da in die Tür gehen. Aber die Steuerung ändert sich ja auch jedes Mal, wenn man auf der Seite steht und so. So. Hier, ja. Moment, kann ich nicht so einen coolen Trick? Nein, kann ich nicht. So. Jetzt sind wir da. Von mir speichern wir nochmal. Man kann nie oft genug speichern auf einem Emulator. Ich habe nur mal aus Spaß mal schon mal Paper Mario Color Splash angespielt auf dem Kemu Wii U Emulator. Ähm, während das eigentlich gut läuft an sich und das Brett von der Wii U auch sichtbar da ist, ist es mir aber ein paar Mal abgestürzt. Ich weiß nicht, ob das geeignet ist, auf einem Emulator zu spielen. Um ehrlich zu sein. Langweiler! Oh, da bist du ja. Klar, Klöps hat ewig gewartet. Klöps ist fast am Ende. Das Reinerz ist nicht mehr weit, Kadetten. Klöps, das hast du gut gemacht. Du bist echt schlau. Wer redet? Aber nein, Klöps ist das peinlich. Bist du doch einer der Bösen? Moment, wer hat das überhaupt gesagt? Wow! Was? Wer bist du denn? Ich, ich bin nur der vielversprechendste von Graf Kneckwitz Schergen. Der grüne Donner. Meister L. Ein Superloser? Meister L? Und der Typ ist weg. Ein coolerer Name. Ein cooler Name, ich weiß, aber ihr braucht ihn euch nicht zu merken. Warum? Weil ich euch gleich zurück aufs NES prügle. Oh je. Rote Klamotten allein machen dich nicht stark. Ein Guts. Wow. Okay. Ich habe immer eine Geheimwaffe dabei. Wer ist dieser verrückte Kerl? Ja, komm her. Ecken Taktik. Zelda 2 Style. Was? Das funktioniert sogar. Okay, das ist natürlich ein bisschen Boosty Taktik, weil der Typ ist längst nicht so schwer wie Zelda 2 Final Boss. Oh, beeindruckend. Da bleibt mir nur noch eins zu tun. Komm zu mir, mein stählender Bruder. Das ist nicht dein Bruder. Das ist eine Maschine. Haha, gefällt er euch? Das ist mein stählender Bruder. Unsere Seelen sind miteinander verbunden. Und sein Name lautet... Brubotter! Genug gespielt. Hier kommen die Schmerzen. Oh. Plötzlich im Weltall. Im Weltall kann Brubotter sein Potenzial jetzt richtig entfalten. Hey, klemm... Klemm einer Opfer. Jetzt gibt's eine grobe Kelle. Moment. Äh... Vielleicht wächst dafür doch auf Mario. Okay. Jetzt haben wir einen Space Shooter. Moment. Wir sollten das einsammeln. Scheiße, ich hab's nicht bekommen. Oh. Ich wurde eingesaugt. Ist mir nicht mal aufgefallen. Er hat mich gegessen. Okay, aber jetzt... Das Spiel ist nett, meint drei Schaden. Spalter! Oh, jetzt schießt einer auch in die andere Richtung. Moment. Jetzt haben wir die Schokoriegel ein. Schild! Tempo Boost! Oh, mein Schild ist weg. Okay, noch eine Ecke-Taktik entdeckt. So, einfach hinter dem stehen. Wow. Ja, das war echt cool. Ich glaub, das gibt's noch dieses eine Mal in diesem Spiel, so einen Space Shooter. Ah, wie kann das sein? So, Schluss hier. Nein, ihr Bubutter besiegt. Für heute lasse ich euch da mal wohl laufen. Aber vergesst nicht, das nächste Mal lächelt Fortuna für Meister L. Wer ist dieser Typ? Das war schrecklich. Wir müssen uns zusammenreißen, Raumkadetten. Das reine Herz ist ganz nah los. Klopp. Wow. Ich bin sprachlos. Wirklich. Mami, Mami. Klips hat sie hergebracht. Oh, endlich da. Sagt Hallo zu Klips Mama. Du bist eine Statue. Ja, das ist Klips Mama. Die Königin von Klöpia. Klöpina. Klöpina die 14. Ist ihr Name. Die Königin ist deine Mutter, dann bist du der Prinz von Klöpia, einst mächtigen Königreich. Mein wahre Name ist Klöp. Sipialinus Klöpina. Ich hätte es sagen sollen, Klips muss es geheim halten. Vor langer Zeit wurde Klips Mama berichtet, dass der Welt Zerstörung bevorstände. Um uns vor der Gefahr zu schützen, brauchen wir das reine Herz. Also versteckte Mama das reine Herz in der Boazone, wo niemand es finden konnte. Und so wurde Klöp vor 1500 Jahren eine Kältestarre versetzt. Klöp sollte den Helden hierher bringen, damit er die Welt beschützen kann. Wow, Kältestarre, hm? So war das also. Der Prinz von Klöpia. Klöp hat eine Nachricht von seiner Majestät der Königin. Ich gebe euch das reine Herz in der Hoffnung, dass ihr die Welt rettet. Hier, nehmt es. Was? Du hast es. Unglaublich. Er ist der Letzte seines Volkes wahrscheinlich. Weil die anderen schon seit 1500 Jahren fast alle tot sind. Aber ja, so ist das wohl. Wir haben gewonnen. Puh, Klöp hat seine Aufgabe erfüllt. So müde, sagte Klöp. Mit diesen Worten legt sich Klöp vor die Statue seiner geliebten Mutter. Mama, sagt er. Ich habe mein Bestes gegeben. Bist du stolz auf mich? Das ist voll traurig, Mann. Dann schloss Klöp langsam die Augen. Er war stolz darauf, die Aufgabe, die man ihm auferlegt hatte, gemeistert zu haben. So, jetzt ist auf jeden Fall diese Musik vorbei. Wow, da ist die ganze Gang. Kommt mal alle her. Schergenversammlung, okay? Es gibt da einen neuen Schergen, den ich euch vorstellen möchte. Sein Name ist Meister L und er wechselt von einem direkten Konkurrenten zu uns. Sonderlich beeindruckend sind die Schergen ja nicht wirklich. Kein Wunder, dass euch der Hintern versohlt wurde. Wir scheinen mir höchstens die Qualität von Nachwuchsschergen zu haben. Nachwuchs, komm mir nach und ich zeig dir, was Hintern versohlen bedeutet. Wurde unser Meister L nicht auch der Hintern versohlt? Vielleicht bist also du eher der Nachwuchsscherge, wie? Der Hintern versohlt, dass ich nicht lache. Ich habe nur ausspült, meine Liebe. Nächstes Mal gehört er mir. Das ist so ein cooler Tanz. Er soll ich schon mal bereithalten. Der Zorn des einzigwahren Meister L wird ihn treffen. Man nennt mich auch Grüner Donner. Krass, dass ihn keiner wiedererkennt von der Mario Gang. Nicht mal sein eigener... Naja, das war schon. Aber genug von mir. Ich muss den Buburter weiter modifizieren. Lebt wohl. Achso, L bin ich recht. Lebt wohl. Obwohl der Held in Rot mächtig ist, wird ihm sich einer entgegenstellen. Der Mann in Grün wird die Kraft des dunklen Herzens nutzen und allen die Dunkelheit bringen. So steht es im dunklen Prognostikon geschrieben. Und dieser Mann in Grün, das ist unser neuer Scherge, dieser Meister L? Ich verstehe gar nichts mehr. Genauso sinnvoll wie Pommes mit Schokosoße. Beruhige dich, O'Clock, und halte dich bereit. Graf Knicklitz hat eine neue Mission für dich. Das verstehe ich schon eher. Wird mir eine Ehre sein, Graf. O'Clock, schwört euch, diesmal kommt mir die Latzlose nicht so einfach davon. Weg. Ganz schön heißblütig, unser lieber Grobklotz, nicht wahr? Hm, ich nehme an, man sollte das bewundern. Wenn ihr mich nun alle entschuldigen würdet, auch ich mache mich mehr auf den Weg. Die arme kleine Mimi darf also nicht mitmachen. Das nervt langsam. Äh, Spinne. Ich, ähm, bin nur ungern die Zweifel an, aber ob O'Clock Erfolg haben wird. Selbst die Menzio, Mimi und Maisel werden vielleicht erfolglos bleiben, damit dieser Held die reinen Herzen sammeln und hierher eilen. Er kommt wegen euch, Graf. Er will euch aufhalten. Hehehe, Graf Knicklitz garantiert dir. Alles läuft nach Plan. Schon komisch. Niemand schätze das Universum so, wie ihr es tatet. Und trotzdem ist es nun an euch, es zu zerstören. Genug, Nastasia. Was wäre denn geschehen? Denker, nur an ihrer Stelle. Alles wäre anders gewesen. Niemand kann sie ersetzen. Auch du nicht, Nastasia. Ja, ähm, es tut mir sehr leid. Das ist mir so rausgerutscht. Sie ist fort. Fort aus all diesen Welten. Und kehrt niemals zurück. Oh, das ist eine düstere Liebesgeschichte, meine Freunde. Wie stellst du dir das vor? Das ist nicht möglich. Niemand erlaubt es uns als. Wir werden einen Platz finden, an dem man unsere Liebe akzeptieren wird. Gibt es einen solchen Ort? Ich möchte dich nicht noch einmal verletzten. Wenn unsere Liebe kein Zuhause hat, lass uns auf der Suche zusammenleben. Und so bitte ich dich noch einmal, heirate mich. Wir werden glücklich sein. Du, du gibst nicht auf. Oder von allen den hartnäckigen Männern? Die Pani, bitte gib mir eine Antwort. Ich liebe dich. Nimm mich mit. In eine Welt, in der wir glücklich sein dürfen. Wow. Unglaublich, oder? Okay, hier bin ich. Wir haben jetzt fünf reine Herzen. Eine beachtliche Sammlung. Hey, was habe ich euch gesagt? Mit dem König des Bösen auf eurer Seite kann absolut nichts schief gehen. Aber Clips hat uns bei diesem Herzen sehr geholfen. Wir sollten dankbar sein. Tippi, du scheinst verändert. Du wirkst etwas fröhlicher. Das ist schön. Findest du? Seitdem ich aus Fort Conrad befreit habe, fühle ich mich wirklich gut. In Marios Nähe kann man so gut Energie auftanken. Hä? Wow. Chill mal, du bist ein Schmetterling. Oh, ihr seid zurück. Merlon. Wie war es diesmal? Habt ihr mal ein Wettungsherz gefunden? Ja, wir haben das fünfte reine Herz gefunden. Wow. Na toll. Schmetterling tot. Hm. Was ist passiert? Kommt sofort in mein Haus. Beallt euch. Was für ein Stimmungskiller, hm? Erst einmal sollten wir tief durchatmen, aber ich bin sehr beunruhigt. Tippi kann möglicherweise ihre Pixelgestalt nicht mehr lange aufrechterhalten. Ihre Pixelgestalt? Was zum Gubbe soll das denn jetzt wieder heißen? Nun, ihr müsst wissen, dass Tippi nicht immer ein Pixel war. Man hatte sie verflucht, auf ewig zwischen den Welten zu wandeln. Sie war erschöpft. Sie war sehr schwach. Um sie zu retten, griff ich zu einer verzweifelten Maßnahme. Mit der Magie meiner Vorfahren verwandelte ich sie in ein Pixel in Tippi. Das ist kaum zu glauben. Woher kommt denn Tippi ursprünglich? Sie hat ihr Gedächtnis verloren. Also weiß ich nicht, wer sie ist, woher sie kommt. Aber ich glaube, es war kein Zufall, dass sie hierher kam. Es ist Schicksal. Mein Gefühl täuscht mich da nur selten. Alter Bowser, was ist denn los mit dir? Die Lehre ist weitergewachsen. Zudem sind diese Beben mittlerweile fast schon Normalität. Die Lage verschlimmert sich zusehends. Hat sich die Prophezeiung des dunklen Prognostikons als richtige erwiesen? Ich werde über Tippi wachen. Macht ihr euch auf die Suche nach der nächsten Erzsäule? Wow, so viel Story. Aber ja, es ist tragisch. Tippi ist mal wieder weg. Wir können nicht scannen oder sowas gerade, weil sie nicht da ist. Und ja, machen wir uns auf die Suche nach dem nächsten Teil. Ich weiß jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf. Ich weiß ungefähr, wo ich hin muss. Aber nicht zu 100%. Deswegen gibt mir mal eine Minute, das zu finden. Das Spiel ist in der Hinsicht auch gar nicht mal so sehr, dass einer an der Hand hält. Und sagt, wo wir hinzugehen haben. Weil man muss schon selber so ein bisschen die Stadt hier durchsuchen. Aber ich weiß ja, dass wir jedes Mal ein paar neue Fähigkeiten kriegen. Und weiß dadurch ungefähr, wo wir hin müssen. Und ich glaube, ich höre, dass wir hier richtig sind. Ja. Das müssen wir jetzt scannen mit diesem coolen Pixel, den wir sonst kaum, bis nie verwenden werden. Und kommen wir in eine sehr interessante Zone. So, hier ist eine Tür. Zu einem Haus. Und hier haben wir folgendes. Halle der Spiegel. So, wir haben ein Rätsel. Und ihr wisst ja, wie gut ich in sowas bin. Wir müssen die Dinger dazukriegen, dass die alle an sind. Und ich sag euch, ich hab immer ewig hierfür gebraucht, um das richtig zu machen. Weil ich verstehe gar nicht die Strategie dahinter. Man drückt ein paar Sachen und man hofft, dass es richtig ist. Und diesmal hab ich es sogar sehr schnell geschafft. Ich glaube, ich hab auch schon mal früher ein bisschen länger dafür gebraucht. Aber wir haben es geschafft. Wir haben das Spiegel gebrochen oder so. Und sind auf der anderen Seite angekommen. Und die andere Seite hat für uns etwas sehr Interessantes parat. Flopstadt, Ebene 1. Also. Die Stadt sieht fast so aus wie die andere. Hier ist zu. Aber von jeder Person, die es hier gibt, gibt es irgendwie eine Gegenteilperson. Ich bin ein bestseller Autor. Mal von den Kursen des Chroniken gehört. Das ist von mir. Das ist mein Kopf voller gute Ideen. Außerdem hab ich schon die Abgabetermine in den nächsten 5 Jahren erfüllt. Wow. Hier haben wir noch ein Kartenhaus. Also Kartenkaufhaus. Das sagt der anders als der andere. Hi, du siehst, äh, mein Kartenladen. Queen's Hoffnung. Das erste Mal hier. Ich habe Gegnerkarten und Superfangkarten. Gegnerkarten sind krass fett mit Bildern und Texten und so. Hier seid mal eine Karte, das hast du mir immer zum Muster rüberschieben. In einer Superfangkarte kannst du Gegner an Karten verwandeln. Du kannst sie nur einmal verwenden. Außerdem kannst du hier auch Karten verkaufen. Mir stellt keine Fragen. Vielleicht haben wir welche geklaut. Okay, Gegnerkarte kaufen. Also anders als in einem anderen Laden kaufen wir nicht eine zufällige Karte, sondern können sie hier speziell aussuchen, was wir haben möchten. Aber ich habe gerade kein Interesse daran. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Aber ja, das ist sowas wie die Gegenteilwelt. Selbst unser Drehen geht in die andere Richtung. Jetzt dreht sich unsere D-Ansicht nach links quasi und nicht nach rechts. Solange wir hier sind. Und ja, das ist so das, was das hier ausmacht. So, hier gibt es noch ein Kochhaus. Ich glaube, die kocht mit zwei Rezepten hier. Um das mal kurz zu fassen. Und hier geht es hoch. Also es ist die Spiegelwelt. Es ist die Parallelwelt. Zumindest von der Overworld hier, auf der wir uns bewegen. Die Welten selber haben nicht sowas. Willkommen. Ich wusste, ihr würdet früher oder später herkommen. Oh, ihr seht, als ob ihr euch fragt, wo wir eigentlich sind. Dieser Ort mag aussehen wie Flipstadt, aber aufgepasst. Ihr wart in Flipstadt, aber ihr habt die Seiten gewechselt. Jetzt seid ihr in Flopstadt. Ja, es ist wahr. Das heißt, dass ich nicht der Merlon bin, den ihr kennt. Ich bin die Flopstadt-Version ein ganz anderer Merlon. Nämlich Nolrem. Versteht ihr nicht? Es gab schon immer zwei Städte. Doch nur Merlon und ich wissen darüber Bescheid. Ihr scheint überrascht. Jedes Ding hat zwei Seiten. Die Herzhäule ist eine Ebene über uns. Platziert das reine Herz dort. Bis dann. Tja, gewissermaßen kommt auch mein böser Zwilling Okram aus einer solchen Gegend. So sagt man jedenfalls. Genau, also die Welten, die wir uns bewegt haben, war jetzt auch nicht so groß, aber jetzt ist sie quasi schon mal zwei groß, weil es gibt das ganze Ding noch ein doppeltes Mal. Und ja, das ist ganz schön verwirrend, das kann ich sagen. Das heißt auch, jeder Laden gibt es irgendwie zweimal. Das heißt, die Bar gibt es zweimal. Ob das neue Minispiele in dem anderen Parallel-Casino gibt, weiß ich auch nicht. Können wir mal einfach auf Spaß mal gucken. Aber ist schon interessant. So, komm um. Da haben wir das Ding. Ihr scheint sehr flink zu arbeiten. Ich habe eine Nachricht vom Merlon erhalten. Tippi ist wieder aufgewacht. Sie erwarten euch auf dem Flipstadt-Turm. Behalte euch. Okay, okay. Wir gehen sofort hin, ja. Ich will nur gucken, was hier sonst noch ist. Okay. So. Hier oben auf dem Turm in Flopstadt gibt es keine Welten. Es gibt nur die... Ich spoiler das einfach mal, weil es nicht so wichtig ist. Die allerletzte Welt, die befindet sich hier... Oh, hier ist ein sehr interessanter Kerl. Ach, ich bin überrascht, dass du mich gefunden hast. Ich heiße Röhrenbärt. Ich bin der Meister der Röhrenschmiede. Hast du je gedacht, oh, in der Stadt rum herzulaufen dauert einfach zu lange? Klar, dachte ich auch. Darum ist meine Aufgabe, Transportröhren zu bauen. Ich habe mich hier umgesehen. Klar. Ich denke, hier kann ich eine Röhre zum Fuß des Flipstadt-Turms bauen. Was hältst du davon? Du denkst meine Material- und Arbeitskosten. Klar. Ich könnte diese Röhre mit Leichtigkeit bauen. Aber du siehst nicht besonders reich aus. Wie wäre es mit 300 Münzen? Ja, okay. Dann können wir uns eine Abkürzung hier bauen. Das ist spitzenmäßig. Klar, ich fange mal an. Du bleibst mal schön aus dem Weg. So, mit dem kann man auch nicht verhandeln. Wow, sein Bad ist ein Presslufthammer. Ist ja toll. Mit dem kann man auch nicht um das Geld verhandeln. Der will 300 Münzen haben. So, und damit kommen wir zurück nach Flipstadt auf die schnelle Art. Die Röhre ist 24 Stunden am Tag, 360 Tage im Jahr geöffnet. Nutze die, wann immer du willst. Klar. Kluge Leute sind immer sehr gründlich. Du hast eine kluge Entscheidung getroffen. Nun, ich muss los. Und weg ist sie. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn jemals wiedersehen in diesem Spiel. So, jetzt will ich nur einmal noch eine Etage runter und mich da nochmal umschauen. Hier ist noch ein anderer Itemshop übrigens. Weiß nicht, man da mal gucken sollte, bei Gelegenheit. Moment, aber muss ja nicht alles jetzt sein. Kann ich hier runter? Aufzug wird reprieren, nicht einsteigen. Ah, wir können noch gar nicht hier runter. Na, dann hat sich das eh erledigt. Okay, dann gehen wir mal ganz schnell zurück, wo wir hin sollen. So, das ist der schnellste Weg. Zurück. Das originale Flip statt. Da seid ihr ja. Ich fühle mich wieder besser. Lass uns gehen. Okay, wir tun so, als wäre nichts gewesen, ja? Bist du sicher, dass es dir gut geht? Es wird schon gehen. Wir haben kaum noch Zeit. Und ich... Ich möchte beim Mario sein. Dann halte ich dich nicht auf. Dein Wissen wird sicher vom großen Nutzen sein. Werte Helden, bitte gib gut auf Tippi 8. Okay, seid ihr bereit? Nächste Welt. Uh. Immer noch in Sorge um Tippis Wohlbefinden öffnete Mario und Freunde die fünfte Tür. Sie mussten immer noch da keine Herzen finden. Ähm. Die drohende Zerstörung der Welt rückte in alarmierender Geschwindigkeit näher. Würde Mario noch genug Zeit bleiben, um einen Happy Antiride zu führen? Und was hat sich Graf Knickwitz und die Schergen wohl schon wieder einfallen lassen? Dieses Abenteuer wurde mit jedem Schritt gefährlicher und spannender. Den gibt es auch im Untergrund vom Flipchart, wenn man in 3D an sich geht? Wen gibt es im Untergrund? Achso, den Typen. Ja, logisch. Ah, okay. Gut zu wissen. Okay. Was haben wir diesmal? Steinzeit. Sieht beeindruckend aus, ne? Oh, wir kommen von da oben. Oh, da fallen wir aber erstmal. Wo sind wir nur? Äh, okay. Jetzt richtig Comic-Humor. Keine schlechte Aussicht von hier oben. Leider ist kein reines Herz sichtbar. Oh Mann, von hier oben? Oh nein. Und dann erst tritt die Schwerkraft einem, wenn man nicht bewusst wird. Großer Felser über uns wacht. Klipp-Hulana, nur kleine Felsen. Brauchen Hilfe. Hilf. Äh, Klipp-Hulana. Da, oder. Klipp-Hulana. Bald weg. Endes nah. Nein, wir klippen weiter. Rette Klipp-Hulana. Tag. Was so? Klipp? Bist du in Ordnung? Boah. Maleo, Mensch, vom Himmel gefallen. Ja, Kassaro, versorgt geworden. Er komisch geformt. Warte, er vielleicht von großer Felser über uns wacht geschickt? Das harrige Etwas. Großer Felser über uns wacht. Schickt unkohlen Typen. Hüt die Zunge. Zweifel nicht an großer Felser über uns wacht. Ganz bekleppt. Was? Ey, könnt ihr mich mal nicht mitnehmen? Wow. Mario macht einfach gar nichts dagegen. Diener von großer Felser über uns wacht. Ihr große Brocken. Wir nur Kiesel. Wunderbar, da sind wir nur gelandet. Und wer sind überhaupt die? Dies Land von Klipp-Hulana. Ich Klipp-Hulana, er auch Klipp-Hulana. Das ist nicht schwer. Egal. Hier ist, äh... Großer ist Mamoru, Chef an der Klipp-Hulana. Klipp-Hulana, wie bitte? Oh, große Diener von großer Felser über uns wacht. Klipp-Hulana, hier unten Probleme. Schwere Probleme. Große Gefahr. Eines Tages mutierte Pflanzen kommen. Name Floro-Sapiens. Schnappen sich Klipp-Hulana. Wir aber friedlich. Sie nicht friedlich. Rettungstrupp von uns. Es muss gerettet werden. Wir am Ende mit Latein. Wir retten Klipp-Hulana. Äh, wie? Mamoru, keine Idee. Er hat immer noch mehr geschnappt. Schlimm. Entweder wir finden Lösungen oder wir alle bald. Weg. Ihr zerschnallt Floro-Sapiens. Ihr rettet unsere Kumpels. Wir helfen Klipp-Hulana. Na klar. Ihr hättet sich hängen lassen. Klipp-Hulana schulden euch viel. Spitze. Die absolut Spitze. Großer Felser über uns wacht. Euch sicher geschickt. Schrecklich. Krönig Krokos. Zurückkehren wird. Was? Klipp-Hulana entführt. Bitte Klipp-Hulana brauchen Hilfe. Diener von großer Felser über uns wacht. Ihr Titel versteht. Bitte helft uns, helfen Klipp-Hulana. Bitte. Oh Gott. Was ist hier nur los mit euch? Ja, okay. Wir sind mitten in der Steinzeit gelandet. Und müssen den armen Leuten hier helfen. Vor wahrscheinlich diesen Figuren hier fertig gemacht zu werden. Ey, sieh mal eine an. So einen hatten wir hier noch nicht, oder? Oh, du kannst doch mal reden. Da hast du recht, Mann. Muss eine seltene Züchtung oder sowas sein, oder? Seltene Züchtung, genau. Den könnten wir eigentlich zum Polieren des reinen Herzens verdonnern, Mann. Was? Bari, diese seltsamen Kreaturen scheinen etwas von reinen Herzen zu wissen. Uns Anführer Krönig Krokos flippt aus, wenn wir ihm diese seltene Spezies bringen. Klopfen wir ein bisschen weich und transportieren sie dann ab. Das halte ich für unwahrscheinlich. So, halt für die Punkte. Es scheint, als ob der Anführer dieses Pöbelts ein reines Herzens besitzt. Wir sollten ihn suchen. Hilfe! Oh. Sie schnappen sich einfach die Höhlenmenschen. Böse Florosapiens. Die Florosapiens entfüllen weitere Dorfbewohner. Oh ja, ich gehe sofort hinterher, aber erst gucke ich nach coolen Secrets hier. Sehen wir auf jeden Fall ein paar Häuser. So ein Clip. Der macht nicht auf. Ihr wollt, dass Adamas Haus verlässt, aber Adamas ist schlauer. Okay, die lassen mich alle nicht rein. Cooler Fernseher. Eine Person, die um das Ding da rum geht. In echt. Wow, selbst im Itemshop komme ich nicht rein. Okay. Hier können wir rüber. Oder können wir nicht sogar hier rein. Okay. Ich habe gedacht, hier hätte ich ein Geheimnis gefunden, aber scheinbar wohl doch nicht. Da können wir noch nicht hin. Na dann, na dann. Dann schauen wir mal. Ey, das seid ihr ja. Sie fliehen. Ich frage mich, wohin sie fliehen. Wir sollten ihnen folgen. Na gut. Oh. Oh. Oh, der kann vergiften. Warte mal. Ich bin auf dich gesprungen. Das Gute ist, ich kann auf Stachelgegner springen, inklusive Piranha-Pflanzen. Eine Pfirsich. Und selbst diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die Gegner heißen. Die sind auch in den anderen Paper Marios. Nehmen jetzt mittlerweile sogar Schaden von mir. Weil sie haben eigentlich eine sehr hohe Verteidigung. Okay. Komm, ich sammle ein bisschen Geld ein. Ich habe mir gut Geld ausgegeben jetzt, nachdem ich diese Röhre mir bauen habe lassen. So geht das. Komm mal nicht rein. Okay, das hat sehr viel gebracht. Ich glaube, da müssen wir mal kurz rüber. Mit Peach. Dankeschön. Das ist wirklich der einzige Dienst, für den wir Peach brauchen hier. Um einfach bei solcher Entfernung rüber zu kommen. Oh, ich erinnere mich. Hier, das ist ganz schön blöd hier. Hier haben wir drei Blöcke. Und die muss man in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Okay. Das war sogar richtig. Ähm, aber... Um eins schon mal vorwegzunehmen. Es waren nicht die einzige solcher Röhren. Und... Ja, es war noch ein einfacher Code. Ähm. Meine Güte, hast du die gesehen? Dort drüben. Oh, hier haben wir Mammutgegner. Die sind nur groß. Am besten Flemmen, weil sie sie einfach weg mit dem Bowser. Die haben auch sehr viel Leben. Guckt es euch an. Boah, die überleben echt eine Menge. Ich bin selber überrascht. Wie viel die überleben. Boah, da sind echt viele davon. Ja, die nehmen wir einfach mit Bowser am besten. Also so haben sie echt gar keine Chance gegen mich. Fleischkeule? Erhöht Angriff teilweise. Äh, stellenweise. Okay, Moment. Was brauche ich denn nicht? Auch wenn es sich das nicht lohnt, ich glaube, ich mache das mal mit dem Angriff verdoppeln. So, und da sind wir schon. Bei diesem Teil. Und hier bin ich auch wirklich nie weitergekommen, in diesem Spiel von selbst. Denn die Kombination hier ist nicht einfach links, rechts, links. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zurück. Und ich muss mir erstmal ausdenken, wo ich hinkomme. Oder wie ich hier weiterkomme. Um diese Kombination herauszufinden. Weil, ja, die hat es wirklich in sich. Das ist so eine Sache, die habe ich früher genau wie den Code für die Rubine. In Kapitel 2 habe ich das auch immer hier bei Spiele-Tipps nachgeguckt. Weil ich nicht wusste, wie man das hier herausfindet. Ehrlich gesagt, aus dem Kopf raus weiß ich das jetzt immer noch nicht. Aber ich gucke mich mal um. Und dann habe ich einfach den Code dafür online nachgelesen. Aber vielleicht werden wir hier fündiger. Halt 7. Okay, Moment. Äh, ich esse das jetzt. So, der Gegner ist ein bisschen tricky. Wir dürfen ihn nicht berühren. Weil sonst macht er irgendwelche komischen Sachen mit uns. Okay, das ist ein Anruf. Ignoriert das einfach. So, gucken wir mal hier rein. Oh, die Viecher, diese Dodombos. Gut, dass ich schon mal eine Bombe ausgerüstet habe. Die hat noch ein bisschen mehr aus. Und das ist halt echt die einzige Möglichkeit, die zu besiegen. Zum Beispiel ist da teilweise die Steuerung vertauscht. Bowser-2-Karte. Cool. Mehr haben wir hier nicht. Schade. Wo finde ich diesen Code raus? Bei diesen Gegnern da. Ach so. So. Okay, jetzt check ich, was ich meine. Ähm, ja. Ach so. Ja, das... Ich weiß, es gibt einen davon. Und das ist der Schlimmste von allen. Es gibt welche, die vergiften. Manche machen, dass man Slow-Mo bewegt. Glaube ich, manche vertauschen die Steuerung, wie du gesagt hast. Aber der Schlimmste ist der, der einfach Instant aus dem Level befördert und einen zurück nach Flipstadt einfach bringt. Das ist der Schlimmste von denen allen. Kann ich das irgendwie scannen? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wie man hier weiterkommt. Ähm, wie ich diesen Code rauskriege. Moment, die sind doch jetzt neue Leute. Klippulaner leben ewig hier. Jagen und Frieden, aber bald Ende für Klippulo. Florosapien schnappen sich alle Klippualaner. Ah! Oh, Russer fährt sich über uns weit. Wir flächen nicht an, lief uns. Okay, warte mal. Irgendwann, der der... Müll im Fluss. Jeden Tag im Fluss. Rein und weg. Müll im Fluss werfen. Was glaubst du denn? Müll geht zurück in die Natur. Müll nicht verschwenden. Autsch. Der erste Natursünder von allen. Immer noch schlechte Laune. Nicht Gesicht von Personen, die alles auf die Reihe bekommt. Kassaro weiß Rat. Kann lächeln auf Gesichtsaubern, wenn du hörst. Willst du hören? Ja. Kassaro nicht erzählt umsonst. Aber keine Sorge. Kassaro nicht will Münzen. Du nur schnell Bitte sagen. Ich muss wirklich Bitte sagen? Okay. Vielleicht will man nochmals einmal hören. Muss ich das wirklich? Okay. Scheiße, daran kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Bitte. Kassaro glaubt. Nur nicht ehrlich. Nicht genug Schwung in Stimme. Du sagst dreimal. Bitte. Noch zweimal. Oh Gott. Bitte. Das ist ein Gameplay-Feature gerade übrigens. Ja, so gut. Kassaro jetzt weiß, dass du wirklich hören wirst. Kassaro kann spüren. Hier ist ein Geheimnis für dich. Äh, aber lang. Du vielleicht schreiben mit, damit du nicht vergisst. Du schreib Werkzeug in Nähe. Ja. So sicher stein hast du nichts vergessen. Nächstes Mal, du siehst drei Blöcke. Du springst so. Mitte. Okay. Moment. Das muss ich wirklich... Ich meine das ernst. Das schreibe ich jetzt mit. Das ist kein Hahahaha. Hier ist mein Stift. Und Papier. Und eine... Rechnung. Ein Kassenbon meine ich. Also Mitte. Äh, rechts, links. Links. Rechts. Mitte. Rechts. Links. Rechts. Rechts. Mitte. Rechts. Rechts. Links. Eigentlich hätte ich auch die Buchstaben nehmen können. Ich mache hier gerade wirklich Pfeile die ganze Zeit. Das ist ein bisschen... Nein, nein. Es war schon falsch. Links. Warte mal. Mitte. Mitte. Links. Ich hätte Buchstaben nehmen sollen. Links. Rechts. Links. 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 Mitte. Mitte. Hier ist mein Code. Das alles. Du mitgeschrieben. Du machst richtig und interessant. Das passiert. Viel Spaß. Guten Clip. Oh Mann. Okay, jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, warum ich den Code nicht so schnell aus dem Kopf wusste. Der eine war irgendwie links, rechts, Mitte. Ja. Der hier hat ungefähr 20 Zeichen. Also das ist schon ein bisschen härter als das. Aber jetzt sage ich dem Kevin ja ganz oft bitte gesagt, da habe ich es. Aber wie gesagt, als ich kleiner war, habe ich das aus dem Kopf nicht gecheckt, wie man das hier rausfindet. Und das immer, wenn ich hier Spiel durchgespielt habe, bei Spieletipps nachher geguckt. Ich weiß noch einmal, wie ich meinen Eltern in Urlaub geflogen bin nach Italien. Ich habe meine Wii mitgenommen. Und ich habe vorher noch mir, weil ich dort auch kein Internet hatte, bin ich auf Spieletipps gegangen und habe mir da noch den Code mitgeschrieben, weil ich wusste, wenn ich das Spiel nochmal durchspielen möchte, würde ich nur bis hierhin kommen und hier stecken bleiben, weil ich nicht mehr wüsste, wie dieser Code funktioniert. Und deswegen habe ich mir das da schon mal mitgeschrieben. Ich meine, das Gute ist, dass der Code immer der gleiche ist und sich nicht für jeden Spielstand neu randomize oder sowas. Deswegen geht das dann auch. Aber ja, fangen wir mal an. Also, Mitte, rechts, links, links, rechts, Mitte, rechts, links, links, rechts, links, jetzt habe ich geschmiert. Mitte, Mitte, links, links, es ist nochmal links, ich hoffe es, links, rechts, links, 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 Mitte, Mitte. Okay. Ich habe teilweise so unleserlich meine Pfeile hier gemacht, dass ich das selber nicht mehr erkennen konnte, weil ich die geschrieben habe. Ich hätte einfach L, M und L, R schreiben können. Aber nein, ich habe mich stattdessen entschieden, immer kleine Pfeilchen zu machen. Und für den mittleren Pfeil habe ich einfach einen Pfeil nach unten gemacht. Bei Spieletipp stand früher oft Miss, bei Pokémon zum Beispiel, trainiere alle Pokémon auf Level 100, mache 100 Mal die Liga und gehe irgendwo dann hin, dann kommt ein selbst Pokémon wie Xeo, Xeo. Das stimmt. Das waren echt immer Bullshit-Sachen. Es gab eine Seite, die ist cheats.de, die fand ich war sogar noch schlimmer, aber ja, Spieletipps war auch nicht immer frei von solchen Sachen. Da waren alle möglichen Sachen. Oh, hier endet das Level, einen Augenblick. Moment, was ist denn dann auf der anderen Seite? Ich will erstmal da hin. Von Mew3 bis Togepi und sowas, also in Pokémon Rot und Blau, wo es noch kein Togepi gab und sonstige Sachen. Mach mit einem Level 99 Taubsee 100 Mal die Liga durch und dann kriegst du das und das. Voll die Lügen einfach. Voll die Lügen. Ich habe ja selber schon mal die Geschichte erzählt, wie ich auf einmal so eine Sache reingefallen bin. Es war nicht bei Pokémon, sondern bei Smash Brothers Melee, wo man angeblich Mario, also einen Mario Skin bei Melee freischalten konnte, wo er den Flood hinten drauf hat oder Wario freispielen konnte. Ich weiß gar nicht mehr. Beides war irgendwie mal so eine Sache. Okay, danke für dieses coole Geheimnis. Ich hätte es mir einfach sparen können. Und die Sache war, okay, du musst einen Mario Adventure Modus machen und du musst eine Bombe nehmen, also Bob-Omp irgendwie finden und damit musst du eine dieser Röhren kaputthauen. Das musst du auf die Röhre schmeißen von oben. Dann kommt, dann geht das auf und du kannst rein. Da unten kämpfst du gegen 128 kleine Mini-Marios wie in der einen Event-Match-Mission und danach schaltest du das frei oder irgendwie sowas. Und ich habe den Scheiß geglaubt und die ganze Zeit probiert. Ich habe da locker ein, zwei Stunden probiert, diese Scheiße zu machen. Ja, ich bin drauf reingefallen. Also ja, da stand wirklich viel Mist, leider. Ich glaube, erst später sind die da ein bisschen davon losgekommen. Aber ja, da standen auch sehr viele Pokémon-Lügen. Aber dafür standen auch manche Sachen, wie zum Beispiel diese Codes hier richtig. Aber die Sache war, auf Spieltipps stand alles wirr und zusammen. Also man hat ein Spiel gehabt, Klick auf ein Spiel, Super Paper Mario. Und da standen oft die Sachen nicht sehr kategorisiert. Also klar gab es immer eine Rubrik für Cheat-Codes tatsächlich, für Action-Replay oder so. Und dann so Tipps einfach, ne. Und dann steht da wirklich alles Mögliche drin, so komplett quer und durcheinander. Und das war schon echt doof teilweise. Vor allem, wenn die Hälfte davon gelogen war. Auf der Suche nach dem entführten Klippulanern begeben sich Mario und seine Freunde zur Club von Klippdorf. Was führte die Floresapiens vom Schilder? Und wohne befanden sich ihr König Krokus und das reine Herz. Obwohl schnell vorankommen, bekamen unsere Helden die Floresapiens nicht zu Gesicht. Aber Mario gab nicht auf. Er war sich sicher, sie einholen zu können. Ja, aber es gab echt viele Bullshit-Pokémon-Hoaxes. Das war schon echt traurig. Da, wir haben die Unholde eingeholt. Sind sie da? Oh, das sind Pokeys auf jeden Fall. Und tschüss. Naja, eingeholt haben wir sie noch nicht ganz, würde ich sagen. Aber wir sehen sie schon mal. So, was cool ist, auf Pokeys kann ich einfach drauf springen. Das ist mega entspannt. Oh, der hat mich ja ganz schön überlistet hier. Moment, geht da rein. Geht gar nicht. Hier ist ein Apfel oder sowas. Urfrucht. Ich kann ja mal den Geist-Pilz einsetzen. Einfach aus Spaß. Ja, warte doch mal. Das ist gar nicht so einfach. Kann ich einfach so machen. Viel besser. So, jetzt habe ich dieses Ding hier. Okay, er wagt ein bisschen. Aber, oh, Level Up. Was schmeißt du denn jetzt weg? Schmeiß die Stoppuhr weg. Ich brauche sie nicht. Ich brauche sie nicht. Sache ist, Heil-Items sind hier viel mehr wert als irgendwelche Action-Kommando-Sachen. Okay, ich will das aber einsetzen in einem Augenblick. Ich will mal sehen, wie die Sternen-Schnuppe funktioniert. Sternenwind. Was? Achso. Ah, Moment. Cooler Nostagi-Flashback. Ja, aber es sind die einzigen Formen von Action-Kommando, was wir in diesem Spiel haben, durch diese Items. Und wie gesagt, meistens braucht man das eigentlich nicht so. Das ist halt das Traurige. Also, Heil-Items, würde ich sagen, haben in diesem Spiel viel höheren Stellenwert. Als, ähm, irgendwas anderes. Stimmt, gibt es ein paar Ausnahmen vielleicht. Wie ab und an irgendwas, was meinen Angriff verdoppelt oder sowas. Eine Wassertafel. Aber in der Regel ist das Wichtigste für uns, dass wir einfach überleben. Und unsere normalen Angriffe, gerade wenn man im Bowser-Camping, sind einfach stärker als diese ganzen Sachen. Von daher versuche ich mich auch nur darauf zu fixieren, diese Sachen zu behalten dann, die mir Leben geben. Wobei man in der Regel auch gar nicht so große Probleme hat eigentlich. Das ist ein Klabber. Oh, da ist eine, ein Block, wie man es aus älteren Paper Mario-Spielen kennt. Die sind jetzt reingegangen. Oh, die Röhre ist weg. Und der Stein davor geschoben, na toll. Die haben die jetzt gemacht. Die sind in dieser Röhre verschwunden, oder? Okay, ähm. Hier sind aber ganz schön viele Wurzeln. Ich esse jetzt den Voltopilz. Drücken den aufleuchtenden Knopf. Achso, äh, ah. Nein. Ich verstehe meine Knöpfe nicht. Naja, okay. Spike heißen die Gegner teilweise auch? Wirklich? Jetzt berühre ich, äh, mache ich mit Berührung Paralyse-Schaden. Also ich meine, ihr seht hier, wie schnell das hier geht, dass mein Gegner einfach mal so kaputt haut. Aha. Das ist in Wirklichkeit. Ich stecke fest. Äh, wegbombbar hier. Wie ihr gesehen habt. Und die Türe ist jetzt betretbar. So, ich glaube, wir müssen noch mehr solcher Tafeln hier finden. Auch wenn es uns das offiziell noch nicht gesagt worden ist. Ah, ich seh schon. Äh, du? So, hier ist wieder ein Fernseher, der einen Typen zeigt, der da um die Sache drüber geht. Aber was gibt's für einen Grund, dass ich hier hochgehe? Moment, ich sehe hier sehr viel auf einmal im einen Augenblick. Diese fiesen Viecher hier. Den einen lasse ich jetzt einfach mal da im Hintergrund sein. Oh, Moment, du kannst dich auch wandeln. Okay. Ich habe es mir anders überlegt, ich werde ihn besiegen. So. Oh, ein paar Morios. Ich nehme jetzt einfach mal den Schaden. Das sind Giftpills. Das sind Blumenregen. Das hat ein bisschen Verschwendung, weil ich das jetzt gar nicht benutze mit dem Blumenregen. Oh, Tempoblume. Den Platz nehme ich aber. Und langsam. Ach, jetzt bin ich normal schnell, weil ich jetzt beide Sachen habe, oder was? Ach nein, das hat es wieder rückgängig gemacht, den Effekt. Das ist ja verrückt. Okay. Was kann das? Das ist ja verrückt. Okay. Feuersymbol. Guck mal, jetzt haben wir schon zwei davon. Haben wir das Rätsel gelöst. Okay, die meisten Morios haben es zurückgeschafft. Ich kann jetzt nicht die anderen noch betreuen. Ist dann Pech. Diese Giftpilze geben gutes Geld, auf jeden Fall. Ähm. Genau, hier ist nichts mehr. Ich höre die Klappers, wie die am Schnarchen sind. Aus der Röhre kam ich, glaube ich. Da muss ich vielleicht hin. Oh ja, zu viele Sachen. Macht nicht kurz unverbundbar, klingt aber eigentlich sehr stark. Ich werde es trotzdem einfach verwenden. Scheiß drauf. Oh, ist er mich ein bisschen an die Attacke von Sushi aus Paper Mario 1. Da kann ich nicht rein. Da kann ich rein. Aha, ich bin jetzt im Hintergrund. Ich bin gerade unverwundbar, aber es bringt mir nicht sehr viel. Brauche ich hier alle drei Elemente oder... Oh, hallo. Oh, okay. Das Unverwundbarkeitsding ist weg. Das war auch zu erwarten. Okay, ich weiß nicht, ob das nur Deko ist. Oder ob ich hier mit den drei Elementen hin muss. Oh, ein Super-Duper-Pilz-Max. Ja, ist natürlich besser als alles andere, was ich hier habe. Das ist halt nur sieben, also geht das weg. Das andere halt 50. Ich hätte den einen Super-Pilz-Max, den ich noch hatte... Ich hätte den im Item-Lager lagern sollen. Ich habe es einfach vergessen. Aber macht ja nichts. Ja, man hat einfach mehr Items, als man hier braucht. In diesem Spiel auf jeden Fall. Beide den anderen Paper-Marie spielen auch schon so. Hier ist es, glaube ich, noch ein bisschen heftiger. Kann ich auch nicht rein. Hier liegt ein Item. Wirksam erträgt der in Angriff kurz zu doppelt. Mann, das Ding ist gut, aber... Ach, kann ich nur Wurzeln einfach wegschmeißen? Werde ich jemals so viel heilen müssen? Ich weiß nicht. Okay, wenn das Spiel eine Sache macht, wie die anderen Paper-Maries, dann ist es mir Probleme bereiten, wie ich meine Items einsetze, weil ich einfach nicht weiß, wohin mit den Sachen. Das war in den anderen Paper-Marie-Spielen schon genauso. Wenigstens haben die diese Feature beigehalten. Ich weiß nicht, ob ich da runter kann. Nein, kann ich nicht. Okay. Meine Mini-Maries sind jetzt tot. Aber so ist das halt. Auch schon da? Oh. Ich hasse die Warterei. Seit mich dieser prächtigen Kerl hat warten lassen. Ihr wollt mich vor der Ruhe bringen, was? Welcher Kerl? Wollt ihr wohl betrügen, hä? Aber nicht mit mir, habt ihr geglaubt? Das funktioniert bei mir. Ich fürchte, diese Person ist furchtbar fehlgeleitet. Ah! Bargel, Fargel, fehlgeleitet, das ist nicht mein richtiges Wort. Mir ist Schluss mit dem Gekeife. Jetzt regeln wir es ein für alle Mal. Ich hoffe, dass wir noch beweisen, dass du nicht gewinnen kannst. Mach es dir und uns einfach und geh zur Seite. Ha, ha, ha. Große Sprüche für so einen kleinen Flattermann. Dafür schreibt mir jemand eine Entschuldigung. Und dein Köpfchen ist der Stift. Sei geüßt, O'clock. Du. So treffen wir uns wieder, wie zwei alte Wikinger auf einem stumm gepeitschten Langboot. Was wird zu denn, Dimension? Ich brauche keine Hilfe. Du bist nur am Weg. Ich entschuldige mich tausendfach. Es ist nicht mein Anliegen, irgendwie oder irgendwem im Weg zu stehen. Ich bin hier lediglich zufällig vorbeigekommen und wollte schnell Hallo sagen. Du sagst nur Hallo? Gewiss. Ich dachte nur, meine Magie könnte in diesem Kampf vielleicht helfen. Oh nein. Wir sind wieder in diesem Greenscreen. Du kannst beruhigt sein. Kämpfe ruhig so lange, wie du willst. Ciao. Hm, vielleicht habe ich den schrägen Vogel auch nur falsch verstanden. Na egal, jetzt seid ihr erstmal dran. Zeit für den neuen und besseren O'clock. Mit der zufällig nehmen wir erstmal Bowser und habe ich ein gutes Item hier noch gefunden vorher. Was mein Angriff verdoppeln wird. Also warum nicht? Ich glaube, es war schon bewusst, dass das Ding so gesetzt worden ist. Das war's. Nein. Ich bin zweimal auf dich draufgesprungen, Mann. So ein Mist. Schlimm genug, dass du mich schon besiegt hast. Aber gleich zweimal. Wie soll ich dem Grafen bloß unter die Augen treten? Das geht auf keinen Fall. Am besten erlöse mich gleich und hier vor der Qual. Haha, gute Idee. Bring es zu Ende. Das meine ich ernst. Ich bedauere nix. Obwohl, vielleicht ist ja doch etwas. Ich hätte dieser Puppe gerne gesagt, dass... Nein, so nicht. So farb schließt sich kein mutiger Krieger. Also dann tu es jetzt. Beende mein Spiel. Hallo, sei Grüße, O'clock. Wie läuft es denn so? Dimensio, hör mal. Das ist ja gerade wichtig. Ich will, was mit etwas Privatsphäre. Ja, gewiss. Ich verstehe, dass du deine Ehre wiederherstellen möchtest. Aber bevor dein Spiel zu Ende ist, unterhalte mich doch ein bisschen. Ich habe hier etwas, das dir sicher Freude bereiten wird. Wärst du, Gnade, würdest du das hier tragen? Du folgst da. Das ist nicht der Moment. Nicht der Moment, wie? Nicht der Moment, etwas zu tun, das dem Grafen hilft? Für den Grafen, okay. Das ändert die Sache etwas. Eine lange Denkpause. Also gut. Ihr da. Ihr habt dort schon genug eingesteckt. Also kommt doch mal davon. Für das nächste Mal bereitet ihr euch aber besser vor, damit das klar ist. Und was mit dem Gefahr, sich nicht mehr von den Grafen zu wagen? Hey, Klappe. Ich tue alles für den Grafen. Könnte mein Spiel niemals so beenden. Und jetzt ansprechen nur auch meine Moskeln. Das dann verursacht nur Probleme. Die Vergangenheit ist mir egal. Jetzt zählt nur auch der Graf und seine Sache. Und weg bin ich. Zeit, sich zu trennen. Ciao. Furz. Oh Mann, der Typ hat zwei Sprünge gebraucht. Mann, was für eine Holzuse. Oh ja. Was für eine Itemverschwendung der Typ ist, hm? Aber andererseits hat er auch wirklich keine bessere Verwendung für meine Items. Okay, das sieht aus wie eine Yoshi-Statue. Yoshi selber kommt gar nicht vor in diesem Spiel. Aber wir gehen ja immer rum und schon passiert dir was. Tada. Steintafel. So, jetzt haben wir alle drei Tafeln. Ich bin mir nur noch nicht ganz so sicher, wo ich damit her muss. Aber schauen wir mal. So. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er so wenig einsteckt. Ich meine, klar, wir haben doppelten Angriff allein schon dadurch, dass wir mit Bowser spielen. Und dann nochmal verdoppelt, also während hier Mario 5 Schaden macht, pro Attacke, sage ich mal, hat Bowser jetzt mit dem Item einfach 20 gemacht. Und der Typ hatte vermutlich 40 Leben oder noch weniger sogar. Okay, wie lange soll das hier bitte gehen? Achso, wir können auch so machen. Und hier ist... Oh. Das hier. Okay. Ich wollte gerade sagen, nichts. Aber das ist nicht die Wahrheit. Klettern wir schnell, als das Ding geht. Ja, ich glaube, wir holen einen. Okay, da müssen die wohl rein. Ich glaube, die Reihenfolge ist egal. Die Reihenfolge ist nicht egal. Okay, Feuer. Ich weiß, dass in dem Vulkan stand, wie hier rum das geht, aber... Ich glaube, durch Experimentieren kriege ich es auch so raus. Ich habe eigentlich keine Lust, nochmal zu gehen. Stein war zuerst? Okay. Na dann, so haben wir es. Was? Hey, hallo. Oh. Neuer Buddy. Hey, ich höre nichts. Ignoriert ihr mich oder habt ihr was gesagt? Also nochmal, redet mit mir. Geht doch. Ist schon eine Weile her, da ich Stimmen gehört habe. Und genauso lange habe ich auch schon nicht mehr gesprochen. Man muss sich den Leuten schon mitteilen, sonst wird das nichts. Hört mal zu. Klingt vielleicht komisch, aber hast du ein Motto? Flüstere es mir zu. Okay, was soll man dem Kerl sagen? Jetzt nicht das Wort bitte, das hatten wir schon. Was soll ich dem Kerl sagen? Eine Idee? Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Hä, hä, Marco, sind wir etwa in der Steinzeit angekommen? Steinzeit passt leider nicht rein. Marco, soll ich sagen? Steinzeit passt nicht. Okay, Marco ist ein bisschen lahm, die Idee, aber wie weiß man, äh, Zeit, Edge? Okay, ihr seid coole Typen, aber ich glaube, ich habe meine Idee. auch wenn das ein sehr Oldschool-Witz ist. Bisschen kurz, oder? Kein wirklich tolles Motto, geht es etwas länger? Was? Als ob ich nicht U machen kann. Das ist nicht akzeptabel. Äh, boah, warte mal, was kann ich denn noch nehmen? Das ist ja noch eine Idee. Das nimmst du persönlich, oder? Was jetzt? Achso, das mit dem U? Ja, ist nicht nett. Okay, vielleicht haben wir einen Eastside, wenn ich Nintendo eingebe. Vielleicht kommt ja dann John und Nintendo selber hin. Vielleicht kommt Dark Bowser raus auf so einen Bildschirm und beschwert sich auf einen Dolphin-Emulator-Spinne. Bisschen kurz? Ach, achso, ich bin auch, ich habe auch den falschen Knopf gedrückt. Habe ich auch eben den falschen Knopf gedrückt? Einen Augenblick mal. Lass mich doch mal mein U probieren. Okay, ich nehme Nintendo und hoffe, dass ich irgendwie Bonus-Coins von Nintendo bekomme. ein bisschen lang, oder? Klingt etwas langweilig. Versuche es mit etwas Kürzerem. Mann! Das ist perfekt, ich liebe es. Gut formuliert, das ist so, gefällt mir das. Gut, gut, war doch mit einem Moment. Mann! Das ist also dein Motto und danach lebst du. Was? Weiter so. Gib mir das Gefühl, dich zu kennen. Muss schon sagen, inspirierend. Hat so ein Gefühl schon lange nicht mehr. Erinnert mich an den Moment, an dem ich ein Pixel wurde. Und das fängt ja schon mal gut an. Ich denke, ich springe auf diesen Inspirationzug auf. Wow, das war echt schwierig. Das Pixel-Knüppel hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Mit seinem Hammer kannst du jede Menge Schaden verursachen. Selbst riesige gelbe Blöcke stellen jetzt kein Problem mehr für dich da. Tja, ich fühle mich gut und als jede Menge Energie die raus will. Also, das ist unser Hammer. Ich weiß nicht, warum wir ein Pixel dafür brauchen, um einen Hammer einzusetzen, aber ja, das ist es. So, das traditionelle Hammer benutzen in Paper Mario hat auch jetzt hier seinen Weg in die Spiele gefunden. Allerdings dadurch, da ich immer einen Pixel dafür brauche, werde ich das hier so gut wie gar nicht nutzen, in diesem Spiel Hammer einzusetzen. Was ein bisschen schade ist, weil Hammer sind so wirklich Grundsteine in Paper Mario Spiele, aber in diesem Spiel werde ich das, glaube ich, echt wie diese meisten anderen Pixel echt nur dafür benutzen. Na gut, wenn ich muss, dann mache ich das und sonst halt nicht, ne? Oh, einer am Glück. Aber gerade von Sachen benutzen, nur, wenn man sie muss. Hier ist Peach. Nennt das schade. In vorherigen Paper Mario Spielen und sogar in den späteren Paper Mario Spielen hat Mario immer einen Hammer bei sich und kann ihn benutzen. Hier kriegen wir ihn erst jetzt und nur durch ein Pixel kann man ihn einsetzen. Es ist komisch auf jeden Fall und leider ein bisschen schade. Dadurch ist das viel unhandlicher, das einzusetzen, statt dass es einen extra Knopf dafür gibt. Aber da dieses Spiel auch nur wenig Knöpfe auf der Steuerung hat, weil es offiziell nur auf einer Wiimote spielbar ist und das Ding irgendwie bis auf die Steuerung fünf Knöpfe insgesamt hat und die meisten eh unhandlich zu benutzen sind, ja, läuft das Spiel sehr minimalistisch. Nachdem O'Clarks Angriffe abgewehrt worden, folgten Mario und seine Freunde den Floresapiens in den Untergrund. Befand sich ihr Versteck etwa in der Nähe? Es ist dunkel und eng. Wer hat mich getreten? Entschuldige, mein Fehler. Unsere Helden folgten dem Gang und lauschen dabei bei dem Echo ihrer Stimmen. Während sie sich vorantasteten, wurde das Licht am Ende des Tunneln heller. Sie waren endlich im Innersten der Florehöhlen angekommen. Die Entführten Klipp-Bulana mussten sich irgendwo in der Nähe befinden. Tja, diesmal ist es nicht Peach selber, die Entführte, sondern irgendwelche Steinzeitleute. Und jetzt sind wir hier unten in der Höhle. So, was haben wir denn hier? Erstmal heilen. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Musik. Wir kommen live aus der grässlichen Dunkelheit, die die Florosapien zu Hause nennen. Kein Klipp-Bulana hat jemals sofort seinen Fuß in diese Höhle gesetzt und ist danach wieder lebend an die Oberfläche entwichen. Manche sind jedoch zu höheren Berufen. Euer Kall Klipschein gehört zu dieser Gruppe. War es einer der Höhlenmenschen? Ist ein Fernsehermoderator? Klipschein, ho! In die Florosapienshülle des Grauens. Ein Karl-Klipschein-Abenteuer. Nein, nein, Sekunde mal, das kommt bei den Landeiern nicht gut an. Klipschein, ho! Gefahrenfahr zu. Karl Klipschein gegen die gekippte geclippte Floromumie. Ob die Zielgruppe das wohl mag, Klipp-Bulana sind ziemlich unbeständig. Der Typ sieht aus wie irgendein Computerprogrammer. Was meine ich nochmal? Ist das ein Antivirusprogramm oder so an, das ich denke? Entschuldigt, bitte, guter Mann. Klipschein, Plötzlich aus den Nebeln der Höhle rätselhafte greifende Kreaturen. Sind sie darauf aus, Karl zu einer ihrer Mahlzeiten zu verarbeiten? Bleiben sie dran. Es geht nach einer kleinen Werbeunterbrechung weiter. Cut! Alles im Kasten. Was wollt ihr Trottel denn? Was macht ihr überhaupt hier? Wenn ihr genau guckt, seht ihr, dass dieser Typ und Mario nicht genau auf dem Boden stehen, sondern leicht drüber schweben. Ihr seid auf der Suche nach einem Schatz, das reines Herz genannt wird. Spektakulär. Wunderbar. Das ist Fügung, sage ich euch. Freut mich, andere Abenteuer zu treffen. Ach was, bin hellhofft begeistert. Sagt mal, ihr könnt mich Karl nennen. Ich kann euch helfen, denn ich bin der fähigste Forscher und Decker weit und breit. Ihr kennt mich vielleicht aus dem Karl Klipstein. Ich gebe nur vor, entführt worden zu sein. Ich drehe hier an der Kamera. Leider sind die Idioten meines Teams verschollen. Völlig unprofessionell. Nur eine Sekunde hatte ich nicht aufgepasst und schon waren sie verschwunden. Das Schlimmste ist, dass sie den Schlüssel haben, der den Zugang zu tieferen Ebenen dieser Höhle ermöglicht. Tu da, wenn du mein Team siehst, sag ihnen, dass ich hier ungelödig warte. Ich, das personifizierte Abenteuer, danke dir dafür. Wenn wir sie treffen, sicher. Okay, Mr. Computerprogrammtyp. Tja. Ein Fernsehmensch ist auch nichts ohne seine Technik-Crew. Hier ist zu. Ja, komm, wir speichern mal. Okay. Okay, Stachelkäfer. Hier, schüchert mich nicht ein. Ist hier noch was? Ah ja, Infinite Punkte, Unendspunkte, guckt man hier. Okay. Ich glaube, ich habe genug davon. Oh, ich glaube, ich ahne, was hier kommt. Ah, nee, doch nicht. Ich glaube, wir hätten noch nie kleine Peach-Wesen hier. Oh, diese auch Paper-Marg-Fiecher hier. Ich meine, es ist cool, dass einige Gegner zurückkehren. also, die man jetzt auch sonst nicht so viel in normalen Mario-Spielen sieht. Ein versteckter Block. Das ist ein Nachbau von Level 2, 1 aus Super Mario Bros. hier, glaube ich, wenn es hier so weitergeht. Tempo-Blume. Versuche jetzt so viele Gegner als sie wie möglich mitzunehmen. Komm, Schaden. Nein. Oh, daneben. Was? Trotzdem Level ab. Okay. Ich gehe jetzt mal zurück. Oder auch nicht. Okay, jetzt langs mir. Okay, wenn das hier ein Nachbau ist, dann gibt es hier oben auch sicher ein cooles Geheimnis für mich. So, da belohnen sich die Kenntnisse aus meinen Mario-Spielen. Ein bisschen Efter-Geld hier. Soll es noch was? Ich könnte ja runter für die drei Münzen die letzten, aber wenn ich hier weitergehe, kommt da noch irgendwas? Schauen wir mal. Im Original-Spiel war es halt nicht so. Also im Mario Brothers ging es hier nicht weiter, aber wer weiß. Vielleicht kriegen wir hier doch noch was. und ich glaube, wir kriegen ja noch was. Nee, doch nicht. Das war enttäuschend. Das war wirklich enttäuschend. Du bist rot. Warum bist du rot? Ich weiß, dass da eine Tür war. Hier ist noch eine Tür, aber da komme ich nicht hin. Hinter diesem Fels scheint etwas versteckt zu sein. Okay, aber ich komme da wohl auch mal nicht hin. Ich gehe erst mal hier in Ruhe durch. Oh, shit, der ist wieder aufgestanden. Und hier endet das Level. Also hier würde es enden. Hier ist die Zielflagge normalerweise. Aber da es hier nicht wirklich super Mario Brothers ist, geht es hier weiter. Okay. So, hier können wir mit der Mine fahren. Und das ist sehr interessant. Weil wir können auch hier die Dimension wechseln. Nimmt uns auch keine Zeit hier weg oder sowas. Und da können wir ein bisschen zugucken, wie Mario Loopings sind zu machen. Das ist halt ganz normal, dass in solchen Minensachen auch Loopings eingebaut sind. Und so sieht es dann so aus. Wir können auch nicht uns bewegen oder so. Das ist jetzt kein Donkey Kong Country Ding hier. Was ultra schwer ist. Ist einfach nur so. Nicht nochmal drin. Ich weiß nicht. Irgendwo kommt eine Stelle, wo man glaube ich hier Richtung dadurch wechseln kann. Aber ich glaube nicht, dass es hier ist. Scheint nicht hier zu sein. Ja, wir müssen ein paar Mal hinten teffern. Das dauert auch mal ein bisschen. So, ich zeige euch jetzt mal den Hammer in Aktion. Der macht auch doppelten Schaden, glaube ich. Oder ist das nicht so? Und eins auf dem anderen. Also im Vergleich zum Markelsprung oder so. Oh, was geht's? Hey, du bist nicht ferngesteuert? Du vom Fertigungszentrum entkommen, hä? Watzmann will Karl dort hinbringen. Vielleicht macht Blatt auf Kopf ihn ruhiger. Du bist Teil von Karls Kamerateam, oder? Er wartet auf euch. Hey, du kennst Filmemacher? Da ist er sich also aufgehalten. Er sagt, Watzmann, warte hier, aber eine Sekunde später ist er schon vergessen. Meine Arbeit manchmal schlimm. Danke, Watzmann, wie der zurückgeht. Okay. Dann war schon mal ein. So. Das sind zombifizierte Höhlenbewohner und auf die sollten wir besser nicht springen. Denn sie geben Minuspunkte. Ja, sowas existiert hier. Minuspunkte. Hier ist nix. Ich will irgendwie da runter. Ich weiß nicht wie. Aha. So vielleicht. Mega Sproying-Karte. Ah ja, Sproying heißen diese Paper Mario-Viecher. Oh oh. Könnt ihr bitte gehen? Ich will euch nicht kaputt machen. Oh oh. Ein Giftpilz. Ein gefährlicher Giftpilz. Warum sollte ich sowas behalten wollen? Nein, danke. So. Ich glaube, mehr scheint denn nicht zu sein. Also können wir wieder mit der Lore hier fahren. Und es ist für mich ein super Zeitpunkt, um eine Drinkpause zu machen. Heute trinken wir Ice-Tee, Fused-Tee. Das ist ganz lecker. Eis-Tees haben ganz unterschiedliche Geschmacksorten. Aber auch die gleichen Geschmacksorten. Das ist ja der typische schwarze Tee für sich. Schmecken je nachdem, welche Marke man hat anders. Und nicht jeder Eis-Tee schmeckt gut, finde ich. Aber Fused-Tee, ah, der ist in Ordnung. Der ist nicht schlecht. Der ist gut. Nicht der allerbeste Eis-Tee überhaupt, aber er ist gut. tut, was er tun soll. So, ich mag die Musik, so rasch aufhört, einfach. So, da war ja noch eine Türe. so ein bisschen Weg dahin, wo ich denke und hoffe mal, die Gegner spawnen jetzt nicht neu. Dann sollte das ja ganz schnell gehen. Hier kommen wir noch nicht hin. Oh, Dich gibt's ja noch. Moment, was war da? Ach so, nix. Oh, scheiße. Ich glaube, bei mir ist das eine Dekade, als ich das letzte Mal Eis hier getrunken habe. Okay. Ich finde, von allen süßen Getränken ist eigentlich Eis hier das Beste. So, ich drehe mal hier in 3D. Ich glaube, der wirklich scheint kürzer zu sein. Guck mal, hier können wir drehen. Jetzt können wir hier rein, zum Beispiel. Okay, er dreht automatisch. Eis hier schmeckt, aber nur Pfirsich XD. Ich mag beides, also Zitrone und Pfirsich. Ich bin auch kein großer Fan von weiteren Sorten, von Waldbeere zu sonst was. Ich kann mich nicht wirklich dafür begeistern. Ich glaube, so wirklich die OGs, Zitrone und Pfirsich, sind einfach so meine Favoriten. Vielleicht mag ich auch mini, mini, mini mal mehr Pfirsich als Zitrone, aber ich mag beide sehr gerne. Vielleicht mag ich auch, dass die Abwechslung da ist bei Zitrone manchmal. Waldbeere schmeckt mir nie. Ich finde das auch mehr so, ey, ich habe Eiszee da. Wird du Eiszee? Ja, gerne. Ja, ich habe Waldbeere. Und ich bin so, da ist der Tonmann. Oder andere Sorten auch. So klar kann man das trinken. So schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so, was ich als Lieblingsgetränk sehen würde. So, ich glaube, das Spiel will hier, dass ich mit Peach rüber springe, aber dadurch, dass das fast wie Rennen ist, indem ich diese Figur hier habe, kann ich auch viel weitere mit dem Sand zu spüren. Boah, aber zum Klippi ihr herkommt. Ihr im Ernst, wer ihr seid? Du bist Teil von Kals Team, oder? Er sucht nach dir. Äh, du weißt, wo Filmemacher ist? Oh, da ist er. Also danke, Hornfels jetzt zurückgeht. Aber du, andere Klippulana mit Blatt auf Kopf gesehen, Floro Sapiens verwenden Blatt, um Gehirn von Klippulana zu kontrollieren. Sie dich sehen, sie sofort angreifen. Also Vorsicht. Wow. Ja, sie machen es wirklich. Sie zombifizieren sie irgendwie. Das ist eine ganz miese Sache. So, jetzt haben wir jetzt mal ein bisschen was zu fahren vor uns. Ich meine, das cool ist, dass ich dafür nicht wirklich servus machen muss, weil ich muss jetzt einmal den Weg zurück und dann will ich den normalen Weg gehen. Das ist ja jetzt eher der geheime Weg, den ich hier gefunden habe. Ähm, ja, deswegen, guck mal, ich will dahin, wo die Röhre ist. Achso, okay, das wird mir aber schon ein bisschen gezeigt, was da noch kommt. So, dauert ein bisschen. Aber diesmal wollen wir weiter geradeaus. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht in 3D gehe, dann bleibe ich auch hier. Perfekt. Ist auch gar nicht so lang die Fahrt. Die andere Fahrt war länger, die von dem anderen, wo wir den, äh, Kameramann gerettet haben. So, was haben wir hier? Eine Tür? Nein? Oh, shit, dafür bin ich hier hergekommen? Ganz schön enttäuscht irgendwie. Aber, ja. Scheiße, einfach nur Viecher, die mir alle Minuspunkte geben, wenn ich die töte. So, ich drehe mal hier in 3D. Ich glaube zwar nicht, dass ich hierdurch irgendwas, ne, okay, es macht nichts. Gut. Aber coole Idee, dass die das Level 2, 1 hier irgendwie umgesetzt haben. Ja, ich esse einfach ein. Ich habe eben ein paar Kraftpunkte verloren. So. Naja. Ich bald die meiste Zeit Mario trotzdem zu spielen, auch wenn Bowser der stärker ist, aber irgendwie durch die 3D-Ansicht, oh, hi. Es ist halt mühseliger, immer noch zwischen den Charakteren zu wechseln. Bowser ist aber auf jeden Fall bei Bosskämpfen meine Nummer 1 Wahl. Wisst ihr eigentlich, das ist ja schon ein Monat her, wisst ihr eigentlich, dass ich einen Permaband bekommen habe bei Games Done Quick? In ihrem Twitch-Channel, das ist das erste Mal, dass ich irgendwo gebannt worden bin. Überhaupt. Mega witzig. Fast wie durch ein Wunder fand ich mich und mein Team wieder zusammen. Für Jubel bliebt jedoch keine Zeit, denn wir mussten unsere entführten Brüder finden. Während die Gefahr uns im Nacken saß, gingen wir tief an die verbotene Höhle. Dazu verwenden wir den Schlüssel für die letzte ungeöffnete Tür. Also, du hast doch den Schlüssel, oder? Ich nehme ihn besser an mich. Was? Du verklipst mich. Nie Schlüssel erhalten. Hm, wirklich. Äh, was? Schlüssel? Ja, du Genie, ein Schlüssel. Sag jetzt bitte nicht, dass du ihn auch nicht hast. Hatte Schlüssel, aber dann... Du hast ihn. Gut, gut, gib mir mir schnell. Hatte, ja, hast... Nein. Du hast ihn verloren. Wird ein tragischer Fehler seines Teams Karl Klipsteins Karriere ruinieren? Nein, Klipstein sagt, ihr verliert ihn sowieso. Also behalte ich ihn. Klipstein hat Schlüssel. Absurd. Wenn das wahr wäre, dann würde der Beweis ja meine Hosentasche sich finden lassen. Hm? Wow, ein Wunder. Wie durch Magiet auch der verschworene Schlüssel wieder auf. Söld übersteigt klipulanisches Verständnisvermögen. Ein Wunder. Er hat vergessen, wo er war, oder? Na, so ein Zufall. Wir haben ja alle zum Gelegenen der Suchmission beigetragen irgendwie. Aber jetzt weiter. Wir müssen dieser letzten noch nicht geöffneten Tür. Stimmen meine Forschung und das tun sie immer. Pass diese Schlüssel in die Tür. Hinter der Tür liegt vielleicht eine Falle, die uns alle erwischt. Oh ja. Wie war das? Du willst die Tür öffnen, egal was hinter ihr liegen könnte? Sehr gut und so mutig. Ich wollte sie eigentlich selbst öffnen, aber da du drauf bestehst, nicht, dass ich Angst hätte, der Gedanke ist absurd, war schon lachhaft. Als Abenteurer ist mir klar, wie viel ihr daran liegt. Nach dir. Wir gehen zuerst da runter. Folgt uns, soweit ihr bereit seid. Wir sehen uns. Ui. Okay. Okay, dann machen wir das mal. Okay, dann können wir noch einmal mit dem Ding fahren. Wieso bekamst du einen Permenbaum bei GameStone Quick? Es ist so, ich habe diesen Channel irgendwie immer noch gefolgt auf Twitch, obwohl ich es nicht mehr gucke und die machen ja nicht mal diese richtigen Events wie früher. Ich meine, ist ja auch irgendwo logisch, weil es ja auch die letzten Jahre nicht mehr möglich war. Aber die haben jetzt irgendwelche anderen Streams immer laufen. Letztens habe ich das lange bei mir reinklickt und statt, dass da irgendwie, ich weiß, das war irgendwie eine Zwischenpause zwischen dem Programm oder so und dann ist da manchmal halt eine Person und die zockt dann irgendwas. Aber da waren zwischendurch irgendwelche Banner die ganze Zeit und die haben die ganze Zeit so in your face die Sachen reingeknallt. Diese, also, Sachen, da sind halt Black Lives Matter, okay, Trends, Lives Matter, Stop Asian Hate und so weiter. Die ganze Zeit, aber, ne, immer eine Sache, eine Slide nach der anderen. Stop Asian Hate, bla 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 bla. Dann Black Lives Matter und alles Mögliche. Ich sage ja nicht mal, dass das an sich was Schlechtes ist, aber es war so, oh shit, was mache ich denn hier? Aber es war so alles auf einmal und ich denke mir, das ist so richtiges Gutmenschen-Scheiß. Wisst ihr, was ich meine? Also, kein Disrespect gegen die betroffenen Leute, die wirklich davon betroffen sind, von den Sachen, aber das ist so ein politischer Channel und ich meine, Games Done Quick und diese Trends-Sachen, gerade besonders in Bezug zur Proto-Magical-Girl von ein paar Jahren, haben dieses ganze Event sowieso ein für alle Mal ruiniert. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe mal was sehr Böses in den Chat. Ich habe geschrieben, I support the current thing. Permabund. Sofort, aber sofort. Ich war, also, ich war nach fünf Sekunden, bin ich für immer gebannt worden. Nein, weil ich damit, eigentlich das Statement, weil ich damit sagen wollte, ist so, okay, mag sein, ist ja gut, aber das ist so alles richtig in your face mäßig, das ist ein Schlecht, ja. So, wisst ihr, indem man einfach ganz viel von dem ganzen Zeug da richtig reinhaut und so richtig, ne, macht es die Sache nicht wirklich besser. Und wirklich eins nach dem anderen und das ist wirklich so, ja man, ich supporte das, was gerade so zu supporten ist. Zur Ukraine war, glaube ich, auch irgendein Slider, weiß ich gar nicht mehr. Und dann habe ich das in den Chat geschrieben und dann gebannt für immer. Aber man hätte auch viele andere Sachen schreiben können, wäre auch schon für immer gebannt. Hier ist übrigens Bowser im Einsatz. Wie das Meme. Ja, ich habe es genau wie das Meme gemacht. Ich habe auch so ein Smiley gemacht, wie das Meme. Also Doppelpunkt I habe ich dann noch beschrieben. Glaube ich. Und da wurde ich instant gebannt. Ich denke mir, Alter, Leute schreiben manchmal wirklich richtig schlimme Sachen, die echt nicht okay sind. Und das war jetzt einfach ein Meme und das war so richtig okay. Und selbst wenn derjenige keinen Humor hat und die Leute von GameStoneQuick haben keinen Humor, ähm, ne, denke ich mir, Alter, Permaban. Ich meine, mir ist das scheißegal. Ich habe auch danach den Channel unfollowed, weil ich mir einfach wisst ihr was, ich gucke eh diese Sachen nicht mehr, ich bin fertig mit euch. So. Ich glaube, ich hätte sowieso unfollowed, weil ich einfach nicht mehr das Bedürfnis habe, das zu gucken. Das ist einfach nicht mehr der Content für mich. Aber das war für mich so ein richtiges, okay, wisst ihr was, jetzt aber richtig. Wann rächen wir uns bei denen? Wer weiß überhaupt, wie lange die sich so an sich für diesen halten. Also, achso, hier endet das Level. Die sind halt echt nicht mehr das, was sie waren und haben sich auch, glaube ich, echt von innen kaputt gemacht einfach. Das ist ein bisschen traurig, aber so ist das. Weil diese Grundidee und wie sich das etabliert hat und gegründet hat, war eigentlich eine sehr coole Sache. So ein paar Dudes, die sich zusammenfinden und für einen guten Zweck Speedruns machen. Ich wusste gar nicht, dass Gamesquick sich so verändert hat. Ja, doch schon. Ach, hier ist nix. Toll. Wird ja nicht nochmal zurückkommen brauchen. Ja, die haben sich echt krass gewandelt, aber nicht nur dieses Jahr oder so. Das ist schon eine Sache, die schon sechs, sieben Jahre schon ist. Also, ich kann auch nicht mehr so viel dazu sagen, weil ich einfach nicht mehr so im Thema drin bin, aber es gibt ein paar Leute, die, äh, gute zusammenfassende YouTube-Videos darüber gemacht haben. Wie, äh, fies und, äh, streng und teils auch unverschämt das Regelwerk dort geworden ist. Und auch im Chat, ne, wird mit, äh, eiserner sehr linken Faust regiert. Und wenn man eine Sache vielleicht anspricht, die vielleicht leicht Kritik, ne, ausübt, entweder das oder man wirklich das Schlimmste überhaupt sagt, ist egal, Permaband für immer raus. Ich darf nie wieder in meinem Leben in diesem, äh, an dem Chat teilnehmen. Und was ich auch nicht wusste, ich darf auch den Chat nicht mehr lesen. Das wusste ich vorher nicht. Ich wurde noch nie irgendwo gebannt. Äh, wenn man in den Chat gebannt wird, darf man den Chat auch nicht mehr lesen. Interessanterweise. Und, äh, ja, das war so richtig, na gut. Ihr wollt Gefahr, ich habe da mal einen Kampf mit einem Regenbutzeler gehabt. Während die Helden weiter hinabstiegen, unterhielt sich Karl Klipstein. Chef, Chef, Klipulana, die Geschichte tut, äh, schon, äh, so oft gehört, Kopf tut weh. Am schlimmsten werden wir festgebunden und können ordentlich zuhalten. Mario und seine Freunde blicken in die Gesichter der geplagten Klipulana. Und dann sahen sie ein Licht. War es ein Zeichen des reinen Herzens? Oder war es nur eine Lichtgetarnte Illusion? Äh, als Lichtgetarnte Illusion. Okay, warum ist eigentlich dieser Fernsehm-Man der Einzige, der normale Sätze spricht und dann von allen Klipulanern? Klipstein, oh, wir schleppen uns weiter immer auf der Hut vor dem Fängen der Ungeheuer. Und dann, nein, uns bat, äh, bot sich ein unglaublich grässlicher Anblick. Chef, nichts ist passiert. Das weiß ich, Schwachkopf, der grässliche Anblick liegt noch vor uns. Wir werden uns nur nach ihm umsehen. Komm schon, los jetzt! Was? Warst du da? Nein, Chef, Warzmann will nicht allein zurückbleiben. Hast du Samstagsschlag den Star geschaut? Nein. Ich hab, äh, ich hab das Finale geschaut. Doch, das stimmt sogar. Äh, beim Durchzappen, da lief, äh, das größte Finale, wer mit seinen Beinen länger einen, ähm, äh, Medizinball hochhalten kann. Das hab ich gesehen. Und danach diese lustige, äh, One Moment in Time Rückblende, die hab ich auch gesehen. Also, also ja, ich hab's gedruckt. In dem Sinne. Weil, einfach Rückblende, okay, das ist passiert, ja, okay, irgendwas mit Elton ist passiert, ja, irgendwer hat gar gesungen, ja, okay, also, eigentlich reicht echt diese zwei Minuten Zusammenfassung schon völlig aus, finde ich. Aber ich, hab dieses Finalspiel gesehen, aber das war ja ganz schnell vorbei. Aber ist eigentlich auch wirklich die Ausnahme, dass ich überhaupt noch Schlag den Star oder irgendwie sowas in die Richtung gucke einfach. Finale war öde, ne? Das war halt schnell, ne? War halt schnell vorbei. Aber ist ja auch okay. Hochhalten. Wer, wer ist so gegeneinander angetreten überhaupt? Der eine war Materia, der andere war, keine Ahnung. Aber was weiß ich halt weird von war, dass sie nach dem Spiel sich abgeknutscht haben. Ich war so, äh, warte mal. Die anderen Leute, die hier drumherum stehen, müssen eine Maske tragen und ihr knutscht euch ab? Oh, da kommen die Viecher raus. Was? Au. Mann. Friedrich Lau kenne ich gar nicht. So. Fertigungszentrum. Schlüsselkarte benötigt. Okay, kommen wir nicht weiter. Kannte ihn auch nicht. Schweiß nicht. Ich kenne nicht alle Leute, die als berühmt durchgehen. Oh, hier ist eine Stelle, wo man, äh, Level-Ups farmen kann. Wenn man möchte. Man muss hier hin, man muss Bowser nehmen und sich einfach hinstellen. Ja, und in der Zeit kann ich jetzt gehen und mir einen Kaffee machen, oder was? Oh, der hat sogar was fallen lassen. Das will ich mir angucken. Halt 3 KP. Na gut, ich esse das. Aber ja, hier ist nur, Achtung weiß ich, wie man sich ganz einfach Level-Ups verdienen kann. Ja, in der Zeit könnte ich jetzt irgendwo hingehen und was anderes machen. Ich muss halt nur den unten Knopf irgendwie gedrückt halten. Ähm, das ist ein einfacher Weg, dieses Spiel einfach ein Level-Up zu verdienen. Als wäre das Spiel ohnehin schon schwer, aber Spawning hat keine Gegner mehr. Okay, irgendwie funktioniert das nicht. Keine Ahnung, vielleicht haben die es auch... Vielleicht geht das auch gar nicht? Nee, keine Ahnung. Ich wollte sagen, vielleicht haben die es gepatcht, aber warte mal, wie sollen die das denn gepatcht haben? Okay, da ist eine verschlossene Tür. Alles ist hier zu und verschlossen. Ich bin nicht schwer genug. Vielleicht bin ich schwer genug, wenn ich einen dieser Kerle benutze. Aha. Okay. Ich versuche nicht am Leben zu lassen. Ich kann nicht garantieren, dass die Marius... Okay. Egal, 100 Minuspunkte, das ist nicht viel. Ist nicht so schlimm. So, was haben wir hier? Röhre oder Tür? Ich nehme die Röhre. Erstmal. Okay, dafür Bombos. Nintendo ist letzte Nacht bei dir eingebrochen und hat die original zu leben mit der gepatchten Version ausgetauscht. Ja, vielleicht schon. Ich habe hier, wann war es im letzten Stream oder so, darüber geredet. Es gibt ja wirklich diesen einen Bug im Spiel, wo das Spiel abstürzt im zweiten Kapitel und ich habe hier noch die CD, wo diese Version drauf ist. Und die Sache ist halt einfach, es gab damals keinen schnellen Patch oder so, wie es jetzt bei den Switch-Spielen ist oder schon bei Wii U-Spielen. Okay, es ist ein einziges Labyrinth hier. Und ich habe echt noch eine Version, wo im Kapitel zwei das Spiel abstürzen kann, wenn man in einer falschen Reihenfolge irgendwie Mimi anspricht, bevor man den Schlüssel hat. Okay, wo bin ich jetzt hier? Töte den bitte nicht. Moment. Achso, ich komme von hier. Äh, okay. Ich verstehe, es ist ein Labyrinth. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Das ist nur nicht, wo ich hin muss. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Ich meine, wir können ja mal ausnahmsweise den Hammerman benutzen. Okay, OG Paper Mario und 1000-Jahr-Tür-Spiel- Fortsetzung-Spiel sind die deutlich schwieriger zu besiegen. Obwohl die mehr Verteidigung haben. Oh, ein Power. Ich habe keine Alten-Plätze mehr. Muss ich da lassen. So. Ich meine, hier war ich auch noch nicht, oder? Oder doch? Wer weiß doch schon. Ich gehe jetzt eine Etasche hoch und gehe jetzt mal hier die Türen durch. Das ist irgendwie doof, weil ich war hier schon überall. Ich bin ja richtig lost gerade. Oh Mann. Irgendwas müsste ich doch hier befinden. Hier ist der Pau-Block. Die Musik ist so richtig anstrengend. Findest du? Ich finde die eigentlich okay. Moment. Moment. muss ich nochmal kurz zurückgehen. Was ist mit diesem Text? Aha. Heftewand stehen zum Buchstaben. Hinter dem Schädel. Das steht da. Hinter dem Schädel? Okay, vielleicht ist das auch alles, was hier unten ist. Diese eine Information. Einen Schädel habe ich noch nicht gefunden. Hallo. Hallo, Elendur. Einen Schädel habe ich ja noch nicht gesehen. Aber gehen wir mal wieder hoch. Ich muss sagen, das Spiel steuert sich sehr angenehm auf einem echten Controller, sage ich mal, durch den Dolphin-Emulator. Weil auf Dauer Spiele auf einer Wii-Mode zu spielen, gilt auch für die New Spamard Brothers Spiele, tut schon echt weh in den Händen, weil die Dinger einfach solche Kanten haben. Ich war ja noch nicht hier oben, richtig? Muss ich hier wieder rein vorne drücken? Oder kam ich von hier? Ich habe es schon vergessen. Moment. Aha. Da müssen wir hin. Okay. Der kommt durch. Er hat das Ding auf dem Kopf. Ich darf nicht. Es gibt auch keinen Weg, sich hier vorbeizumogeln. Ich glaube, Speedrunner haben auch hier einen Weg gefunden, daran vorbeizukommen, irgendwie. Ohne das offizielle Ding zu machen. Da etwas, was da herum lief, sah sehr seltsam aus. Was denn? Der Typ von eben, das sind die Steinzeitleute von hier. Hat hier das Level angefangen? Ich glaube, hier hat das Level angefangen. Die sind von hier runter geworden. Die Steinzeitleute sind auf jeden Fall gut eigentlich. sie wurden nur bepflanzt und greifen uns deswegen an, weil sie gehören wir Scham. Wir dürfen sie nicht zurückangreifen, sonst kriegen wir Minuspunkte, also Minus-Erfahrungspunkte. Okay, hinter dem Schädel? Ich habe noch nichts gefunden hier irgendwie. Ich check gerade gar nicht so richtig, wo wir hin müssen. Schlüssel haben wir auch nicht gefunden hier. Und hier unten ist ja das große lustige Labyrinth, wo ich nicht weiterkomme. Wie man sehen kann. Hinter dem Schädel. Okay, ich sollte mal vielleicht gucken, ob hier irgendeine Art Schädel ist oder sowas. Moment, vielleicht ist ja an der Wand ein Schädel oder sowas. Aha, hier, hier ist doch der Schädel. Moment. Ein Schädel scheint von jemandem Wandmalerei zu sein. Hinter dem Schädel. Kann ich da hin? Also rein theoretisch ist das ja hinter dem Schädel, weil das ist ja der Raum da drin. hinter dem Schädel. Aber hier ist ja nix. Lass mich nochmal zurückgehen. Kann ich ja irgendwas machen. Eine Wandmalerei. Du. Oh. Okay. Ja, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's auch gegriffen. Gut. Der Typ war ja auch noch für irgendwas da. Ich dachte, ich müsste selber so ein bisschen Mario 64 in das, in den Schädel oder hinter den Schädel durchspringen oder sowas. Aber das macht ja nix. jetzt haben wir's ja doch irgendwie entdeckt. Was mit dir? Äh, ihr habt uns gefunden. Dubio dachte, dass der Gutes wahrscheinlich Schlüssel verloren. Das kommt jetzt unerwartet, aber so ist es manchmal eben. Da muss man sich wohl oder übel arrangieren. Was machen wir? Komm zurück. Beruhig den Sturm im Inneren. Lass uns meditieren. Hast recht. Meditiert jetzt. Bin soweit. Böse. Dubio lässt sich schnappen. Dubio gibt auf. Aber sieh, ihr nicht, tut Pixel weh. Aber du? Nein, Dubio will reden. Du bei Dubio geblieben. Du, Dubio, hilfst verstecken. Dubio, dir schuldig in Schuld vom Pixel steht. Dubios Zeit wohl vorbei, aber Dubio will, dass Pixel frei leben kann. Beruhige dich erst einmal. Deine Seele muss bereits genug ertragen. und hab keine Angst. Sieg genau hin. Es ist kein Floro Sapiens. Wie? Wer ihr seid? Ihr gekommen und Dubio zu retten? Sieh mal eine Ahnung. Sehr interessant. Genau wie Karl Klipstein haben die Floro Sapiens sich nicht unter Kontrolle. Was? Karl auch hier? Dubio, großer Fan. Karl muss etwas tun. Karl uns alle retten. Das sind gute Neuigkeiten. Dann such mal Klipstein. Ich muss mich verabschieden. Was? Wieso? Du nicht mit Dubio kommen. Mensch und Pixel beziehungsweise Klippulana und Pixel sollten nicht lange zusammenleben. Nur Helden ihre Fähigkeiten zu nutzen verstehen können mit Pixeln reisen. Bitte achte auf meine Worte. So ist es am besten für alle Beteiligten. So ein Clip. Komm nun, ich assistiere dir bei deiner Abreise. Lass uns deine Aura schrumpfen. Nimm sie ab. Du kannst in das Dorf reisen, dem du, äh, dem derjenige lebt, den du suchst. Wow. Er ist winzig geworden. Vielen Dank, großes Pixel. Dubio, niemals vergisst's. Und ins Häuschen. Ah! Was? Lebe wohl, Klippulana. Spring umher und freu dich des Lebens unter der Sonne. Mein Herz trauert. Die geraubten Seelen schreien auf. Ihre Tränen fließen. Ihr müsst diesen Sturzbach aufhalten. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Bring mich an diesen Ort ins dunkle Innere der Erde. Wow, das ist ganz schön düster. Was ist mit dir? Aber ja, der Typ gehört ja zu uns und kann uns schrumpfen. Zippy heißt der. Zippy kann nicht schrumpfen, so bleibt so unbemerkt und passt in enge Zwischenräume. Lass uns aufbrechen, bevor die Tränen sich noch in eine Sturmflur verwandeln. Der so special ist er jetzt auch nicht, da ich den permanent benutze. Er kann mich halt sehr klein machen und dann kann ich halt klein sein. Und das war's eigentlich auch. Mehr nicht. Kann ich einen anderen Pixel verwenden, während ich klein bin? Nein, kann ich nicht. Dann macht er mich erst dann wieder groß. Ja, aber das war's auch schon. Also nett, den da zu haben, aber auch erst nur für, ich würde sagen, bestimmte Situationen einfach gut und das war's dann auch. So, jetzt kann ich aber hier hin. Das ging vorher nicht. Da ist die Schlüsselkarte. Selbst die Soundeffekte sind teilweise wie in Paper Markets, war es schon sehr interessant. Selbst für Sachen wie Schlüsselkarte, diese Soundeffekte, sind eins zu eins wie im anderen Paper Marketspiel. Die Ähnlichkeiten sind sehr verblüffend. Oh, was haben wir denn hier? Lass ich jetzt frei, oder was? Mann. Ich meine, vielleicht nicht schlecht, sie freizulassen an sich, aber sie wollen mich angreifen. Klipposapiens-Karte. Das wohl auch mal Zeit, hm? Oh, da war auch so ein Gegner dazwischen. Der Typ da. Uh, warum ist die Kamera so nah? Da seid ihr endlich. Hat euch eure Mama jetzt erst zum Spielen gehen lassen? Oh. Dimension, O'Clock. Ah, wird euch das Sammeln dieser reinen Herzen nicht langsam lästig? Ich bin eigentlich nicht gewalttätig. Ich würde die Sachen lieber in Frieden lösen. Wenn ihr zum Beispiel wieder in eure Welt zurückkehren wollt, könnte ich das problemlos arrangieren. Wir sind nicht interessiert. Dann soll es so sein. Sollen wir beginnen? Schon wieder. Immer noch nichts gelernt. Egal, wie oft wir kämpfen, der Ausgang ist immer gleich. Sieh sich einer dieses tapfere Mädchen an. Der gleiche Ausgang. Da hast du wohl recht. Und deshalb? Oh. Jetzt hat der das Ding. Brokkoli. Hübscher grüner Hut, oder? Arme O'Clock. So stark, aber so doof. Ein Kind könnte seine Taktik durchschauen. Um ihm zu helfen, habe ich ein kleines Hilfsmittel für ihn organisiert. Ich sollte ihn Oh, Kopfsalat nennen. Kopfsalat. Wirklich reißend. Aber denkt daran, immer euer Gemüse aufessen. Wobei in diesem Fall das Gemüse euch essen wird. Viel Spaß. Ciao. Spargel. Krass, das wird nochmal gegen den Kämpfen. Ist ja gar nicht mehr lange her. Aber kein Problem. Okay, erhält sie uns ein bisschen mehr aus diesmal. Okay. Brokkoli. Wart mal. Das Bowser hat rückwärts gelaufen. No, danke. Schön. Hey, was mit dem Kuckuck habe ich hier verloren? Hä, was macht ihr hier? Ich verstehe schon. Ihr wollt den neuen verbesserten O'Clock herausfordern. Ja, bumm. Das muss ich euch schon lassen. Aber diesmal kriegt ihr Saurus. Oh, mein Magenknut wie eine alte, hungrige Töle. Kriegerregel Nummer eins. Niemals auf leerem Magen kämpfen. Das ist Wahnsinn. Da müssen wir das hier abbrechen. Kriegerregeln darf man nicht brechen. Das nächste Mal seid ihr allerdings dran und weg bin ich. Er hat ja keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Das Blatt aus seinem Kopf. So eins haben wir, äh, haben auch die versklaften Kripulana. Es scheint jedoch in einem fortgeschrittenen Stadium des Verwölkens zu sein. sein Wassenblatt. Nun, was denkst du? Würdest du es tragen? Ich glaube nicht, dass hier etwas passiert. Ich trage es. Und dann baust er es einfach auf seiner Schnauze. Ist ja toll. Wenn man das durch nicht in Kopfsalat verwandelt, könnte nützlich werden. Okay, wir können es ein- oder absetzen. Und erstaunlicherweise macht es für uns keinen Unterschied. Guten Abend, ihr Papierfans. Oh, hallo, Mr. Foley. Papiermann? Wie sind denn in einer Papierfabrik? Nein, nicht wirklich. Diese Version von O'clock war nicht ohne. Sie ist wirklich auf einem... Sie sind wirklich auf einem guten Weg. Sie scheinen tatsächlich diejenigen zu sein, auf die ich schon lange warte. Ich sollte mich vorbereiten. So viel zu tun, so wenig Zeit. So. Ja, ich weiß nicht warum, aber uns macht dieses Kopfsalatblatt nichts aus. Das Ding hat zwar gesagt, dass es in einem Verweck-Stadium schon, aber ich meine, bei O'clock war es ja auch so, dass er noch irgendwie davon besessen war, so. Ich weiß auch nicht. Nein, jetzt können wir auf jeden Fall speichern vielleicht erst mal. Und dann weitergehen. So. Dieses Blatt können wir jederzeit an- und ausziehen. Eigentlich brauchen wir es nur für diese eine bestimmte Situation hier. Oh, Moment. Hier ist eine Röhre, wo ich jetzt rein kann. Jetzt bin ich Mini-Mario. Wow. So viel Items. Krass, die Typen sind jetzt einfach viel größer als ich. Aber, das brauche ich nicht. Sind die noch da? Ich weiß nicht, ob die wegspawn, wenn die zu weit aus dem Bild raus sind. Aber sie sind noch da. Und, ich meine, diese komischen Marios kommen immer noch durch. Werden auch gar nicht im Schatten berücksichtigt hier. Und wir haben es geschafft. Wir sind durch. So, ich meine, jetzt kann ich auch das Ding wieder abziehen. Macht eigentlich keinen Unterschied, ob wir es tragen oder nicht, aber aus ästhetischen Gründen lassen wir das mal. König Krokus I., Regent von 1 bis 496. Der erste König des Florokönigreichs, gilt auch gleichzeitig als der Größte. Er vereinigte die Florosapitse, erschuf das Florokönigreich. Ort wurde zur Hauptstadt und er fand den Florokalender. Diese Zeitrechnung beginnt mit dem Geburtstag des ersten Königs. Krokus I. war schwer gepanzert und mit einem tödlichen Stachel bewaffnet. Aus diesem Grund nannte man ihn auch die Eiserne Rose. Die Infrastruktur und das Straßennetz vom Florokönigreich gehen auf ihn zurück. Als sein Sohn nachfolge jedoch unerwartet verweckte, verließen seinen Mut. Aus einem guten und gerechten Herrscher wurde ein Tyrann von einer Blume. Das Jahr 4444 ist der Beginn dessen, was man auch die Düsternis nennt. Äh, Düsternis nennt. Diese Phasen nahm durch einen Pulsstand ein Ehesende. Der König wurde niedergesteigt und die Düsternis verschwand. Seine letzten Worte sollten die Eiserne Rose weg nicht gewesen sein. Er sollte nicht recht behalten und verweckte kurz auf. Wow, was für eine krasse Geschichte, ha? Wie sehe ich übrigens Risse? Ich glaube, wir sollten das ja alles einbomben. Okay, das war blöd. Ähm, kein Platz dafür, würde ich sagen. Okay, haben wir mal alles auf Rot. Ich glaube, diese Marius bleiben jetzt da unten, weil die nicht klettern können. Königin Krokus die Zweite von 496 bis 1298. Krokus 2 war die Tochter des großen Krokus den Ersten. Als sie ihren Vater eines Tages kritisierte, ließ er sie ins Gefängnis werfen. Nach einem Volksaufstand befreite man sie und verhallte sie auf den Thron. Steuersenkungen, Erfolge in der Wissenschaft machten sie äußerst beliebt. Nach und nach vergaßen die Untertanen die Phase der Düsternis. Sie verfasste zudem eine Chronik mit dem Namen Codex Flores. Dieses Buch war ihr Vermächtnis und Zeugnis ihrer Taten. Sie fürchtete Erbfolge Zwistigkeiten bei zu vielen Nachkommen. Da hatte sie nur einen Sohn, den sie erst spät zur Welt brachte. Wow. Ich finde es gut, dass es eine ganze Enzyklopädie zu diesen Viechern gibt. Und eine ganze Geschichte dazu. Moment. Okay, ich glaube, das ist so gedacht. Ich meine, wir sollen sie nicht töten, aber das heißt ja nicht, dass wir sie nicht für irgendwas verwenden können. Ach, scheiß drauf. Okay, danke dafür. Ach, scheiß auf die Mango. Ich weiß, ich könnte jetzt eins heilen, aber ich mache es nicht. So vielleicht schon besser. Komm her. Das ist ein Katzenstart schon. König Krokus der Dritte von 1289 bis 1385. Krokus der Dritte war erst ein Jahr alt, als seine Mutter verweckte. Er war der jüngste König, der jemals auf den Thron gehoben wurde. Der junge König hatte eine Vorliebe für die Künste, vor allem für Poesie. Als sein größtes Werk gilt es die Eisrose, die er im Alter von 37 Jahren verfasste. Leider hatte er seit seiner Geburt mit einer schlimmen Krankheit zu kämpfen, ohne große Veränderungen bewirkt zu haben, verweckte der im Alter von 88 Jahren und fand den genauen Grund seines Verweckens niemals heraus. Manch ein Florisapiens vermutete eine Verschwörung hinter der Angelegenheit. Dies wurde aber niemals bestätigt. Wow. Und der letzte im Bunde hier ist der aktuelle. Bis heute. Bis zum Verweckens des jungen Königs diente er als Reißverweser. Kurz danach erinnerte man sich seiner Verdienst und macht ihn zum König. Seine stabilisierende Politik und seine Klugheit machten ihn schnell beliebt. Seine letzten Erfolgen gehörten im Jahr 1625 entwickelte er eine Methode Klipulana nach Wunsch zu manipulieren. Im folgenden Jahr wurde eine Offensive eingeleitet, deren Ziel war Klipulana in große Massen zu versklaven. Okay. Wie schön. Das ist da eine ganze Geschichte da hinterher. Ich glaube auch hier muss ich das so machen mit dem Handpixel. Mayonnaise? Die Mayonnaise. Habe ich jetzt alles? Was hältst du davon? Was sagst du dazu, dass Inomask Twitter aufkaufen will oder schon hat? Ähm. Ich habe keine bestimmte Meinung dazu. Slaverei in Paper Mario. Scrubs? Warte mal. Warte mal. Erzähl mir nochmal von Scrubs. Warum? Eigentlich sollte ich... Ich meine... Das ist schon lange her, dass ich Scrubs geguckt habe. Ich glaube, ich habe vielleicht so halbwegs vergessen, was es war. Ähm. Ja. Das mit Elon Musk ist cool, denke ich. Also es wird bestimmt irgendwas verändern auf Twitter. Allerdings bin ich jetzt auch nicht der größte Twitter-Mensch. Also klar, ne? Stream-Ankündigungen. Manchmal lese ich auch ein bisschen was. Folgt ein paar Leuten auch Musk selbst. Schon seit, weiß ich, schon einiger Zeit eigentlich. Jetzt nicht nur wegen der Ereignisse. Ähm. Ja. Ich meine, wenn es eine Veränderung bringt, warum nicht? Kann ich das hier auch einbomben? Aha. Kann ich doch. Der Patient mit Demenz sagt immer Mayonnaise. So. Ja. Stimmt. Ich glaube. Du hast recht. Mayonnaise. Ja. Okay. Habe ich jetzt irgendwas vergessen hier? Aber was muss ich denn hier machen? Ich habe jetzt alle auf rot gemacht. Alle sind rot. Oder gibt es noch eine andere Farbe? Gibt es noch andere Farben? Einen Augenblick. Schwarz. Oh. Vielleicht sollten wir nach den Farben der Hintergründe der Porträtwälder färben, oder? Ich dachte, wir müssen einfach nur alle rot machen. Tja, aber da steckt ein bisschen mehr dahinter. Oh. Nein. Oh Mann. Leider kann Mario nicht sehr schnell flattern in diesem Spiel. Blau. Okay. Dann haben wir wohl schon richtig. Oh. Grüner Paper Mario Form. So. Dann schauen wir mal. Was geht ab? Oh. Wii U. Das Spiel ist von 2007. Die wussten damals schon von einer Wii U? Da steht es. Da steht Wii U. Wo sind nur meine Schönheiten? Die Wii U war schon lange geplant, liebe Freunde. 2007 wusste man schon davon. Das schöne, hübsche Dinge. Ui. Okay. Nach der Switch kommt eine Wii raus. Bringt sie zu mir. Mehr, mehr, mehr. Oh. Was ist dieses hässliche Ding? Seid ihr König Krokus? Ui. Ihr seid also die Eindringlinge, von denen ich bereits so viel gehört habe. Ich werde euch keinesfalls die Zerstörung meines schönes Reiches verzeihen. Nein. Wie. Ein. Was? Er wurde gewarnt. König Krokus, ihr müsst die von euch versklavten Klippolaner freilassen. Lieber als ihren kräftigen Körper machen sie zu exzellenten Arbeitern. Sie müssen noch mehr Edelsteine ausgraben für mein Palast voller Edelsteine. Das ist erschrecklich. Lass sie sofort frei. Müll ist Müll, egal wie sehr aufgeputzt wird. Dies ist eine Welt der Schönheit. Und wenn ihr einen Beweis benötigt, seht euch das an. gib das reine Herz. Ich kann es in euren Stimmen hören. Ihr wolltet so sehr, dass ihr kaum in der Lage seid, einen Gedanken zu fassen. Wie? Wir suchen alle nach Schönheit, wie es scheint. Wie könnt ihr jetzt also wagen, euch hier als Moralapostel aufzuspielen? Vergleicht uns nicht mit euch. Wir sind nicht wie ihr. Ich ertrage dies Gefahr sind nicht länger. Da wird man ja ganz weg. Ich lasse mich für gewöhnlich nicht zu etwas herab, aber euch werde ich persönlich den Graus machen. Graus machen. Das könnt ihr als Ehre empfinden. Okay. Du bist nur ein Kopf. Okay, du bist vielleicht ein bisschen mehr als das. Du hast gott schon viele Gesichter. Und Dornen. Mein Auftritt! Tja, du bist vielleicht ein riesen Pflanzmonster, aber ich habe einen Bowser. Moment, ich muss erst mal rausfinden, wie der Typ funktioniert. Okay. Ich glaube, ich komme schon vom Stand auf ihn dran. Warte mal, das kann es noch nicht gewesen sein. Okay. Okay. man merkt schon, wie stark Bowser in der Kombination mit diesem Surfer Pixel ist. So, fertig. Das war ein ganzer Bossfight. Wunderschön. Wunderschön. Ihr habt ihr habt zu den Werken gebracht. Bitte, von was redet ihr da überhaupt? Ich rede von Wasser. Die Klippulane haben unser Wasser vergiftet. Sie haben ihren Dreck in den Fluss gekippt und wir mussten die Brühe trinken. Und dieses verdreckte Wasser hat unseren König in den Wahnsinn getrieben. Hm, dann, oh. Natürlich, das war doch klar. Du? Oh, oh. Das Fernseeteam ist live, da wem wir den König umgebaut haben. Klippscheine, eine Einmeldung von der Floro Frontline. Umweltverschmutzung wurde als Ursache für den Wahnsinn der Floro Sapiens ermittelt. Das Problem war also, dass die Dorfwohner ihren Müll in den Fluss geworfen haben. Nun, das habe ich ihnen prophezeit, aber ich bin meiner Zeit eben voraus. Das Klippulaner bestimmt gerne hören. Koten schnell in die Höhe. Besser als VfL Klippula gegen Klippu 05. Was sind das für, soll es Fußballmannschaften sein? Klippu 05? Oh, ja, wenn die anderen Dorfwohner das sehen, dann werden sie ihre Fehler erkennen. Niemand wird mehr mit Gemüseabfällen nach Karl Klipsch einwerfen. Wassermann, unser wichtigster Schatzmann. Okay, wir machen das so. Ihr versprecht uns nicht mehr in die Suppe zu spucken und wir lassen euch in Ruhe. Und keine Frage, wir nehmen euren Leuten das Gras von der Birne, Mann. Das klingt noch ein vernünftiger Kompromiss. Haltet euer Versprechen. Damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Ich meine, abgesehen von der Sache mit unserem König, seid ihr Helden. Nehmt das. Einer unserer ersten Könige hat das Teil mit der Aufgabe bekommen, es so lange zu schützen, bis der legendäre Held erscheint. Unsere Leute bewachten das Ding jetzt seit 1500 Jahren oder noch so länger oder so. Ich bin sicher, dass unser leider verwechter König es dufte fände, dass der Job endlich erledigt ist. Schnapps der Bowser. Okay, ich meine, die Typen sind ganz schön ausgeglichen dafür, dass der Rat, deren toter König liegt. Und dann, ja, okay, Kompromiss, ihr lasst uns in Ruhe, wir lassen euch in Ruhe. Aber ich meine, das ist eigentlich wirklich der Anfang von was echt schlimm, wenn man von dem anderen den Oberhaupt erstmal kaputt zurückgefolgt wird. Aber nein, die sagen, naja, wisst ihr was, unser König ist zwar auf Grad von euch umgebracht worden, aber ab jetzt ist alles okay. Männer voller Charakterstärke erleben, was andere nur auf Clipusat sehen. Und das ist, was mich Woche und Woche in die Augen des Monsters blicken lässt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Woche. Clipstein, oh, nachdem der Bericht abgefilmt war, machen sich Karl und sein Team auf den Weg ins Zentrum von Clipdorf. Magen und seine Freunde dagegen begaben sich mit dem sechsten Reihenherzen auf schnellstem Weg nach Flipstadt. Ein weiterer Schritt war getan, um die dunkle Prophezeiung aufzuhalten. Aber der König ist nicht tot, der zuckt noch? Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so, man ist tot und zuckt noch? Ich weiß nicht, wie es bei Pflanzen läuft, die tot sind. Vielleicht ist das wie beim Huhn, was gerade geschlachtet worden ist oder so. Die Hände in die Höhe, hier kommt der Mann, der alles erzittert lassen kann. Warst du nicht Torwart bei Clip ohne 5? Ja, bis die mich rausgeworfen haben. Aus seiner Höhle kommt der Graf, der alles, aber auch wirklich alles darf. Das ist unser Graf. Knickidi, Knickidi, Witz. Ja, Knickwitz, der Mann, der immer... Hallo. Schluss mit O'clock, du bringst das Fenster zum Bärsten. Was wird das hier? Oh, das, ich habe O'clock dazu aufgefordert. Ein kleines Lieg zu Zubesserung der allgemeinen Moral. Und als Strafe dafür von diesen Helden schon wieder besiegt, vor uns zu sein. Er wird dieses Lied tausendmal singen. Tausend, tausendmal? Puh, du bist noch viel böse als ich dachte. Aber genug geplaudert. Und wo ist überhaupt der Graf? Ich will ihn sehen. Er scheint mich in letzter Zeit übersehen zu haben und mir ist so langweilig. Hey, Graf! Oh. Mein zerstörungswilliger, kleiner Freund ist bereit in Aktion zu treten. Brubot ist bereit für den Helden aufzuhalten. Ein Wort und er ist unterwegs. Gute Einstellung. Aber lassen wir den Roboter mal in der Garage, okay? Der Graf hat uns spezifische Befehle gegeben. Hast du das verstanden? Das gefällt mir nicht. Wir sollen hier darauf warten, dass er hält und zerwischt. Der Graf benötigt meine Dienstleistung im Moment nicht. Exzellent. Und schon bin ich wieder weg. Du gehst nirgendwo hin. Wir warten. So lautet der Befehl des Grafens. Sein Wort steht über allem. Seid brave Schergen und bleibt an eurem Platz. Okay, danke. Mann, ein bisschen ein böser Haufen. Mir ist so langweilig. Brubot braucht doch seinen täglichen Hauer. Und ich kann doch hier nicht einfach rumlungern. Hier ist nichts los. Nicht einfach, wenn man ruhig warten soll und sich doch so sehr nach Vergeltung sehnt, nicht? Hallo, Dimension. Die Befehle des Grafen stehen nicht zur Diskussion. Ohne jede Ausnahme. Ist das klar? Wir sollten nicht einmal über einen geheimen Angriff nachdenken. Vergesst diesen Gedanken ganz schnell wieder. Den Helden zu besiegen würde den Grafen sicher gefallen. Aber wir müssen seinen Befehlen gehorchen. Oh, oh. Oh, da fährt man da schon etwas Wichtiges erledigen muss. Bin bald wieder da. Bis dann. Ja, ich muss den Tank des Bruboters volltanken. Ich bin sofort wieder da, sobald sein Tank voll ist. Leb wohl, Dimension. Natürlich. Aha, nun ziehe ich das eine an. Das sollte ich mich doch wohl auch auf den Weg machen. Okay, jetzt will jeder auf eigene Faust angreifen. So, wie läuft es mit der Liebesgeschichte? Mittlerweile sieben Uhr, Timpani. Die Sterne sind wunderschön, nicht wahr? In meinem Dorf glaubt man daran, dass die Sterne Wünsche erfüllen. Oh, wirklich? Wie Paper Mario 1. Ist das so? Dann sollten wir uns schnell etwas wünschen, oder? Ich habe keine Wünsche mehr. Wirklich. Mein Wunsch wurde mir bereits erfüllt. Das Wichtigste bist du. Timpani, ist dir nicht kalt? Überhaupt nicht. Können wir nicht so fahren? Nur noch ein bisschen länger? Oh. Oh je. Tippi. Was? Was ist los, Timpani? Du scheinst gerade woanders zu sein. Habt ihr das eben auch gehört? Nein. Nein, na gut. Ist nur für eine Sekunde hatte ich das Gefühl, mich an etwas Wichtiges zu erinnern. Oh ja. Wow, fettes Black Hole. Wenn du das fett findest, ist es gerade noch größer geworden. Die Lehre sieht aus, als wäre sie gewachsen. Wir müssen schnell in die nächste Welt. Beilen wir uns. Tja, wir haben nicht mehr viel Zeit. So, jetzt müssen wir uns umschauen, wo ich, äh, hin kann. Ich weiß gar nicht. Was hab ich jetzt für eine neue Fähigkeit? Ich kann mich mini machen. Ich weiß, dass da ein geheimer Ort war, da wo das Café war. Looks like you're going to the Shadow Realm. Jimbo. Ich glaub, ich hab's völlig falsch gesagt. Oh ja, seid zurück. Wieso heißt der Typ eigentlich Hugh? Jimmy Neutrons Vater. Aber die haben den Kerl in der deutschen Synchro haben die ihn Frank genannt. Weil die Kinder haben die zu viele Schwierigkeiten, Hugh zu sagen oder zu hören oder sowas. Das jängen, äh. Aber geben denen einen anderen amerikanischen Namen. Das gleiche gilt auch für Sheen. Also, ne, der Ultralord-Fan, der heißt einfach Max auf Deutsch. Aber nicht mal Max, sondern Max. weil Sheen nicht, ich versteh das nicht, warum die andere Fake-amerikanischen Namen gegeben haben. Habt ihr mal zum Himmel gesehen? Die Leere wächst und wächst. Vermutlich beginnen einige der Welt schon zu zerfallen. Wie lange wird es wohl unserer Flip-Shot die noch geben? Das Lichteprognostikon sagt nichts darüber, wie viel Zeit wir haben. Das Lichteprognostikon entstand lediglich als Antwort auf das Dunkle. Daher kann es nicht wirklich vorher sagen auch nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ich bin mir aber auch so ziemlich sicher, dass uns nicht mehr viel Zeit bleibt. Wir können nicht mehr zurück. Wir können wohl kaum einfach auf das Ende warten, oder? Das stimmt natürlich, meine Liebe. Die Neurem hat mir eine Nachricht geschickt. Jemand hat am Rande von Flopstadt eine Herzsäule entdeckt. Das ist vermutlich ein guter Ansatzpunkt. Ich werde mich weiter auf dem lichten Pognostikon mitnehmen. Okay. Das ist schon mal ein guter Tipp, wo ich hin muss. Ich war mir jetzt gar nicht so sicher. Äh, wo ist die Röhre? Achso, auf der Seite. Okay. Aber auf der anderen, in der spiegelverkehrten Welt ist sie ja dann links. Ist ja auch logisch. Okay. Und jetzt kommen wir ganz schnell dahin. Das ist das Gute. So, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo genau. Vielleicht hier. Vermutlich muss ich hier hin. Schauen wir uns mal erstmal hier rum. So. Nächstes Kapitel kann gleich schon kommen. Hast du früher auf Jimmy Neutron geschaut? Äh, ja. Doch. Doch, man. Ich bin einer, der es sich gegeben hat. Aber ich hatte den Eindruck, es gab sehr wenige Episoden irgendwie. Aber ich hatte echt den Eindruck, hier ist einfach nichts. Also hier, das kann ich glaube ich nicht sprengen. Ähm, ich hatte echt den Eindruck, es gab so eine Handvoll Episoden nur und dann hatten sie sich immer wieder wiederholt. Ich habe auch damals den, äh, Pilotfilm geguckt. Ich habe den mir als Kind auf Videokassette ausgeliehen. Aber ich habe einfach keine guten Erinnerungen daran, weil ich weiß noch, ich habe mir das ausgeliehen. Ähm, und ich habe den mit meinem Vater geguckt, aber ich hatte irgendwie Magen, Darm währenddessen und ich habe nur gekotzt die ganze Zeit. Egal, was ich gegessen und getrunken habe, ich habe gekotzt. Also erinnere ich mich immer an Jimmy Neutron damit, dass ich, irgendwie die ganze Zeit da sind meine Jimmy Neutron Erinnerungen halt kotze. Ich habe hin und wieder geschaut und dadurch kam es mir vor, es gibt tausende Folgen, weil ich die immer so schnell vergessen habe. Ich konnte mir die Sachen gut merken. Also irgendwie von den Serien, die ich geguckt habe als Kind, ähm, irgendwann kannte ich immer alle Episoden schon und ab dem waren es halt nur Wiederholungen. Man hat es trotzdem einfach geguckt, weil was hat man für eine Wahl gehabt? Man hat es dafür geguckt. Okay, Spongebob, Cosmo, Wander, äh, Jimmy Neutron, ich habe sie teilweise so aus, es gab irgendwann spätere Staffeln, wo ich dann älter war, aber die früheren habe ich alle gesehen, kann ich auswendig übernehmen. Ähm, okay, soll ich mich drehen? Ich weiß nicht, ob ich hier weitergehen kann, soll, aber erstmal vielleicht noch nicht. Also auch diese Gegend hier kann man sehr gut erkunden mal. Ah, hier musste ich Mini machen. Ich wollte instinktiv mich rollen. Wisst ihr noch, in Paper Mario 2 wo wir die Fähigkeit bekommen haben, dass wir uns rollen können? Als Fluch? Hahaha. Das wollte ich gerade machen. Ich wollte so richtig R drücken und dann drehen, damit ich klein werde und da war ich so, nee, warte, so funktioniert nichts in diesem Spiel. Okay. Da kommt das Ding oder was? So, ich nutze mal die Gelegenheit, eine kurze Toilettenpause zu machen, während ich das Ding einsetze. Okay, ich bin in einer Minute wieder da. Guckt euch die Katzen einfach so lang an. Ich bin in einer Minute und da. Ich bin in einer Minute Untertitelung des ZDF, 2020 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 Guten Abend, Coding Sin Was geht ab? Ja, ist nicht viel Wir sind hier gerade ein bisschen in Eile Weil im Hintergrund dieses große schwarze Loch ist Was da kurz bevor ist, die Welt hier zu verschlingen Und wir müssen die ganze Zeit einen Kampf nach dem anderen machen Der Wächter ist 21. Tor Es köchelt ein heißer, scharfer Wut Ich bin Prügelschrimp, du wirst meine salzigen Schalen niemals durchdringen Ich werde dein Gesicht mit meinen Ärmchen bearbeiten Es passt gerade nicht, wenn du der Held bist, auf den wir gewartet haben Eile weiter zum Schatz Ich Prügelschrimp werde meinen Zorn schlucken und dich vorbeilassen Okay, jetzt fangen die langsam wenigstens an Mich vorbeizulassen, weil auch die Kerle langsam realisiert haben Ey Es ist ein bisschen dringend Die Welt ist hier kurz vorm Untergang Und durch das ganze Kämpfen Vergeht mehr Zeit Also sollten wir uns besser beeilen Kannst du dir vorstellen, nach dem Studium weiter mit dem Fernsehen zu arbeiten Zum Beispiel als Auslandskorrespondent Wer weiß Das Interessante ist, man weiß nie, wo es einen hindringt Man weiß echt Nicht so was passiert Und das nicht Es ist immer interessant, einfach ungeplant ranzugehen und zu gucken Wo man die nächsten paar Jahre dann steht Aber ich glaube auch nicht, dass ich Ja, ich weiß noch nicht, was in die Zukunft bringt Aber ich werde auch nicht vermutlich immer dort bei dem Arbeitgeber bleiben Es wird auch, ne, ich werde auch mal Ich werde auch irgendwann wechseln Es wird nicht immer gleich bleiben So Aber genug dazu erstmal Okay Die Lehre füllte Weil ich denke Die Facecam muss ja nicht so groß sein Also dafür Ich müsste das Spiel kleiner machen Für die Facecam größer machen Und wenn das nicht überlappen soll Und von daher denke ich mir Ja, scheiß drauf Das Spiel ist wichtiger Ich habe von eurer Äh, unerfreulichen Begegnung mit Graf Nickwitz gehört Die Legende ist also wahr Und unsere Vorfahren haben es vorausgesagt König Milit Wir haben nicht mehr viel Zeit Das reine Herz bitte Du hast nicht alle 100 meiner Recken besiegt Aber die Lage ist ernst Warum nicht? Der Schatz befindet sich am 26. Tor Ruhet euch das reine Herz Es soll euch gehören Okay Wir haben es fast Bombe? Warte mal Aber, aber Ihr seid nicht einmal angekokelt Ihr seid gar nicht verletzt Edelnder Mist Warte mal Habt ihr wirklich gedacht Ihr könnt euch das reine Herz einfach so krallen? Ihr seid so dumm Oh nein Überraschung Ich bin es Mimi Ihr seid so doof Habt ihr echt gedacht Der König gibt euch das reine Herz? Wahrscheinlich macht er gerade Ein gemütliches Schläfchen im Palast Und währenddessen geht seine Welt im Bach runter Mimi, wir haben keine Zeit für sowas Kommt uns nicht in die Quere, ja? Wie dumm kann man sein Ich bin gerade hier Um euch in die Quere zu kommen Ich bin nicht so sanft mit euch Werder Graf Jetzt seid ihr fällig Okay Moment Bowser Du hast vor einem Jahr auch nicht gedacht Du bist Softwareentwickler bist Wirklich? Du bist Softwareentwickler? Warst du nicht Lehrer? Tja, wir wurden tatsächlich verarscht Mimi ist ein Meister der Tarnung Wie Rumpel In Paper Mario 2 Oh, wir haben gewonnen Bowser ist einfach unnormal stark Das hat wehgetan Ihr fiesen Schläger Aber egal Alles ist perfekt Ihr glaubt mir nicht Schaut euch den Himmel an Achso, du hast keine Lust mehr drauf Find ich cool Einfach sagen Ah, ich hab keinen Bock mehr Ich mach jetzt was völlig anderes Die Lehre, sie ist gigantisch Ihr habt mir eine Menge So in 3D aus Sieht eigentlich ganz friedlich aus Aber von einer anderen Perspektive Haben wir dieses riesige Lilane Loch Ich bin neu bei Twitch Weiß jemand, wie man den Chat auf dem Handy wegmacht Möchte sein Gesicht in groß genießen Ja, Mann Okay, ich glaub Das ist eine Gamer-Frage Die ihr beantworten müsst Ich weiß gleich, wie man den Chat wegmacht Musst du nicht irgendwie rechts tippen Oder so auf deinem Handy Naja Also ich find Facecam ist halt Cool zu haben Aber Wenn ich die Möglichkeit hab Ein Spiel in 16 zu 9 darzustellen Ähm Dann will ich es auch So gut ich kann nutzen Und möglichst viel Raum Für das Spiel selber geben Es gibt Leute, die wirklich Die Spiele sehr klein halten Also da ist so viel Bildschirm, ne Und die machen das Spiel So auf eine kleine Also manchmal muss es nicht mal so klein sein Da ist noch ganz viel Rahmen und Platz Und die machen die Spiele total klein Und nehmen den Platz einfach nur für den Hintergrund Oder so So ich find Okay, warum? Ah, ah Wir sind erledigt Es gibt kein Entritten Oh shit Oh nein Wir sind zu spät Oh nein Die Welt ist im Untergang geweiht Wir müssen es schaffen Wir können jetzt nicht versagen Nicht jetzt Wir sind so weit gekommen Das Spiel ist abgestürzt Oh Ignorieren und fortfahren Warnung Ein Fehler ist aufgedreht Zeile ein Datei Vertex Shader Gen.cpp Ignorieren und fortfahren Ja Moment Wenn ich ganz oft auf Ja klicke Vielleicht kriege ich das Spiel doch noch Komm schon Komm schon Ich hab den Crash überstanden Ich hab den Crash überstanden Äh Nicht den Stream Ich hab den Crash überstanden Okay Also das ist ein Meta-Ding Es wurde nicht nur durch diese Ne Dimensions-Dings hier Ähm Quasi in der Story was gemacht Es wurde versucht Dass mir das Spiel ausgemacht wird Aber ich hab's überstanden Der Safe Ja man Haha Richtig cool Ähm Habt ihr das gesehen? Aber ihr konntet die Federmalder wahrscheinlich gar nicht sehen Oder? Kommt mir irgendwie bekannt vor Sogar regelrecht vertraut vor Looks like Going to the Shadow Rear Morco Der Safe Obwohl Ne Feuer Das Sprechblasensymbol Welches durchgestrichen ist Ähm Ist allerdings 50% Stream 50% Chat Achso Ähm Ja du kannst das irgendwie Ich glaub du drehst Und dann weiß ich irgendwie sowas Ich kenn ihn nicht Ich glaub gesagt ich kannte ihn Also wenn du den Chat Wenn du das schräg hältst Dann kannst du glaub ich tippen Und dann hast du rechts irgendwie die Option Irgendwie sowas Wer ist er? Ich kann mich nicht erinnern Oh wir sind wieder da Wie nett Okay In der Welt ist das noch nicht Ausgesaugt Mario weißt du Was ist hier los? Oh was ist denn los? Schwer zu sagen Ich bin auch etwas verwirrt Wir scheinen wieder ein Flipstadt zu sein Aber was mit König Milit Und seinen Recken Und den reinen Herzen Doppeltipp macht komplett Fullscreen Ah Okay Dann sag auf Wiedersehen zum Chat Die Tür zu dieser Welt existiert immer noch Ich frage mich Sollen wir es fragen? Ja ich denke wir sollten sie öffnen Ich mag es wie das Spiel echt versucht hat abzustürzen Und ich es irgendwie überstehen konnte Indem ich einfach ganz oft okay gespammt hab Bei der Warnmeldung oder was auch immer Oh nein Oh ich dachte es würde wieder abstürzen Okay Aber wir sind jetzt hier drin 6-1 Das ist ein sehr gruseliger Part Mit so spät So da sind wir Und hier ist nichts Es ist nichts mehr da Ich spüre etwas ganz schwach Es ist das reine Herz Ich glaube nicht dass es hier noch irgendwas gibt Aber wir sollten nachsehen Tja Das ist die Welt Sie wurde komplett ausradiert Und jetzt ist hier einfach ein Nichts Und die Musik ist ziemlich gruselig Hier haben wir noch ein klein Ein bisschen Überreste von den Häusern Aber mehr auch nicht Das ist ganz schön dunkel Für ein Mario Spiel Also wirklich Dass es dazu kommt Dass eine Welt ausradiert wird Und wir sogar dann Die nochmal betreten können Warum blockiert mich das So ein Stück Was mal Holz war Tja Einzelne Reste haben es noch geschafft Da zu bleiben Aber das war es dann auch Sonst ist alles hier eingesaugt Und für immer weg Ja Das ist ganz schön düster So Wir können nur weiter gehen Mehr gibt es hier nicht Außer Pure Leere Die Stelle hat mich damals auch wirklich entsetzt Ja oder Also es ist jetzt kein HH Ich finde das wirklich sehr gruselig Wer hätte gedacht Das ist einfach ein weißer Hintergrund Und einfach Eine Linie Die als Boden Dastehen soll Gruselig sind Aber irgendwie ist das Das hat echt so ein paar Creepypasta Wipes so ein bisschen Die Welt ist weg Was ist das dort drüben? Könnte das Ist das reine Herz? Irgendwie hat das die Zerstörung In dieser Welt überstanden Aber etwas stimmt nicht Hä? Dieser Ort ist ein Wie ein unbeschriebenes Blatt Nicht? Was? Oh dieser Typ Wer ist dieser Kerl nur? Ich check es einfach nicht Ey Was ist das? Es sieht aus Als wäre euer Reines Herz hinüber Tja Es sieht aus Als wäre das Ende der Welt Etwas zu viel gewesen Egal Ich nehme es trotzdem mit Um euch zu ärgern Ey Luigi Seit wann kannst du Ich meine Mr. L Wo niemand weiß wer das ist Seit wann kannst du Sachen So hoch beschwören Ah du bist es Wie immer Modisch in Overall Und roten Hemd gekleidet Ha Du bist der Typ Mit dem wir im Weltall Gekämpft haben Das Prognostikon Ist wirklich beeindruckend Oder? Alles was der Graf nicht mag Verschwindet Einfach so in nichts So ich muss weiter Halt euch aus dem Plänen Des Grafen heraus Werden Graf Knickwitz aufhalten Jetzt gibt es Reine Herz her Du schmieriger Kerl Mario kennt ihn auch nicht Ihr wollt euch einen Kampf Verjahrt Den sollt ihr haben Bruboter los Wow Marco Das viele Zuschauer heute Nach zwei Jahren erreicht Du bestimmten Monter Ja klar Wieso nicht Seht ihr euch an Er ist auf dem neuesten Stand Der Technik Mein neuer Freund Bruboter Tybel Der grüne Donner Schlägt ein wie ein Blitzer Das ist Overall Das ist so out In God Oh wie kämpft man denn Gegen das? Jee ist das hässlich Das stimmt Hier Oh Ich muss erstmal verstehen Wie das hier funktioniert Oh da könnt ihr einfach Bowser und Flammen machen Das wäre jetzt natürlich Die einfache Lösung Aber ich dachte So gerade den kann ich Als Mario machen So ihr wisst schon Weil Mario und Mr. L Oh oh Ein Laser Achso und Ah der hab ich schon Mit eingesaut Achja und zudem Stimmt Eben wurde ja noch Kommentiert Dass ich die Namen Der My Little Pony Charaktere Kenne Weil ich sie Beim Let's Play Da gesagt hab Ja unfreiwillig Wusste ich die wirklich Einfach weil die mehr so 2012 war echt Eine dunkle Ära Im Internet Finde ich man Diese Ponys waren da Sie wurden einen Aufgedrängt Rainbow Dash Applejack Pinkie Pie Cutie Pie Genau wie die alle heißen Ah jetzt nimmt der Schaden Moment Ich springe auf seine Nase Achso das funktioniert Moment Ich kann einfach Gegen ihn springen Weiß ich im Video Überhaupt nicht aufgeregt Über die Ponys Ne es war wichtig Ein Statement zu setzen Das Tohu und Undertale Vergessen Ja vielleicht schon Aber bei Tohu Kenne ich Kenne ich nicht So viele Namen Ich kenne Flanders Scarlet Und es gibt Zirno Mehr kenne ich nicht Aber Das war's ja auch schon Vielleicht Vielleicht sollte ich mich Mal gleich heilen Ich sag nur Rainbow Dash Und Brownie Was Brownie sind wie die Sich nennen Leute Shit Erst alles Aufzählen Und dann zu tun Als ob man es nicht kennt Nein das ist doch Der Punkt Das ist doch der Punkt Ich kenne es ja Ich kenne es ja Gegen meinen Willen Und ich hätte es gerne Nicht gekannt Ich hätte dieses Wissen Gerne nicht gewusst Ich hätte es gerne Zurück gewusst Das ist ja das Statement Was dahinter steckt Okay irgendwie Verliere ich gegen diesen Roboter Ein bisschen Ich habe noch nicht So ganz verstanden Was ich schlauer Machen kann Weil ich glaube Sehr schlau Stell ich mich hier nicht an Okay man saugt die jetzt Nein Und Undertale Klar man kennt Sans Undertale Es gibt noch mehr Figuren Bei Undertale Aber die kenne ich nicht Vom Namen her jedenfalls Es gibt den Spieler Dann gibt es noch Diese komische Ziegenfigur Dann gibt es noch Dann hat Sans Undertale Noch einen Bruder Oder sowas So einen Knochenbruder Aber ich weiß Deren Namen alle nicht Die weiß ich wirklich nicht Wie die heißen Ey Boah Ihh Luigi ohne Schnauze Scheiße man Der ist ganz schön stark Mist Okay ich stelle mich Echt doof an In diesem Kampf Ich meine Jetzt gehen wir Meine ganzen Heil Atoms weg Ich muss Undertale Mal im Stream spielen Mal gucken Vielleicht Eines Tages Vielleicht Nein Ich denke Mal schauen Wäre bestimmt lustig Von jemandem Eine Reaktion zu sehen So von diesem Spiel Der es noch nie gespielt hat Vorher Das einzige was ich weiß Ist dass wenn man Das erste mal gegen Sans kämpft Dass das so richtig abgeht Oder so Weil es so richtig schwer ist Oder so Das weiß ich Aber alles andere weiß ich nicht Und dass das Spiel 40 Enden hat Oder sowas Und jetzt gibt es ja Deltarune Aber ist Deltarune Schon fertig als Spiel Oder gibt es nur Irgendwie ein Zwei Kapitel von dem Spiel Das weiß ich nicht War es unmöglich Mein Roboter Typ Er hat Raketen Raketen Ich finde die Bewertung Von dem Contest schlecht Das sind irgendwelche Cringe Leute Die ihre eigenen Freunde Mehr Punkte geben Vorher das Level echt schlecht Die Level schlecht sind War schon ein anderer Teil Und hast dich deswegen Aufgeregten aufgeregt Und wenn Naja Vielleicht bist du einfach zu schlach Jetzt lass du Doch der grüne Donner Vergisst nie Und er läuft davon Dieser Meister Ist doch total verrückt Woher kenne ich ihn aber Oh sieh nur Er hat es wohl Beim Weglaufen verloren Aber dieses reine Herz ist Oh bin ich froh Dass wir uns die ganze Mühe Für einen blöden Stein gemacht haben Wir sollten uns Merlon zeigen Weil sicher was zu tun ist Naja Ist das ein Grund zur Freude Ich weiß nicht Achso Ich hab übrigens gestern Ein bisschen in dein Stream Aufzeichen bei YouTube Reingeschaut Bevor du Münzen für die Flipchart Chips Aussuchst Schau mal lieber Ob die KP Plus Und Abwehr Plus Wirklich nur 250 Oder doch 2500 kosten Ja 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 Es ist mir im Stream Selber auch noch Irgendwann aufgefallen Ich weiß nicht Da hast du wahrscheinlich Ehr den Anfang gesehen Ja am Ende ist mir aufgefallen Es waren nicht 250 Es waren 2500 Pro Ding Also ein bisschen Viel Geld Ist mir aufgefallen Keine Sorge Äh ich verstehe das nicht Warum kann ich sie nicht besiegen Haha Haben sie deinen Roboter Schon wieder kaputt gemacht Meister L Oh du bist es Dimensio Ich bin ratlos Man sollte meinen Ein Riesenroboter Würde mit ihm fertig werden Ich bin ein Versager Wie soll ich den Grafen Wie wird er unter die Augen treten Vielleicht ist es besser so Wow Ey warte halt Was hast du vor Wie schon gesagt Du kannst nicht zum Grafen zurück Also verschwinde Das ist nicht lustig Dimensio Wenn ich lachen wollte Würde dein Gesicht schon reichen Oh das Na 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 Wer wird denn so unhöflich werden Du pass nicht hierher Wenn Ich dich jetzt beseitige Wird es niemand hier herausfinden Und die anderen werden dich nie finden Jetzt oder nie Für dich ist der Form gefallen Meister L Oh oh Dieser Luki ist echt frech Ja Er kann auch frech sein Wenn er nicht weiß Wer er gerade ist Ey warte was soll das Du bist verrückt Dimensio Verrückt Haha Keine Angst So schlimm ist es nicht Schicke dich Schicke dir die Helden hinterher Damit du jemanden zum Spielen hast Und Luigi ist tot Ciao Meister L Luigi ist es Nicht mehr da Die Zerstörung einer gesamten Welt War eine schreckliche Tragödie Amare und seine Freunde hatten überlebt Und sogar das reine Herz gefunden Das Ende der Welt hatte den Glanz Des reinen Herzens zum Ölöschen gebracht War seine Macht nun für immer verloren Die Helden machen sich auf den Weg nach Flipsch Um dies herauszufinden Rest in Peace Luki Ja es war Luigi die ganze Zeit Überraschung Jetzt habe ich es einfach mal offenbart Nassasi hat Gehirnwäsche mit ihm gemacht Und da ist er im Bösewicht geworden Und dann hat Dimensio ihn einfach ausgelöscht Ja es gab eine Nachricht von Dimensio Eine kleine Ungehorsamkeit Demnach hat sich unser Meister L Irgendwie den Helden angeschlossen Ich übernehme natürlich die Verantwortung Ein klares Verwaltungsfehler Meinerseits Ich verstehe Nur was geschehen ist Ist geschehen Diese Prophezeiung kann nicht Ohne Opfer erfüllt werden Okay was Mimi betrifft Auch sie hatte die Burg verlassen Hat sie Graf Knickwitz wird die Disziplinierung Der Schergen überlassen Graf Ihr wirkt ein bisschen verändert Ein neues Monokel Oder ist etwas geschehen? Graf Knickwitz geht es gut Lass mich jetzt bitte allein Natürlich bitte entschuldigt mich Ist dieses Pixel vielleicht Timpani? Oh oh Nein das ist vollkommen unmöglich Und ich weiß wovon ich rede Unabhängig davon ist es sowieso schon viel zu spät Die Prophezeiung wurde angestoßen Und kann nicht mehr aufgehalten werden Jemand kann mir etwas tun Der schwarze Strudel erinnert mich schon Ein bisschen anders Nichts außer in endlichen Geschichte Ich kenne die Ich kenne die Ich habe eine ähnliche Geschichte nie gelesen Muss ich zugeben Timpani was hast du mit ihr gemacht? Ich will sie sofort sehen Beruhige dich Blumir Siehst du was dieser Mensch aus dir gemacht hat? Du hast Schande über mich Und den ganzen Clan der Dunkelheit gebracht Dann ist es eben so Das bedeutet mir nichts Nur sie bedeutet etwas Dann würde dich vielleicht Äh würde dich vielleicht Folgendes interessieren Sie ist nicht mehr in dieser Welt Was? Was meinst du damit? Das ist der Preis Den die Zahlen Die im Schicksal sich widersetzen So Sie? Nein das darf nicht sein Eines Tages wirst du es verstehen So Sie sind nicht für uns geschaffen Oh Es wird immer finster Tja Vielleicht sollten wir mal zu Merlon gehen Und mal gucken Ob er irgendwas für uns tun kann Marlon Ja genau Es ist Marlon Ah So Erstmal speichern Ich glaube ich habe ewig nicht abgespeichert Vor allem jetzt wo das Spiel wirklich Beinahe abgestürzt ist einmal Ich bin froh dass ich das noch verhindern konnte Oh die Helden Habt ihr das siebte Reine Herz gefunden Die ganze Zirkusband ist da Naja du sollst es dir erstmal ansehen Merlon Stein Was ist da damit geschehen Die Leere hat die letzte Welt verschlungen Und das Reine Herz so zurückgelassen Hmm Dieses Reine Herz Strahlt keinerlei Energie aus Ist es In einer Ist in einer Herzen zu platzieren Wäre daher nutzlos Was sollen wir tun Aber wie sollen wir es dann retten Ich meine Wie sollen wir Alles vor der Zerstörung retten Wir müssen Graf Knickwitz besiegen Er hatte die Leere beschworen Aber dafür brauchen wir den Lichtenpok Gnostik Und zufolge die acht Reine Herzen Das ist ein äußerst schwieriges Problem Seht euch diese Jammerlappen an Wow Hier drin Dimensio Was suchst du hier Oh wie schade Es gibt dieser Welt keinen Weg Ein reines Herz zu regenerieren Tja sieht aus Als wäre eure harte Arbeit Vergebens gewesen Hey das ist nicht dein Ernst Doch Aber ich habe einen kleinen Trostpreis für euch Oh Shit Wir auch Wow Merlon wird einfach Zurückgelassen Und mein Pixel auch Was war das Mario Prinzessin Peach Bowser Wo bist du Mario Ganz einfach Ich habe ihnen geholfen Und sie in die nächste Welt geschickt Ihr wisst wer ich bin Oder Ich bin euer Feind Dimensio Ich diene Graf Knickwitz Was spaßig mit euch Aber ich muss weiter Ciao Er hat uns getötet Was kann ich Mario Nein Wow Jetzt wird es finster Liebe Freunde Wenn ihr dachtest Schon eben Das wäre finster Hier ist Mario Hallo Neuling Sag mir Bist du das erstmal Unten drunten Dimensio ist ein wenig OP Ja er kann einfach mal Dazu bringen Alle einfach Incent zu töten War nur ein Witz An diesen Ort Kommt man nur einmal Bitte was hast du gesagt Was unten drunten ist Du willst mich auf den Arm nehmen Oder Für einen Typen ohne extra leben Bist du ganz schön witzig Ist nicht offensichtlich Dies ist der Ort An den alle kommen Deren Spiel endgültig vorbei ist Manche nennen diese Welt Level minus eins Wie endete dein Spiel denn Ein schlechter Sprung Oder hat jemand Wie bitte Dein Spiel ist noch nicht vorbei Träum weiter Leugnis ist der erste Schritt Vielleicht musst du es Von König Mortimi hören Königin Und unten drunten Gibt es nichts Äh nichts Angst einflößenderes Als sie Und das sagt alles Sie regiert Uns düsteros Und hat keine Skrupe Der ohne Umschweife Mitzuteilen Dass sein Spiel vorbei ist Okay Liebe Freunde Ich weiß nicht Wie ich es euch sagen soll Mario ist alleine Meine Pics sind alle weg Ich bin in der Hölle Und nicht Oh man Es ist übel Ich bin in der Hölle Ich bin wirklich In der Hölle In diesem Mario Spiel Gibt es eine Hölle Und wir sind mittendrin Weil Dimension uns getötet hat Man erkennt sofort Dass du neu hier bist Lass mich ein Rad Ja ich bin vielleicht Nicht so eine traurige Gestalt Wie ihr alle Vor uns liegt der Fluss Unlücks Achtet auf Auf keinen Fall In ihm zu versinken Man sagt Dass wir unten Geister laufen Die dich für immer Ins Dunkel hinabziehen Was mit Düstros passiert Die hier reinfallen Ihr Spiel nach dem Spiel endet Danach beginnt wohl Das Spiel nach dem Spiel Nach dem Spiel Oder so Äh Klar Kein Problem Mario ist straight in der Hölle Ihr kennt es aus Allen anderen Mario Spielen Nein wirklich Das ist das Das ist mit Einer der Gründe Warum das eins der Dunkelsten Mario Spiel Überhaupt ist Story mäßig Wird heute der Tag sein Nämlich endlich den einen Kennenlernen werde Er sich einem Prinz Wird hübschen Antlitz Oder jetzt Nach mir schmachtend Schon nach mir schmachtend Eile herbei mein Prinz Und nehme ich mit dir Ich? Was starrst du mich so an? Habe ich nach einem dicken Mann Mit Bart gerufen Hinfort mit dir Wow Schon krass Dass man in der Hölle Einfach nochmal sterben kann Ja Schon ein bisschen Oh hier sind auch Knochen trocken Aber so richtig Kaputt machen kann ich Ja nicht Ja irgendwie ist schon Der Gedanke Doppeltot Schon ein bisschen weird Hier muss man ein bisschen 3D spielen Oh die Lava Ballen Sind auch hier Warte mal Ich bin hier Völlig verkehrt Freche Göre Ja Aber wer soll die hier Schon mit einem Ball bringen Ne warte Ich muss da lang Ich glaube das reicht Ich weiß nicht ob ich da Oben rein kann Ich glaube nicht So Aber dieses Pilzmixt Nehmen wir uns Wir haben tatsächlich Ein paar Items mal Verbraten im Kampf Gegen Luigi Luigi Bot Also ich bin nicht mal Böse drum Ich denke mir Ja wenigstens hatten die Items Um es mal einen Sinn Eingesetzt zu werden Wir befinden uns hier Am Fluss Unmix Sein Wasser besteht Aus den Tränen Der Sünder Für nur 4 Minuten Bring ich euch Auf die andere Seite Na gut komm Wir sollen dir nicht da rein Danke Steig ein Wir legen dann ab Es heißt Das ist wohl Nach einer griechischen Mythologie Dass es wohl diesen Fluss Der verlorenen Seelen Oder so gibt Ist alles wohl wahr Und dass es Jemanden gibt Der einen da drüber fährt Mit dem Boot Naja 4 Münzen kann ich verkraften Ich meine ich bin in der Hölle Was soll ich denn jetzt sonst Mit meinem Geld mal anfangen Dankeschön Bis bald Okay Okay Mal schön nach 3D Sachen gucken Oh hey Was mit dir Hat die Königin Mordtimi schon ein Bild Deiner schlechten Taten gemacht Glaub mir Wenn sie genug findet Wirst du dafür leiden Sehr lange leiden Aus dem Weg Kannst du ihr sowieso nicht Denn ansonsten Kommst du ja nicht weiter Sie treffen Oder gar nicht weiter Kommt Game over Oder Game over Richtig Wie lange wirst du noch streamen Eine Stunde vielleicht Hallo wie geht's Gut gut Ich bin Demon Treuergebender Diener der Königin Du möchtest die Königin sehen Gut aber keine Treuelei Sie ist beschäftigt Und sie weiß übrigens Von allen Schlechten Dass du vor Spielende begangen hast Also hier unten nicht die Ich war ein Held Nummer ab Okay Äh okay Kannst du auch schon sagen Wenn dein nächstes Room kommt Nein Kann ich nicht sagen Du was suchst du Ich bin Königin Mortimi Herren von unten drunten Herrscherin über all jene Deren Spiel zu einem Ende gekommen ist An diesem Ort Werden deine schlechten Taten abgewogen Als guter Charakter Gehst du auf die Reise Nach oben droben Aber falls nicht Dann wirst du auf ewig Unter jenen leiden Deren Spiel zu Ende ist Dann wollen wir mal sehen Hm Ich spüre eine rätselhafte Energie Hast du etwas Mysteriöses Mit dir nach unten drunten gebracht? Das Mario ist ein kaltblütiges Monster Aber wissen wir ja alle Naja Er hat sehr viele Morde begangen Was ist das denn? Nein Das kann nicht sein Wie kann das nur Es ist schwer beschädigt Aber du hältst ein reines Herz Wer bist du dir anzumaßen Ein reines Herz zu besetzen? Und was ist mit ihm geschehen? Oh Entschuldigung Warten Moment Mein Telefon Entschuldigung Aber das Gespräch ist wichtig Was ist denn Oh Papierchen Du weißt doch Dass ich arbeite Wie bitte? Nibidi ist verschwunden Du meine Güte Ich verstehe Ja gut Ich kümmere mich darum Bis bald Na großartig Genau das hat mir noch gefehlt Wir sind hier sowieso unterbesetzt Was soll ich nun machen? Oh vielleicht kannst du ihr helfen Der Anruf gerade kam vom Vom König von oben droben Oh Papi Eine der Nimbis ist verschwunden Und er bat mich nach ihr zu suchen Ich kann meine Pflicht in ihrem Palast Allerdings nicht vernachlässigen Und jeder Demon hat im Moment eine Mission Also trifft es dich Willst du an meiner Stadt Nach dieser verschwundenen Nimbis suchen? Ja Ich danke dir vielmals Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten Aber das hilft uns ungemein Libidi liegt uns sehr am Herzen Und dein Name ist Mario Nun Mario Darf ich in der Zwischenzeit Die dreine Herz für dich verwarnen? Na klar Königin der Finsternis Er sagt sogar nein Mach dir keine Sorgen Du hältst es zurück Sobald du die Belli gefunden hast Libidi Entschuldigung Und anstatt des reinen Herzens Gebe ich dir das hier Einen Schlüssel Hier wurde berichtet Dass jemand in den Fluss Unnüchs gefallen ist Es soll ein komischer Vogel In grüner Kleidung gewesen sein Libidi war es daher nicht Sollt trotzdem einmal An Ort und Schellen nachsehen Das Schlüssel öffnet Eine Tür zu den Wasserwegen Unterhalb des Flusses Such bitte das gesamte Areal ab Er hat so nein gesagt Wäre es Game Over gewesen? Äh Weiß ich gar nicht Und ich habe mittlerweile Angst Nachzuprüfen Weil Wenn man Game Over kassiert Ist das richtig traurig Erstmal Hallo Arnd Aber dann ist das wirklich traurig Irgendwie Weil dann muss man wirklich Sehr viel Story wieder von vorne spielen So liebe Freunde Jetzt kommt der gruseligste Teil Vom Spiel Ist kein Haha Kein Scherz Hier ist der gruseligste Teil Vom Spiel Gehen jetzt hier runter Und diese Musik Wenn ihr schwache Nerven habt Klögt jetzt kurz weg Aber hier wird es Wirklich abartig Wir haben ja diese Komischen Hände Und wirklich das gruseligste Liegt an dem gesamten Spiel hier Man soll wohl Stimmen In der Musik hören Die irgendwie sowas sagen Wie Help us Wenn man diese Zeichen Entschlüsselt oder so Ist ein Spiel für Kinder nebenbei Ich höre wirklich Irgendwelche Stimmen Ich kann nicht identifizieren Was sie sagen Okay aber hier ist die Musik Wenigstens wieder normal Ist nur in dem einen Raum Aber trotzdem Alter What the fuck Das Das ist ein Mario Spiel Ich glaube kein Mario Spiel Ist jemals so weit gegangen Wie dieses hier Also wirklich Was solche Sachen angeht Kein offizielles Mario Spiel Ist glaube ich so weit gegangen Wie dieses hier Also für ein Spiel Das Super Paper Mario heißt Wo man denkt Ah das ist ja ein Spiel Das ist ja wie Mario Brothers oder sowas Ein bisschen Plattform Action Mit ein bisschen Story Hat das echt unscheinbar Viel Story Und eine düstere Story Vor allem Habe ich es falsch gemacht Ich glaube ich habe es falsch gemacht Ein Augenblick Und das wundert einen Und ich glaube wenn man es nicht vorher weiß Dann hat man so ein Spiel Wie dieses gar nicht auf dem Schirm Weil das Gameplay von dem Spiel Ist okay Ist nicht das Beste Die anderen Paper Marges Die vorherigen Paper Marges Machen es besser Das kann man auf jeden Fall sagen Achso das kann ich jetzt nicht kaputt machen Aber von der Story her Ist das hier glaube ich Wirklich das Highlight Der Mario Spiele Dafür dass Mario in der Hölle ist Ist er ziemlich glücklich gerade Ja es ist Mario man Ich glaube Mario Ist ein Optimist Selbst in der Hölle Und man weiß ja nie Ob unter seinem Bart Ein Lächeln ist oder nicht So richtig Also Wenn man jetzt so guckt Ist hier irgendwas 3D versteckt ist Wahrscheinlich nicht Oder? War hier an der Decke was? Ne Ich glaube ich habe falsch geguckt Oder so Hier geht es weiter Naja Man hat die 3D Fähigkeit nicht verloren Sonst würde er wirklich Verstecken wahrscheinlich Hände Ich glaube nicht Dass ich die Hände besiegen kann Da ist noch so ein Ding Kann ich das verschieben Indem ich Dahinter gehe vielleicht So Die Macht der 3D Technik Hat mich das runterschmeißen lassen So Wasser ab Noch keine Spur Einer grünen Person zu sehen Ich weiß auch gar nicht Wer damit gemeint sein soll Hm Wer weiß doch schon Ist hier irgendwas? Moment Ah Da geht es weiter Okay Eine Tür und eine Röhre Gehen wir in die Röhre Wow Wir sind zwar in der Hölle Aber auch hier gibt es einfach Eine ganz normale Cave Wo man auch mal Ein bisschen Münzen sammeln kann Yoshi natürlich Stimmt Was mit Yoshi eigentlich? Okay Also wenn ich Irgendwie in einer Art Hölle wäre Also in dieser Hölle hier Dann würde ich mich wahrscheinlich die ganze Zeit in diesem Raum hier verstecken Weil das hier das unscheinbarste ist irgendwie Und einfach das Feeling zum Beispiel von einer ganz normalen Cave hat Und das um Längen besser als Hölle ist So Oh wir sind wieder am Ne wir sind eigentlich am Anfang Moment Ich dachte das wäre der Anfang Wo dieser Heilbrunnen ist Aber das ist ein bisschen was anderes hier Oh 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 Backe Wie bin ich schon in diesem stinkenden Eck gelandet Die Lacken des Grafen schnappen mich Dann kann ich mich nur noch daran erinnern Und dann Ich gebe auf Ich wünsche jemand würde kommen Mir helfen Hallo Ich bin's Dein Bruder Ah Aber Bruder Oh yeah Ich habe dich vermisst Wieso ich hier bin Ich weiß es nicht wirklich Wo bin ich überhaupt Achso Das ist die Hölle Unten drüten Das Land der beendeten Spiele Oder was willst du mir damit sagen Was hat das halt zu bedeuten Hm Hm Okay Verstehe Mein Spiel ist also beendet Na toll Dann hat mich wohl einer der Schergen des Grafen besiegt Ging's euch auch so Naja Alle gehen einmal die extra leben aus Richtig Was sollen wir jetzt tun Libidi Du suchst nach jemandem namens Libidi Klingt gut Ich bin dabei Mein Spiel ist bändet Da habe ich sowieso nichts vor Luigi hat sich deiner Gruppe angeschlossen Spielst du mit Luigi Dann halte Kreuz nach unten gedrückt Lässt du dann los Geht Die Reise ab nach oben Mit diesem Supersprung Erreichst du von oben Angreifende Gegner Und hohe Felsvorsprünge Es ist gut Dass du wieder da bist Mario Ich möchte vor Freude springen Man kann über die Hölle sagen Was man will Aber Welcher Ort hat Welcher Ort hat ein Heilbrunnen Eigentlich nice Das klingt nach einer Aufgabe für Luigi Das ist schon witzig Oh ja Tja Meine anderen Leute sind alle weg Aber wir sind jetzt Wir haben jetzt Luigi Meister L existiert nicht mehr Und wir können springen Und wir können So einen Sprung machen Hat sehr viel Ähnlichkeit Mit Marios Sprungfähigkeit In Paper Mario 2 Wo er die letzten Superschuhe erhält Falls ihr euch daran erinnert Knochen-Trocken-Karte Weil eigentlich läuft Der Angriff ziemlich ähnlich Hier Oder dieser Move Nur dass ich mich In der Luft noch bewegen kann Was ich in Paper Mario 2 Nicht konnte Aber selbst wenn ich hier Gegen die Decke knalle Auch ähnlich Nur dass ich das hier auch Steuern kann Und ich kann es auch abbrechen Also ja Es ist ziemlich ähnlich Wie Marios Sprungstiefel-Move In In einem anderen Paper Mario Spiel So und Luigi kann auch Von gut auf höher springen Aber Luigi kann wie die anderen Auch nicht die 3D Fähigkeit nutzen So und hier raus Kommen wir auch noch mit Luigi Ich meine hier Der normale Sprung Er springt schon höher Als Mario Im Fall So und jetzt wächst Mal zwischen den Brüdern Und so kommen wir wohl Auch mal durch Armer Luigi Aber so ist das Muss sehr viel einstecken Ja Erstens macht das keinen Schaden Oder so So und jetzt kommt wieder Der gruselige Part Haltet euch fest Wir müssen noch einmal Zurück durch diesen Brunnen Oh Wir können nicht schwimmen Während wir Okay Boah Diese Stimmen Das ist so gruselig Kein Scheiß jetzt Ich verstehe nicht Wie man sowas Gruseliges In ein Spiel packen konnte Wie kann man damit Über diese Wertung hinweg Ich glaube Die FSK Test Menschen Haben diesen Part hier Auf jeden Fall nicht gespielt Ich kann mich vorstellen Dass die Sehen und denken Ja man Sechsjährige Kinder Dann haben wir Eine coole Zeit haben Ich bin erwachsen Und finde das creepy Oh Peach ist ja nicht mehr da Moment Da ist ja noch mehr Okay Scheiß drauf Vielleicht komme ich ja Irgendwie anders da rein Ich dachte Ah da kann ich auch rein Oh noch eine Höhle Okay Erstmal kommen wir hier wieder raus Ich meine das sind ja ganz normale Gegner Wie sind die eigentlich Wie sind die eigentlich in der Höhle Landet Mehr gibt es hier nicht Hier gibt es nur Gegner Irgendwie ist das so ein bisschen Komisch Die ganze Höhle hat nur diese Gegner Mehr nicht Okay Ich glaube das jetzt einfach mal Und nehme das mal so hin Okay Keine Ahnung Hier scheint es nichts mehr zu geben Dann Können wir jetzt hier Eine Etage Drüber gehen Auf jeden Fall Weil dieses Mädchen Was gesucht wird Schon getroffen Einmal Oh Piranierpflanzen Gibt es ja auch Oh Eisatum Färbeln wir den noch drauf halten Geht der nicht Weil Ich habe ja Tippie nicht bei mir Oh Das war knapp Nur mit Tippie Funktioniert ja diese Fähigkeit Und da ich ja Sie nicht habe Und auch keine anderen Pixel Gerade Sondern nur wirklich Mario und Luigis Fähigkeiten Und mehr nicht gerade Gibt es auch nicht Mehr hier Was man machen kann Oh Na das nehme ich mal Oh Blumenregeln Warum nicht Jetzt habe ich die große Münze verpasst Leider Oh ich habe den besiegt Cool Da können wir rein Landen im Hintergrund Okay Dann sind die ganzen Blumen Jetzt Münzen da weg Aber Pech gehabt Meine Verteidigung Die Picks sind schon Sehr zu Tools Verkommen Dass ich daran gedacht habe Dass man die braucht Ja das kann ich verstehen Auf jeden Fall Ich muss auch manchmal Zweimal denken Also es ist nicht so eine Selbstverständlichkeit irgendwie Komm her Eins Schaden Okay Woher ist das Ich kann ja auch so einen Schadensprung machen Okay Scheiß drauf Ich mache dich nochmal platt Komm Ich nehme mal Mario Irgendwie ist er ein bisschen Wendiger zum Steuern Hat schon besser funktioniert Peach Garte Mehr nicht Na ich meine Ist ja auch okay Aber Mann Die Höhlen In der Hölle Sind genauso enttäuschend Wie in die normalen Höhlen Geht so einen weiten Weg und dann Ja du hast eine Karte Bekommen Oh dann Oder gibt es hier noch So einen Geheimtipp Ne So Da ist eine Tür Bevor wir rein Gucken wir mal Ob wir mit Luigi Da hoch können Nö Na gut Oder Moment Vielleicht Als Luigi Hier hoch Und dann hier Zum Mario Weg sind Ne Nein Das hat überhaupt nicht so was Okay Dann nicht Dann gehen wir mal Du Dubidubidu Dein Begehr Du Suchtest nach mir Pach Als ob ich nach Einem wie dir Geschickt hätte Ich habe einen hübschen Prinzen erwartet Und siehst du Einen Glaubst du etwa Prinz zu sein Nachdem ich verlangte Fast schon Impertient Dann erklär mir Deine Herkunft Edler Prinz Wenn du der Prinz bist Kennst du sicher meinen Namen Flüstere ihn mir zu Kennst du den Namen Will ich dir Glauben schenken Sag meinen Namen Äh Liebidi Ha Nimm das Mein Name ist nicht Lieb Was Wie habt ihr das Wissen Meines Namens erlangt Nein Bedeutet das etwa Nein Und nochmal Nein Das kann nicht sein Ich ertrage es nicht Ein so alter Mann Und dann ist es nur eine Beleidigung Fürs Auge Ich kehre zur Mutter zurück Ah Was eigentlich immer In dieser Debatte Wie alt Mario ist Ich meine Hier in dem Spiel wird gesagt Er ist ein alter Mann Und das würde ich auch unterstreichen Mario ist bestimmt Nicht jung Aber Miramote und so Die sagen Ah Mario der ist 25 Und ich mir denke Wo ist dieser Kerl 25 Jahre alt 24, 25 Sagen die von Nintendo mittlerweile Wahrscheinlich um besser Mit der Zielgruppe klar zu kommen Aber ich meine Als er erfunden wurde Wurde er schon als Mann mittlerem Alters erfunden Und Ich glaube ich kann hier abkürzen Ja perfekt Vielleicht so Ach komm schon Das muss doch gehen Und jetzt sagen die Ja Mario ist 25 Jahre alt Wo ich mir denke Was Das ist ein alter Sack 30 oder so Ist das jetzt dein Was du schätzen würdest Wie alt ist überhaupt Peach Also ich vermute Peach Wird Nicht viel jünger sein Als die Mario Brüder Weil wenn wir uns jetzt Rück ändern an Mario und Luigi Zusammen durch die Zeit Was wir gespielt haben War sie ja auch ein Baby Genau wie die Baby Mario Brüder Ähm Da die aber schon laufen konnten Und halt schon Lustiges Zeug gemacht haben Was Baby Peach ja auch kann Aber erst in Mario Kart zum Beispiel Konnte sie in Mario und Luigi Zusammen durch die Zeit nicht Da war sie noch Klein und hilflos Also denke ich mal Wir werden die Mario Brüder Vielleicht noch ein Jahr älter sein Vielleicht Ha Letztendlich Erscheinst du doch noch Du edle Wertige Kreatur Du bist kein Prinz Du bist ein Lügner Du suchst mich Auf Geheiß meiner Mutter Liebe die Wo bleibt denn deine Gute Kinderstube Du weißt dass Dies alles geschah Weil du einfach so Ausgebüxt bist Entschuldige dich also Sofort bei diesem netten Mann Äh ja Also es tut mir leid Dass du so haarig bist Oh Liebe die Wir waren so besorgt um dich Mario bitte Nimm dies als Zeichen Meiner ewigen Dankbarkeit an Hier bitte Oh Nice Jetzt einfach mal Ganz gemacht Ich habe enorme Kräfte Wie du siehst Und mit diesen Kräften Konnte das reine Herz Revitalisieren Ich weiß nicht wie du es Gefunden hast Aber es zeigt dass das Schicksal Auf deiner Seite ist Achte gut auf das reine Herz Und vielleicht wird es euch freuen Zu hören dass euer Spiel Noch nicht vorbei ist Es war sogar noch nicht vorbei Als ihr in unten drunten eintraft Meine Kräfte können euch In eine Welt zurückkehren lassen So wenn ihr es möchtet Würdet ihr gerne zurückkehren Ja So sollt ihr nun zurückkehren Mh Morty me Morty me Game over Game over Game over Game over Game over Fortsetzen Wow Wow Das ist richtig Typisch Typisch Mario Kommt in der Hölle an Verlässt sie nach 20 Minuten wieder Mario Mario dir geht es gut Mario Die Minzy hat dein Spiel beendet Dann sagt dir Tippie dass du wieder hier bist Also kam ich her Es ist so unglaublich Warte mal es ging ja schnell Höllenausflug Irgendwie schon So leicht ist mein Bruder So leicht ist mein Bruder nicht klein zu kriegen Genau wie ich Na klar Äh und du bist Dafür später Zeit Jetzt sollen wir zurück in mein Haus Er hat es schon gesagt Bruder Warum muss man nochmal fragen Äh du bist wer Ja Ist das nicht offensichtlich So war das also Bruder Ich bin Luigi Marys Bruder Freut mich Party Bruder Kennen wir uns nicht schon von irgendwo her Nicht dass ich wüsste Aber Seine ganze Aufmache Gedächtnisverlust Bist du vielleicht der vierte Held Dazu passt Weil ich eben beim lichten Prognostikon gefunden habe Das siebte reine Herz wird Zwei zusammenbringen Und wenn das Licht wieder scheint Weist dein Glanz den Weg zum vierten Helden Ja ich denke Tippie hat recht Und Luigi ist unser vierter Held Mario ich habe nie aufgehört An deine Rückkehr zu glauben Mann ich war 20 Minuten weg Chill Ah Prinzessin Peach und Bowser Aber wenn ihr zurückkehren konntet Dann vielleicht auch die beiden Aber zuerst sollten wir die Herzsäule Für dieses reine Herz finden Na klar Naja ich habe meine ganzen Pixel auf jeden Fall zurück Ähm Ich weiß jetzt nicht ganz genau wo ich hin muss Aber Suchen wir mal Ich weiß gar nicht ob ich hier oder in Flopstadt halt Das reine Herz Einbringen muss Das ist die Sache Deswegen Suchen wir mal ganz in Ruhe die ganze Gegend hier ab Weil hier gibt es viel zu erkunden Hier ist es jedenfalls nicht So Nur Peach und Bowser haben wir jetzt nicht mehr im Team Weg mit euch Was ist hier? War ich hier nicht schon? Moment Bin ich hier schon gewesen? Nein Ich denke ich war hier schon Die Steine sind einfach zurückgekehrt Eventuell Achso hier ist hier dieses Komische Dings Weil ich nicht kaputt machen kann Ich war auf jeden Fall schon da hinten drin Hier ist ein Schatz Aber ich glaube den kriege ich noch nicht Da ist eine Herzsäule Da bin ich jetzt nicht richtig Okay Schauen wir uns mal in Ruhe um Ich glaube eh ich bin hier nicht richtig Ich glaube ich müsste nach Flopstadt eigentlich Aber da es jetzt nicht so richtig bestätigt ist Kann ich auch nicht viel dazu sagen Ups So können wir auch mal Ouijis Fähigkeiten ja nutzen Oder lande ich jetzt hier wieder einfach im Spielcasino Ich glaube schon Ja genau Wie ist der 100 Raum Gegner Haufen Und nach oben komme ich wieder zurück zum Kaffee und Casino Also von daher Ist ja nicht viel zu machen Aber ich könnte vielleicht ein bisschen Geld ausgeben Im Spielcasino Ich habe 600 Münzen Bevor ich auf die 999 stoße Und Danach nicht mehr kann Oder Doch ich mache das Doch ich mache das Ich will nicht alles ausgeben Vielleicht so 300 Münzen oder so Die kaufen einfach nur Chips Okay Eins Chip Nein das ist nicht genug Puh 2500 kommen Ist ein bisschen tough Ich weiß nicht ob ich es jemals schaffen werde überhaupt Aber es reicht erstmal Das ist immer eine coole Casino Musik Die können wir auch gut in anderen Casino Mario Spielen verwenden eigentlich Hat so ein bisschen diese Luigis Poker Casino Vibes Gibt es nicht eine Playlist Alle Nintendo Spielcasino Musik Das Delfino Casino Das hier Aus Paper Mario 2 Das Casino vielleicht Und Paper Mario 1 Ob die späteren Paper Marios Auch Casinos haben Weiß ich ja gar nicht mal Okay Ich gehe jetzt nach Flopstadt Meinst du das Pokerspiel Das Mario 64 Der ist ja zum Beispiel Ja genau Das ist Luigis Spielcasino Habe ich mal mega gerne gespielt Okay Jetzt holen wir uns in Flopstadt mal näher um Ich habe schon gesagt Da gibt es sehr viel zu suchen noch Habe ich echt gerne gespielt XD Na ja man Ich habe einmal Oder mehrmals sogar Das weiß ich nicht mehr Äh Die maximale Anzahl an Münzen Da gesammelt 9.099 oder so Bis ich halt Mister Reich war Okay Dann gucken wir mal Hütte Ich bin ja Letztes Mal Hier abgebogen In der 3D Ansicht Genau Hier Aber ich bin hier nicht weitergegangen Bis wenn ich jetzt mal hier weitergehe Stattdessen Und mal hier die Röhre Abchecke Das könnte doch was sein Okay Ja ich glaube ich sehe schon Ich glaube ich bin ja schon richtig Aber erstmal Habe ich mal das Wie das war's Moment Wie das war's Warum konnte ich das hier kaputt hauen Und nicht hier rein Ich kann ja nicht rein Voller Scam irgendwie Oh ich habe Schaden genommen Ich habe meinen Partner gewechselt Oder meinen Charakter meine ich Und durfte trotzdem nicht Darf ich hier vielleicht wechseln Darf ich nicht Okay ich weiß jetzt nicht Wie man da hinkommt Aber egal Erstmal das reine Herz Ich habe Mario 64 Der ist auch nur Bei den Minispielen gespielt Auch nur Klingt so hart Wie gesagt Ich mag dieses Spiel Also Mario 64 Der ist sehr gerne Das ist sogar Würde ich sagen Mein Lieblings 3D Mario Spiel Auch wenn viele es nicht mögen Ähm Aber klar Es hat noch diese Coole zusätzliche Minigame Collection Manche von denen sind gut Manche sind sehr gut Manche sind Äh Aber alle haben Irgendwie ihre Daseinsberechtigung So und da ist die nächste Welt Okay Das siebte Nur noch ein weiteres Reines Herz Wir müssen schnell sein Wir müssen Blumier aufhalten Hm Was habe ich gerade Blumier Moment Wer ist das Ich Was rede ich Aha Es kommt also alles zusammen Also irgendwie Finde ich hier den Eingang Nicht Zu diesem Secret Was hier irgendwie Sein soll Können wir mal gucken Was in dieser Röhre Ja so ist Danach Teleportiere ich mich Zurück Ein Knopf Okay Jetzt können wir da Weiter gehen Ich weiß nicht mal Was auf der rechten Seite war Oh Hier ist ein Schatz Ein Item Das seinen Angriff Permanent um Eins erhöht Oh Nice Müssen wir es auch Zack So Angriff um Eins gestiegen So einfach ist das Auch wenn das Logo dafür Eigentlich Ein blaues Logo war Und blau ist Eigentlich Verteidigung In Paper Mario 2 gewesen Es benutzt ja die Gleiche Grafik Dafür Oh Oh ich wusste gar nicht Dass ich hier runter kann Das war eigentlich Im Versehen Okay cool Die verschiedenen Charaktere Waren auch cool In Mario 64 Der ist oder was Pixel Karte Okay das war Aus Versehen Habe ich das Ja Ich weiß dass das Gameplay von Mario 64 Der ist Nicht perfekt ist Also Überhaupt die Option Dass man mit den Touchspielen steuern kann Wer macht sowas Überhaupt Aber es ist ja gut Dass die jetzt Optional gehalten haben Sonst wäre das Spiel Wirklich sehr schlecht gehalten Ähm Bin ich hier irgendwas Nein Aber ich mag auch nicht Das Konzept mit diesen Mützen irgendwie Die einen Anderen Charakter Verwandeln Oh hier kann ich durch Und die Steuerung Wenn man es nicht Gerade auf dem Emulator spielt Wo man Analog Pad hat Muss man es mit Einen Deep Pad spielen Und ja Das Spiel ist Für einen Deep Pad Vielleicht nicht Sehr gut Da komme ich Irgendwie noch nicht rein Auch wenn Mich das Als ich das Damals gespielt habe Nicht gestört hat Aber ich habe ja So richtig Mario 64 Auch wirklich Auf dem DS Gespielt damals Oh da ist der Typ Er hat recht Röhrenwert hat immer Ein offenes Ohr für dich Kommst du auf dir Ja klar Du hast wohl viel Freizeit Keine Verpflichtung Egal wir befinden uns Weder hier noch dort Ich habe mich hier Ungesehen Klar Ich denke hier kann ich Eine Röhre zum Fuß Des dunklen Turms bauen Und dann sind sie 100 Münzen für die Einrichtung Klar Kommen wir ins Geschäft Okay Ich kann mich gar nicht An diese Stelle hier erinnern Das ist spitzenmäßig Klar ich fange mal an Und du bleibst schön Aus dem Weg Okay wo führt uns das Jetzt hin Ist eine Abkürzung Irgendwo hin Die Röhre ist 24 Stunden Am Tag Okay das hast du schon mal Gesagt Und jetzt ist er weg Wer weiß ob wir ihn Jetzt nochmal wieder sehen Was hältst du von Stickers Da Das weiß ich nicht Ich höre sehr viel Schlechtes darüber Aber ich habe sie Selber nie gespielt Achso Hier bin ich Okay Okay Ich glaube das habe ich Vorher nie gefunden Dieses Secret Ich habe es halt Selber nie gespielt Ich habe es nur einmal Ganz kurz angespielt Um es auf dem Citra Emulator zu testen Lief glaube ich ganz gut Ich habe es vielleicht für eine Viertelstunde oder so gespielt So ein bisschen Und das schon ein bisschen her Wirkte auf mich Okay das Spiel Erst ein Eindruck Aber ich weiß es hat halt sehr viele Nicht-Fans Kann man sagen Und ich werde es ja irgendwann im Stream Halt spielen Das erste Mal Also ich werde es hier Live im Stream Werde ich das Spiel Durchzocken Und dann kann ich euch Eine sehr gute Meinung danach Dazu dem Spiel geben Glaubt ihr das Spiel eines versteckten Arcade Spiels Oh Daten Das für den Rezeptmeister Ah okay Das ist für den zu kochen Und das eine ist für ein extra Minigame Okay ich weiß nicht ob ich dran denken werde Aber ich weiß nicht ob ich heute noch Minigame Spaß hier mache Weil sonst müsste ich jetzt in die Flipstadt Casino dafür gehen Weil hier gibt es kein Casino Ist hier sonst irgendwas versteckt Ja Ist es Das lohnt sich schon mal Ähm Hier einfach mal Nach Sachen zu suchen Weil Ach du bist noch ein Händler Weil zum Beispiel haben wir dieses Du hast jetzt eins Kraft mehr Oder so gefunden Stehst du auf Karten oder was Ich habe ja Ich auf jeden Fall Meine Karten zeigen tolle Orte Tolle Orte mit Schätzen Jede Karte zeigt dir genau wo du hingehst Ah Man kann hier Schätze finden Stimmt Kauf doch eine Komm schon Such dir eine aus Oh Hätte ich das gewusst Hätte ich mein Geld nicht verschwendet Am liebsten würde ich nämlich alle kaufen Landkarte 5 fehlt Vielen Dank Möchte Okay Moment Ich kaufe gleich auf jeden Fall noch mehr Ähm Jetzt gibt es hier Landkarten Und es gibt so viele in diesem Spiel Und die zeigen halt immer einen Ort Und da kann man halt Suchen Und dann den Den Pixel hier einsetzen Und dann kann man hier ein Geheimnis finden Aber das Blöde ist halt echt Uh Wusste hätte ich nicht mein ganzes Geld im Casino ausgegeben Ähm Okay Ich kaufe mal Die teure hier noch Und noch die hier Die anderen kann ich mir nicht leisten Muss ich irgendwann wiederkommen Nein Ich bin zu arm Okay Die kaufe ich noch Aber dann bin ich wirklich zu arm So Wir können uns noch hier in dieses Haus reinschrumpfen In Flipstadt gibt es hier glaube ich auch noch so ein Haus Minihaus Wow Ist hier nix Doch Hallo und willkommen im winzigen Lebensmittelgeschäft Ähm Ich kann mein Gesicht leider nicht zeigen Aber ich habe meine Gründe Zum ersten Mal hier Schön dass du gefunden hast Bist du auf Zutaten spezialisiert Unser geschätzt Kleine Qualität Unser Produkt ist riesengroß Also kann man seltene Alters kochen Wie Fleisch Powerpasta und Kräuter Brauche ich nicht Kann man bestimmt Wenn man kochen will Oder sowas Verwenden Aber ich denke mir Ja Das machen wir in dem Spiel Jetzt eh nicht allzu groß Ähm So ich glaube das war's Ich denke ich Guck mal jetzt Ähm Okay das ist ein Spiegelkammerding Das ist beim Spielcasino Und das ist in Level 1 1 Ähm Machen wir jetzt nicht mehr heute Das mit den Schätzen Sagen Wir kehren nach Flipstadt zurück Und machen unser Amteur weiter Und mal sehen Ob ich jemals Dies extra Minispielcasino Noch spielen werde Oder nicht Vielleicht auch nicht Und ich denke auch Nicht mehr dran Kann auch sein Dann ist das halt so Okay gehen wir noch hier weiter Wir spielen nicht mehr so lange Heute aber ein bisschen Wenigstens noch Dimensius brutal Angriff hatte Mario Und seine Freunde getrennt Luigi hatte er zum Glück Wieder gefunden Aber keine Spur Von Peach und Bowser Wo waren sie nur Und welche neuen Gefahren Würden auf sie lauern Es war in der Zeit Durch das siebte Von Reihenherzen Geöffnete Tür Äh Von der Tür zu geben Irgendwie Artikel war falsch Und wieder erblickte Mario einen Albtraum Vor einer Landschaft Vorsicht Okay Sieben eins So jetzt sind wir schon gekommen Unterirdische Erholung So Jetzt wird die Welt gemalt Okay Das hat Zacken Ja Interessant Interessant Das ist der Boden Ja Cooler Hintergrund Warte Ich bin in der Hölle Ich bin schon wieder In der Hölle Okay Hier ist es so dunkel Ich frage mich Welche Art von Welt Das hier ist Was glaubst du Wie Mario sich in der Hölle fühlt Naja Er kann rein und raus Wie er Bock hat Was ist denn Mario Das Also sie ist unten drunten Von dem du zuvor Gesprochen hast Ich frage mich Warum uns das Reine Jetzt hierher geführt hat Naja Wir sind Back Ich meine diesmal Mit dem Unterschied Dass wir auch die Welt Hier verlassen können Mit der Rückzugsröhre Also wir sind hier nicht Gefangen in der Hölle Gerade in unten drunten Angekommen Bitte Du warst schon einmal hier Der war gut Die Königin mag solche Witze Aber nicht so gern Halt sich bei ihr Er zurück Ohje Naja Dann gehen wir mal Schnell weiter Ja also Was für ein lustiger Zufall Welt 7 Ist das hier Ich finde es schön Dass die Welt Erstmal nochmal gemalt wird Wie wenn man das erste Mal In einer Welt ankommt Und dann ist das so richtig Warte mal Wir waren doch schon mal hier Ich glaube mit Luigi Können wir nicht Surfer benutzen Und springen Ne dann Bricht es quasi ab Luigi Funktioniert nicht so gut Mit Surfer Mario läuft ganz gut damit Peach kann ja auch nicht Ihren Schirm einsetzen Während die auf dem Pixel ist Mario funktioniert ganz gut damit Bowser funktioniert ausgezeichnet damit Aber Luigi und Peach Nicht so Aber jetzt kann ich diese Gegner Auch mal töten hier Guckt euch das mal an Oder nicht Oder nicht Wow Das macht ganz schön Schaden Oder doch Aha Okay Eine Methode gibt es ja doch So Ich brauche deine Dienste nicht mehr Das ist gut das mit dem Kann ich hier über das Wasser Drüber fahren Und spart damit sehr viel Zeit Und in diese schreckliche Welt Da unten gehe ich nicht Nochmal rein Das ist zum Glück Einmalig Glaube ich Außer wir finden eine Schatzkarte Hey da musst du hin Von diesem Schatzkartenkerl Dann müssen wir eventuell Doch nochmal zurück Aber so an sich Muss ich dahin nicht mehr Weißt du auch nicht Ob ich das alles Mit diesen Schatzkarten Machen werde Im Spiel Ich weiß gar nicht wo man Die alle bekommt Weil er hat dir nur ein paar verkauft Willkommen bin Moment Wieso bist du zurückgekehrt Ihr seid Königin Mortimi Mein Name ist Tippi Mario und ich bin befreundet Wir sind gekommen Um das in der Welt Versteckte reine Herz zu finden Wie bitte Ihr sammelt reine Herzen Wenn ich so drüber nachdenke Vielleicht seid ihr sogar Die Helden Die im Prognostikon erwähnt werden Aber seid ihr wirklich Die Legendären Bedeutet das Dass ihr ein reines Herz Von uns habt Königin Mortimi Der Aufenthaltsort Des reinen Herzens Unterliegt strengster Geheimhaltung Es tut mir leid Aber ich kann euch leider Nicht zu diesem Ort sagen Vielleicht kann euch aber Opapi in oben Druben weiterhelfen Mutter Wo bist du Da Meine Sachen sind gepackt Ich bin bereit für die Rückreise Nach oben druben Oh du bist zurück Wurde ein Spiel diesmal Wahrhaftig beendet Da fällt mir ein Könntet ihr Helden Liebe die nicht Nach oben druben mitnehmen Sie zurückbringen Wieso benötigst du dazu Unsere Hilfe Hoheit Ein Monster befand sich Eins hier unten In Gefangenschaft Aber ein Erdbeben Hat es vor kurzem Befreit Das neu gewonnene Freiheit Nutzt es aus Und macht sich unser Hoheitsgebiet Unsicher Ich kann meine Tochter Es gibt doch diesen Ein Milliardär Der hat doch Einen Schatz Gemacht und versteckt Und ich glaube Den hat bis heute Niemand gefunden Er hat wirklich Einen Schatz Geversteckt Irgendwo Den man suchen kann Der bis heute Nicht gefunden wurde Ich glaube der Typ selber lebt auch gar nicht Das weiß ich gar nicht Geht einfach durch diese Tür Und dann immer nach oben Um oben druben zu erreichen Und achtet darauf Dass Liebe die Sicher bei Oh Papi Oh Papi Ankommt Hihi Aber schließt eure Augen Beim Aufstieg Sonst Erlegt ihr noch Meinen Liebreiz Bitte Er ist nicht So oberflächlich Wer bist du denn Das Fraulein Mit der scharfen Zunge Etwa eifersüchtig Schmachtet das kleine Frauleinchen Den bärtigen Herren Vielleicht hinterher Und Mensch Schmachtet sie wohl mehr In den roten Herren Oder vielleicht in grün Wie bitte Ich Werden die Bäckchen Das Frauleins Etwa rot Eine Liebe heißt wie tausend Sonnen Brennt tief im Inneren Des Herzens dieses Frauleins Hier gibt es keine Zweifel Nun wie auch immer Schöne Bewegungen bleiben Oh man Guck mal Was wir jetzt für eine ganze Bande bei uns haben Okay ich würde sagen Ein Level machen wir noch Bevor wir hier beenden Für heute Weil Hier endet das erste Level schon Wir haben diese Gegend hier schon Sehr gut erkundet Bis hierhin So und jetzt geht es darum Von der Hölle Hoch zu steigen In den Himmel Denn Wo es eine Hölle gibt Gibt es auch einen Himmel Ich suchte einen Prinz Aber das fand ich Einen älteren Mann Voller Haare Welch grauen Mir sitzt immer noch Der Schreck in den Gliedern Nibidi Wiederholte ihren Text Immer und immer wieder Während sie mit unseren Helden reiste Sie schien nicht wirklich glücklich Über ihre Lage zu sein Eines konnte man ihr jedoch Nicht absprechen Sie hatte eine Unmenge Energie Wege deine Beinchen Das Glück ist nicht Mit den Faulen Luigi dagegen war glücklich Wieder mit seinem Bruder Vereint zu sein Von Peach und Bowser Sah man immer noch Weit und breit Keine Spur Und so machen sich Unsere Helden Auf den Weg zur Straße In unten drunten Weiter geht's Drei versiegelte Türen Highway to Hell Autobahn ins Helle Ja Mann Ganz genau das Endlich Endlich ein Weg Antwort unter Unter unschlüssig Verbuchen Oder vielleicht unter Unerwidert In deinem Fall Haha Was? Lächerlich Ich meine Wie einfach es ist Dich von der Nase Rumzuführen Werteste Tippi Und nun Und nun breche ich mir Bahn Fangt mich doch Falls ihr doch So in der Lage seid Na toll Wozu sollen wir die Mitnehmen Wenn sie uns abhaut Sie ist eine einzige Laufende Stimmungsschwankung Völlig labil Oder? Tja Highway to Hell Some Stairway to Heaven Okay okay Hör zu Hinter der Tür Ist die Straße Nach unten drunten Oder innen unten drunten Ist so dunkel Dass man die Dunkelheit Fast schon schmecken kann Und sie schmeckt nach Gefahr Du musst uns richtig verstehen Ihr seid also Trissen Wie? Habt ihr brennbares Oder Lichtquellen dabei? Entschuldigt Aber ich muss das fragen Wir wollen dass es dort So dunkel bleibt Was? Wieso? Was ist denn hier das Problem? Oh es ist dunkel Ich verstehe Ey da ist sie ja Ja das ist so ein bisschen Das Hindernis Das ist ganz schön dunkel Oh shit Diese Hände sind wieder da Ich kann sie nicht bekämpfen Ist hier nicht ein Schatz? Moment Ich dachte ich hab einen Schatz gesehen Ne Quatsch Das ist der Block hier So Zack Zack Ich krieg nicht Ich will nichts übersehen Weil da oben ist ja zum Beispiel Auch was Mit Luigi kann ich ja da hoch Aha Seht ihr? Ich habe da was bekommen So ich denke Wenn hier ein Geheimnis war Wird da auf der anderen Seite Bestimmt keins sein Oh das sind die Finsterbüß Oder? Luigi ist cool Aber er steuert sich ein bisschen schwer Man merkt schon Dass wenn man sich dreht Dass er ein bisschen braucht Und auch in der Luft Ist er nicht sehr angenehm Also es macht schon ein bisschen mehr Freude Mario zu steuern Lustiger Arzt da für die Dunkelheit Ja stimmt Das sieht so ein bisschen gezeichnet aus Eine Tür Eine missöse Kraft Scheint sie geschlossen zu halten Was? Warum? Moment Mario Kannst du das klären? Können wir die Tür nicht vielleicht Anklecken? Diese Tür ist keine gewöhnliche Tür Halt Wer begeht Einlass? Seid ihr Reisende? Oh Die Dunkelheit ist jetzt weg Die Tür kann reden Tut mir leid Euch aufhalten zu müssen Aber ich muss euch überprüfen Königin Mortimi Verlangt euch Diese Tür überwache Mein Name ist Lasse einer eins Oh man In dieser Gegend Treiben sich jede Menge Unheute herum Daher die Routine kontrollen Wird kaum Zeit kosten Es sind nur ein paar Fragen Beantwortet sie richtig Und ihr könnt eure Reise Sofort fortsetzen Oh oh Quiztime Ich warne euch jedoch Die Fragen sind nicht Von schlechten Eltern Demon 1 betritt Einladung Kauft dieselbe Anzahl Tomaten und Aubergine Ich dachte Es sind Fragen über mich Ob ich würdig bin Rüber zu gehen Stattdessen ist es jetzt Naja Mathematik Textaufgaben Eine Aubergine kostet 7 Münzen Eine Tomate kostet 10 Münzen Demon 1 hat vor seinem Einkauf 50 Münzen Danach hat er nur 5 Münzen Das sind die Fakten Und hier die Frage Wer ist der mächtigste Die mächtigste Person Unten drunten Königin Tortellini Mortadella Mortimi Wow Lasse einer Ja das ist der Name Und was hatte das Jetzt mit diesen Auberginen zu tun Dissero B Kauft 667 Stifte Und 108 Laptops Ein Stift kostet 13 Münzen Ein Laptop 42 Münzen Das sind Krass Entweder sehr teure Stifte Oder sehr günstige Laptops Da ich genug Geld weiß Hat Hebt er 376 Münzen Von seinem Konto ab Das sind die Fakten Hier die Frage Wie laut mein Name Tja Wir haben schon drüber gelacht Was ist Slime Slime Ey Slime Kommt hier vor Hast du einmal Lasse eine 1 Und nun die letzte Frage Panda A und Bär B Gehen zum Apfelberg Um einen Tag lang Äpfel zu pflücken Insgesamt 50 120 Äpfelbäume Auf dem Berg Und jeder trägt genau 20 Äpfel Panda A benötigt 10 Sekunden Zum Pflücken eines Apfels Bär B benötigt Für jeden Apfel Gegen 20 Sekunden Das sind die Fakten Wie viele Äpfel Können maximal gepflückt werden Oh scheiße Was Die Frage ist echt Ich hab auf die Fakten Nicht geachtet Warte mal Der Bär kann 10 Ein Apfel in 10 Sekunden Pflücken Scheiße Ich hab nicht aufgepasst 240 Habt ihr aufgepasst Wie lautet die Lösung Bär A Also der Bär Pflückt Ein Apfel in 10 Sekunden Der Panda in 20 Sekunden 2400 Äh natürlich Schön dass wir Mathematiker Im Chat haben Äh Ihr scheint mir in Ordnung zu sein Macht euch auf den Weg Boah Ich wurde echt Drangenommen Ich hätte nicht gedacht Das beim dritten Mal Okay jetzt aber Doch Die Frage Relevant sein wird Scheiße Da haben die mich echt gut Drangen gekriegt Mega witzig Was ist hier los Oh was wollt ihr denn Eine Bestie Wissen hat mir Wissen hat mir einfach nichts Äh Nichts gebracht Und wie viele Bäume Es sind natürlich Wie viele Bäume Und wie viele Äpfel drin sind Das hab ich mir nicht gemerkt Ich hab mir nur Spaß gemacht Niemand wäre so dumm Sich mir diesen Biest anzulegen Sekunde Du hast ja gesagt Geht's noch Geht's noch Du meinst es ernst Du glaubst ernsthaft Dass du das schaffen kannst Baum mir Idee Klang nach einem Richtig pfiffigen Plan Dann mach ich mal Auf den Weg Ich schicke deinen Verwandten Dann dein Bärtchen Sagen wir mal realistisch Das Spiel wird enden Falls nicht helfen Wir dir nach Kräften Ähm Dann lass mal sehen Was du drauf hast Champion Okay Die glaubt nicht an mich Hä Was auch mal hier Für ein Besties Im Dunkeln Ich mach es Du bist die Bestie Wo bin ich hier Und was ist mit diesem Typ Mit den Sonnenbrillen los Wieso fallen die mich Ständig an Und wieso ist hier so dunkel Peach ist auch nicht hier Und ich hab Hunger Womit hab ich das verdient Hallo Bowser Ey Mario Und Tippi Nur hier Wo ist Peach Das müssen wir auch nicht Wir suchen auch noch ihr Sie ist also definitiv nicht hier Das gefällt mir ganz und gar nicht Aha Ich durchschaue deinen Plan Du willst dich zwischen mich Und Peach stellen Du hast nur auf eine Chance gewartet Mir einen Feuerball In den Rücken zu jagen Äh Nein Wir wissen wirklich nicht Wo Peach ist Wir wissen lediglich Aus dir stampfe ich die Wahrheit schon noch heraus Attacke Tja Normalerweise würde ich hier Mein Partner Bowser benutzen Aber leider kämpfe ich gerade Ist doch schon ein bisschen geschickter als das So Fertig Soll'n das Mist Wieso verliere ich nur immer Wohl liegt mein Problem Aber ich gebe nicht auf Und wenn es ewig dauert Dich nach unten drun zu verfrachten Ich sage das Ungem Bowser Aber wir befinden uns bereits In unten drunten Hä Von was redest du da Sehe ich aus Wie jemand Dessen Spiel vorbei ist Mario und Tui Ihr wurdet ins Land Der bändeten Spiele geschickt Wir hätten keine Ahnung Was mit euch oder Peach Nicht geschehen war Das wird ja immer schlimmer Peach ist also wirklich Da draußen allein und verloren Wieso hast du das Nicht sofort gesagt Du Idiot Wir hätten uns das Geschmack sparen können Mit der Suche beginnen können Bowser Trainer Gruppe Erneut angeschlossen Nicht mal eine Jingle dafür Yeah Einfaches geht weiter Warum wartet ihr Los jetzt Na gut Hey du bist es Na ich spielst noch nicht vorbei Bist du davon gerannt Was Du hast es besiegt Wirklich Niemals Wow das fasse ich nicht Wir danken dir Du bist wirklich Ein Mensch der Tat Dieser Schlüssel öffnet Die Tür nach oben Drum Führen Äh Führen Gebiet Nicht schlecht Damit wäre das Problem gelöst Ich stehe hier weiter wache Und ihr sucht den Rest Der Monster da draußen Sofort Okay Noch ein kleiner Tipp Du wirst durch viele dunkle Ecken Kommen oder Wieso zündest du nicht einfach Die Wandleuchte an So erleuchtest du selbst Die dunkelsten Ecken Bedenke aber dass die Wandleuchte Nach einer Weile wieder erlöschen Fällt jemand mit einem heißen Atem ein Verdonnere ihn zum Wandleuchterdienst Hm Ich wüsste da einen Vielleicht hätte ich mal Abspeichern sollen vorher Naja Jetzt ist es zu spät So Jetzt sind wir wieder Einer mehr in der Bande Hier kommt Bowser New Peach Fährt Unsere Pixel haben wir alle wieder New Peach ist nicht da So Jetzt haben wir mal kurzzeitig ein bisschen Licht Oh Moment 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 Das gefällt mir nicht Das Spiel ruckelt Das Spiel ruckelt Wenn ich das mache Ich gehe mal abspeichern Das sind keine guten Anzeichen Ich glaube der Emulator Kommt nicht sehr gut Mit diesem Spielgimmick Klar irgendwie Also es läuft hier Fließend und flüssig Wenn ich hier Licht anzünde Wenn ich hier Licht an mache Oh Dann geht die FPS Anzahl Heftig Runter Scheiße Was ist denn das Das ist ja fast unspielbar Und irgendwie habe ich auch Ein richtig fettes Delay Irgendwie Zwischen Den Sprüngen Ach du Scheiße Oh es ist fürchterlich Das ist echt nicht schön Nicht so weit Oh Das steuert sich echt übel Wenn ich drücke Hat das ungefähr eine halbe Sekunde Bevor er irgendwie reagiert Ja Immer weiter so Okay Was ist jetzt mit Bowser selber los Der spackt gerade voll rum Geh weg Yeah 28 Schaden Wie der Feuer Soundeffekt einfach noch weiter geht Okay Das ist fürchterlich Wie ich das gerade hier schmied Aber ich glaube Es ist nur dieser Raum Also alles gut Wieso dreht sich Bowser so wild Das ist voll verrückt Das Spiel Oh nein Lass mich in Ruhe Ey Hier geht es gerade um was Wichtigeres man Ich will hier nicht runterfallen Ich will diesen Raum So schnell wie möglich beenden Bowser glitscht mir ja richtig weg Wie weit soll es denn hier noch hochgehen Es wäre echt nett Wenn das hier beenden würde Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Stopp 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 Komm Zusätzliche Challenge Level ohne Fackeln spielen Ähm Wisst ihr was Das mache ich besser auch Das habe ich jetzt gerade vor Ich glaube Das Spiel will mir sagen Es ist besser ohne Fackeln zu spielen Ähm Weil wenn ich die Fackeln nicht an habe Dann glitscht das Spiel zumindest nicht Guck mal Hier läuft auch alles normal Ich weiß nicht was es ist Ich weiß nicht wo der Fehler liegt Aber Wenn das Licht hier ausgeschaltet wird In diesem Raum Dann ist es sehr sehr verbuggt Oh guck mal Viel besser Viel besser Ich weiß nicht warum Mit irgendwas kommt der Emulator nicht klar Okay ich glaube die Hände waren die aber nicht als selber Aber Damit komme ich viel besser zurecht Okay Und selbst wenn ich hier jetzt irgendwie doof runterfallen sollte Ist das kein Ding Weil erstmal ist die Steuerung wieder normal Ist nicht alles so komisch und zeitversetzt Na da stehst du jetzt super Kannst du gehen? Moment da ist eine Röhre Aha Okay ich habe eine Röhre gefunden Jetzt habe ich das nur zufällig gefunden Weil ich gerade in 3D gewechselt habe Oh money Zweimal Oh es ist weg Es war nur zeitweise da Das wusste ich nicht Am komplexen Aufbau des Abschnitts liegt es jedenfalls nicht Ja ich würde es auch mal sagen Dass es jetzt nicht gerade daran ist Dass das so ein kreatives Gebiet ist Wir müssen einfach nur hochspringen Ich glaube das Geld ist weg oder? Okay Boah ich habe mich schon gefolgt So viel Geld Aber leider ist das eine einmalige Sache gewesen Dass wir hier Geld kriegen Und dann ist es verschwunden Eindessen Ja Okay nein Ich habe gerade bei so einem Levelaufbau Kein Problem damit hier Auf das Licht zu verzichten Geht schon Habe wie gesagt Ich weiß jetzt nicht was die Erklärung dafür ist Eine Tür Na dann Diese Tür nennt mich Lasse1A1 Halt wer begehrt Einlass Seid ihr Reisende? Aber wenn das Licht so weg geht Geht das ja Dann ruckelt es nicht Tut mir leid euch aufhalten zu müssen Aber ich muss euch überprüfen Könnt ihr gemorten mir verlangt Da ich diese Tür bewache Mein Name ist Lasse1A2 In dieser Gegend treiben sich jede Menge Unheulte herum Daher die Routine kontrollen Wird kaum Zeit kosten Das sind nur ein paar Fragen Beantwortet sie richtig Und ihr könnt eure Reise sofort fortsetzen Bildschirm aktivieren Was? Oh nein Frage Nummer 1 Seht ihr die Gegenstände auf dem Bildschirm an? Ohoho Ich hasse es Ähm Ich bin nie gut an sowas Aber es ist von jedem eins Oder? Warten wir mal in diese Frage Wie viele rote Objekte hast du gezählt? Ja 3 Ich werde jetzt noch nicht verraten Ob das richtig oder falsch war Es war richtig Erzähl mir kein Vier rote Zwei davon sind Kreise Ähm Das gelbe Dreieck fehlt Das gelbe Dreieck fehlt Also 2 Huha Frage Nummer 3 Jetzt ist wieder alles einmal da Die Blauen bewegen sich Welche Farbe hatten die sich bewegen? Schmorange? Was? Schmorange Es war blau Ich kriege viele Fragen Die wievielte Frage ist das jetzt? Vier? Fünf? Eine Milliarde Gefühlt ist es eine Milliarde Aber ich nehme mal vier Bald hast du es geschafft Zur letzten Frage Sieh genau auf den Bildschirm Äh Es gibt zwei gelbe Dreiecke diesmal Welche Formaten die meisten Objekte? Äh Dreiecke Fertig Lass mich nun schnell deine Antworten auswerten Ich bin mir ziemlich sicher Ich bin mir ziemlich sicher Ich alles richtig beantwortet hab Boah Man muss echt nachdenken bei diesen Fragen Perfekt Unglaublich Ich bin beeindruckt Dein geistiges Alter Muss sehr niedrig sein Okay Ist das ein Anspiel auf Dr. Kawashimas Gehirnjogging? Mit einem so jung Und gut trainierten Hören Lass ich gerne durch Okay Das war Das war ein witziges Quizspiel Auf jeden Fall Okay Diese Tür Hat Herzen Ist Peach hier drin? Wer weiß Ihr seid nicht Peach Hehehe Ich bin Hagra Eine der drei Alterwürdigen Schwestern Manche nennen uns Bösartig Die drei Spinatwachtel Von unten drunten Du bist ganz schön jung Wie? Wohin soll es denn überhaupt gehen? Du suchst das reine Herz Und willst eine Audienz Bei Opapi? Wie? Das klingt wichtig Aber du bist nicht der Einzige Mit einem Problem Auch ich habe eins Ich habe einem bestimmten Demon Ein Buch geliehen Und ich benötige es zurück Willst du den Demon für mich suchen Und mir mein Buch zurückbringen? Ja Erlaub mich Dort hinzuschicken Wo ich der Demon Auffällt Und danke für deine Hilfe Warte mal Ich werde jetzt nicht wieder Nach unten geschickt Oder? Ist das der Anfang? Das Buch zurückgeben? Oh das Buch Das ich mir von der Hexe geliehen habe Kein Problem Habe es vor kurzem zu Ende gelesen Ich muss schon sagen Diese Dette klingt sehr dubios Wohl nur ein Trend Aber sagt der Hexe trotzdem Dankeschön von mir Okay Ich bin wieder am Anfang Vom Level Danke dass du mich Da hingeschickt hast Das ist immerhin nett Aber zurück Muss ich wohl allein Und wir wissen Wir sollten hier keine Fackeln anzünden Weil Dolphin Emulator sagt Nein Was das angeht Also Oh fuck Jetzt müssen wir den Weg Wieder komplett zurück Wie fies ist das denn? Okay Aber manchmal macht das Spiel solche Sachen Solche Oh du bist den Weg gegangen Geh den Weg jetzt einfach noch einmal Und das ist noch eine harmlose Version Und das ist noch eine harmlose Version Da gibt es noch deutlich schlimmere Sachen Also solche Effekte im Spiel Oh das habe ich übersehen Tja Jetzt habe ich diese eine Nunze mehr Oh die geben gut Geld So Boah ich kann es kaum fassen Dass ich nochmal In diesem scheiß Raum Hier hochgehen muss Naja Okay Wir lassen das nicht schön aus Aber so schlimm ist das hier gar nicht Also gerade wenn ich auf diesen Pixel unterwegs bin Kann ich mich schön immer an die Ecken stellen Und die ganz schnell hoch Ich glaube Speedrunner spielen das auch so Ist dort nur echt Ewig hier hochzukommen gefühlt Aber irgendwann hat man es Oh Okay Gerne Gerne gehe ich nochmal Von vorne hier hoch Was war das denn gerade? Mann Dieser Peonis Das hat mich ja Fett runtergehauen Wow Achso Hier endet es Dann lass mich nur mal Versuchen Da gibt es wohl nichts zu entdecken Okay Ich will nur noch hier weg Alles klar Oh da bist du ja So Ich habe dein scheiß Buch Hast du das Buch Junger Mann Da Ja das ist das Buch Weißt du Ich werde auf meine alten Tage Ein bisschen zu rund Und daher wollte ich dieses Gute Von der Drudenbude Diät einmal ausprobieren Danke Jungchen Komm mal her Ich habe da auch noch was für dich Der Schlüssel Auf Wiedersehen junger Mann Hier was mit euch Wohin des Weg ist junger Mann Das würde Haggita interessieren Sucht was Das kleine Herz Keine Ahnung was das ist Aber das klingt wichtig Es tut mir leid Sich belästigen zu müssen Aber ich habe ein Problem Folgendes Es gibt eine Sendung Auf UD1 Morgen Abend Also habe ich den Rekorder so programmiert Dass er die Sendung aufnimmt Wie du dir vielleicht Vorstellen kannst Wird man im Alter Etwas vergesslich Und hier nun das Problem Zuvor ein wichtiges Knochenballspiel Wird ausgestrahlt Geht das Spiel in die Verlängerung Verschiebt sich der Start Wird man in der Sendung Ich habe einen Demon gebeten Aufzupassen Dass der Rekorder auch pünktlich Mit der Aufnahme beginnt Das Witzige ist Francis Wer ist denn immer auf Deutsch Konrad hatte das gleiche Problem Irgendwie Also oder mit den Videorekordern Könntest du wegen des Spiels Bescheid sagen Ihr sollt darauf achten Dass die Aufnahme Nicht zu früh beginnt Ja Oh das ist sehr nett von dir Junger Mann Erlaub mir dich dort hinzuschicken Wo ich den Demon rumtreib Bitte lass mich nicht Wieder darunter Moment Ich dachte das wäre Eine einmalige Sache gewesen Ich bin Oh nein Naja okay Es ist ein Raum weniger Eine Nachricht für mich Von dieser Hexe Deren Aufnahme mich überwachen soll Um welche Sendung ging es nochmal Das hat sie mir gar nicht gesagt Oder Hexenstunde vielleicht Danke dass du mich daran ändert hast Sag ja Dass ich mich drum kümmere Ich hoffe das war Hexenstunde Die anderen kamen mir nämlich Auch nicht bekannt vor Aber von Denen die mir am wenigsten Bekannt vorkamen Dachte ich Wäre es doch am ehesten Hexenstunde gewesen So wir müssen nochmal hier hoch Ich dachte wirklich Das wäre es jetzt gewesen Aber nein Oh man Okay ich hab's verstanden Es ist die Hölle Sag ich mal Und die haben das Versucht Das Gameplay wie in So Höllen Gameplay zu machen Oh es ist die Hölle Hier mal hoch zu kommen Okay ich verstehe Ich verstehe Aber eine Sache haben die nicht bedacht Die haben nicht das Gameplay so gemacht Wie Super Mario Bros. Das war nämlich wirklich die Mario Hölle Zu spielen So ich hoffe das war das letzte Mal Aber es gibt ja auch eine dritte von denen Ich hoffe die schicken mich nicht auch nochmal darunter Aber immerhin schicken die mich dorthin Und wobei der Rückweg wäre eh schnell gegangen Runter zu springen einmal So kann ich nochmal mit dir reden Hast du mit dem Emon gesprochen? Ja Wunderbar Zum Dank erzähl ich dir etwas Kennst du das fiese Monster mit den drei Köpfen Das Kettenbande genannt wird? Es liebt Musik Und wenn du sein Lieblingsstück spielst Schläft es ein Begegnest du also diesem Monster Und hast etwas dabei Das Musik abspielen kann Verwende es Das sollte dein Leben etwas einfacher machen Dann bis bald junger Mann Ich muss mich mal kurz abspeichern Das geht ja länger Als ich dachte Wie ist das Level Muss ich zugeben Wie geht's Wo geht's denn den Kleiner? Hast du einen Moment Um der alten Haktzisse einen Gefallen zu tun? Dann wirst du mir diesen Gefallen tun Ich hätte so auch einer lieben alten Dame etwas abschlagen können Ich habe auch nur diesen einen Wunsch Bleib einfach eine Weile Und hör mir zu Oh nein Dann wollen wir mal sehen Welche Geschichte könnte ich erzählen? Ich weiß Ich erzähle dir eine Geschichte Aus meiner bewegten Jugend Vielleicht sieht man es nicht mehr Aber ich bin eine ziemliche Schönheit gewesen Die Jungs haben sich meiner Gegenwart gesabbert Und dumme Sachen angestellt Ich habe jeden Abend eine Verabredung Eines Tages bemerkte ich einen jungen Mann Und verliebte mich Hals über Kopf Aber wenn es um echte Gefühle geht Bin ich eher schüchtern und verschlossen Und dann erschien auch noch eine Rivalin Ich habe vor Eifersucht gekocht Ich und sie Man könnte sagen Dass wir völlig gegensätzliche Frauen waren Und trotzdem verfielen wir demselben Mann Wir überboten uns gegenseitig darin Ihn zu beeindrucken Seine Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen Und vergiss nicht Ich kannte die Männer Haktzisse wusste was sie tat Aber sie tat alles um mich zu überbieten Backte ich eine Pastete Backte sie zwei etc Du verstehst was ich meine Eigentlich hätte das Level Kaizo sein müssen Aber ohne Safe States Also muss ich einen anderen Weg finden Um mich vor ihr abzusetzen Und dann fand ich eines Tages der Mut Ihm meine wahren Gefühle mitzuteilen Leider wies er mich zurück Meine Rivalin hatte sein Herz bereits für sich gewonnen Ich war so verzweifelt Dass mein Haar über Nacht ergraute Und binnen kürzester Zeit sah ich so aus Wie ich heute aussehe Ich mache nur Spaß Im letzten Teil habe ich dazu erfunden Allerdings hatte ich das Gefühl Dass meine Jugend an diesem Tag zu Ende ging Aber so ist das nun mal So hier geht es vielen von uns Der Lauf des Lebens Der Name des Mannes Oh er hieß Opapi Er libt was Über uns Von oben droben Wenn ich so zurückdenke Hänge ich keine Bedauern Aufgrund meiner Jugend Du kannst Opapi bei Gelegenheit Gerne einen schönen Gruß von mir ausrichten Das war angenehm Das tat richtig gut Nun dann Wie bitte Ob ich jetzt endlich fertig bin Noch nicht ganz Denn ich muss ja auch danken Danke Das war mein Geschenk Ein schönes lautes Danke Okay Danke Für dein Danke Okay Ich meine man muss eigentlich nur eine der Missionen machen Die anderen waren optional Aber ich habe es jetzt einfach mal trotzdem erledigt Vermutlich Wusste ich deswegen nicht mehr Dass man da zweimal nach unten geschickt wird Weil das eine Mal muss man das gar nicht So Wir können hier leider nicht Bowsers Flammen machen Das wird nicht gut gehen Aber hier geht es auch hoch Guck mal Oh Scheinbar Mit Peach würde ich hier wunderbar weiterkommen Luigi kann sehr hoch springen Aber nicht sehr weit Peach ist eher für Weitsprung Oder weit gleiten Bekannt Puh Gar nicht so einfach So Hier kommt Wenn es jetzt hier ist Ein Aha Die Dinger hier Wie Level 1, 2 Ein sehr interessanter Teil Des Spiels Oh Nämlich fahren wir hier runter Hier kommt nämlich nichts Einen Augenblick Bombe Oder nee Doch Bombe Ich weiß gerade nicht Wie man hier weiterkommt Der lebt Boah ist der C Da oben geht es weiter Ah ok Moment Ist halt nicht so ganz einfach Das im Dunkeln alles zu erkennen Aber wir müssen leider Im Dunkeln gerade spielen Weil Ne Ihr wisst Oh Ich habe keinen Schaden genommen Oh shit Oh der mich erwischt Scheiße Nochmal So jetzt schnell auf Mario wechseln Dann schnell die 3D-Ansicht wechseln Damit ich ausweichen kann Und Los Geht's Ich glaube wir sind noch weiter von entfernt Wo ich dachte wo wir wären Oh nein Reisen sind eingetroffen Was ist los Halt Könige Mortimi verlangt Da ich diese Tür bewache Mein Name ist Lasse1A3 Ich muss mich davon überzeugen Dass ihr würdig seid Hier weiterzugehen Zeit für die Kettenbande Oh shit Das ist es Wir müssen jetzt gegen diese Kettenhunde kämpfen Wenn ihr würdig seid Sollt ihr in der Lage sein Diesen Gegner zu besiegen Wenn ihr also weiterkommen wollt Dann müsst ihr kämpfen Bereit Dann los Also Es ist ein Rollenbasierter Kampf Es ist kein Scheiß Es ist das einzige Mal In diesem Spiel Dass wir einen Rollenbasierenden Kampf haben Erstmal Ich weiß nicht Ob ich mich heilen sollte Ich setze erstmal Fleisch ein Mario setzt Fleisch ein Blaue Ketten und Spucken Blaus Feuer Es ist kein animierter Kampf Es ist ein bisschen wie Earthbound Eher Statt jetzt Paper Mario Okay Ich hab jetzt keinen Pixel Der einen einschlafen lassen kann Ähm Vielleicht sollte ich Krabwumso nutzen Oder hab ich noch was Angriff Technik Drehen Item Wechsel Ich kann auch auf Bowser wechseln Gucken wir mal Es gibt so viele Möglichkeiten hier Greifen wir den Gelben Kettenhund an Mario wirft Kabwumso Daneben Oh Mario nimmt drei Schaden Mario nimmt drei Schaden Das hat auch Ach wie seht ihr Stinkenden Atem Mario nimmt drei Schaden Knüppel Volltreffer Gelber Kettenhund Nimmt zehn Schaden Okay Mario weicht gekonnt aus Ging daneben Sieht voll lahm aus An sich Weil Wir haben einfach nur ein Bild Aber Man muss schon ein bisschen Selber Fantasie benutzen Kann ich Wofowitz nehmen Mario Wofowitz Auf gelber Kettenhund Ist zu schwer Okay Nicht alle Fähigkeiten die ich hab Sind nützlich Für diesen Kampf Mario nimmt drei Schaden Okay Könnt sein dass es ein bisschen eng wird Ich muss jetzt gucken Also das mit Knüppel hat ja gut funktioniert Vielleicht sollte ich erstmal den gelben versuchen Kaputt zu machen Okay Gelb ist schon mal weg Okay Ich wechsle jetzt auf Bowser Zeit zum Schampfen Oh Das war meine Runde Bowser nimmt drei Schaden Ich sollte mich nochmal heilen Ich hab ein Superpilz Mix Ich halte mich um 20 Für diesen Kampf braucht man Es ist ein rollenbasierender Kampf Der einzige in diesem gesamten Spiel Was sie eingebaut haben Ich wünsche es wäre mehr wie Im Paper Mario gewesen Der Kampf Aber immerhin Ist das ein rollenbasierender Kampf Angriff Ich kann nicht Feuer machen Feuer doch Aber ich glaube das wird keinen Schaden machen Bowser spuckt Feuer Aber blaue Kettenhund nimmt keinen Schaden Okay Vielleicht sollten wir nochmal die Bombe benutzen Ich meine Eben haben wir nur daneben gehauen Ich weiß nicht mal wie dieser Kampf so richtig programmiert ist Es funktioniert nicht Okay Wir sind nicht getroffen worden Was mit normaler Angriff Okay Zehn Schaden Cool Ähm Was ist mit Pizza Treffer Null Schaden Na danke Knüppel Ich baue sie aber echt aus Ähm Das wusste ich nicht Plato Surfer Filippo Knüppel Zippy Ich mach Knüppel Ich weiß Ich könnte jetzt alle mal testen und so Aber ich will auch nicht hier sterben Auch noch Aber ein paar Fähigkeiten will ich schon noch testen Wechsel auf Luigi Ich bin bereit Luigi weicht aus Supersprung Luigi blickt den Ketten und Zorn nicht an Macht einen Supersprung Okay Zehn Schaden Okay Ich würde sagen Wir machen das gleiche nochmal Also ich meine Ich musste ja tatsächlich Items benutzen Jetzt wäre ich hier gestorben Und gewonnen Luigi hat 6000 Punkte Wie cool Unser einziger Rollenbasierender Kampf in diesem Spiel Zieht das eine an Ihr habt die Kettenbande besiegt Gute Arbeit Hinein mit euch Ich finde es sogar cool Dass auf Luigi gewechselt wurde Weil er zuletzt Am Kampf teilgenommen hat Ich will echt mal wissen Wie es hinter den Kulissen ist Wie dieser Kampf programmiert ist Aber Auf jeden Fall Ihr seht da hinten das Ende Und das war es Das war es auch mit dem Stream dann für heute Ähm Ja Wir sind weit gekommen auf jeden Fall Ähm Hier endet die Hölle So viel kann ich schon mal sagen Und ab nächstem Mal geht es dann Richtung Himmel weiter Also eine erfreulichere Gegend als hier Ähm Also Das war es Und ich danke euch auf jeden Fall Mal bitte fürs Zusehen Es hat sehr viel Spaß heute gemacht Und ja Ich bin sehr gespannt Wie die Story weitergeht Also sie ist schon sehr Fortgeschritten Und sehr düster Und sehr spannend Auf jeden Fall Ich mag die Story In diesem Spiel sehr Ähm Das hält das Ganze hier so lebendig Und das schätze ich so sehr Ähm Ja okay Ich wünsche euch auf jeden Fall Eine bezaubernde Nacht Ähm Haltet Äh Naja Die Ohren steif Und so weiter Also Danke fürs Mario Mit dabei sein Fürs Mario folgen Und sowas Und naja Haltet auch schon auf YouTube Was da so kommt An Videos Bla 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 Ihr wisst Bescheid Okay Gute Nacht Und bis zum nächsten Mal Bist 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 Bist